auf der 1 leiter schön so das problem ist ich frage nur mit euch deswegen mache ich zwischendurch kein geld ich weiß nicht wie viel so ein eigener trailer kostet muster ricardo brauchen 239 mit den guten reifen also machen wir 300 wenn ich 300 abkommen nach einem trailer einverstanden jungs geht lang gesprochen ich hab 300.000 letzte party gemacht wo kriegst du auf die manager damit du den aufstiegern kannst musst du dir zunächst ein auflieger kaufen den krieg ich wo du musst den oben 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 oder zustand ist ich komme nicht um die auflieger aufrosteteile auf jedoch auflieger kauf flieger habe ich nicht auflieger händler okay so was habt ihr für ihn in kurz lang im drittletzten kurz lang im drittletzten passt immer noch nicht alter also den trocken frachtkoffer schubboden kombi 2 auf wieder als als kühler bitte umbauen ausführung ändern mache ich jetzt genau ja ich habe sowas noch nie gemacht deswegen zum ersten mal einzeln kombi tandem jetzt habe ich jetzt habe ich kombi 2 auflieger oder das ist richtig so ist rené dann dem geld nicht und htc geht nicht er ist verboten und jetzt sagt ihr gekühlt gekühlt mit seitentür oder gekühlt ohne seitentür auch für vierte mal für 4000 und vergisst die reifen ja ja lass mich doch mal von außen gucken mensch alter man sagt es ist aber du kannst du kannst du pro pro anhänger das drei achsen sind kannst du machen was wird dann halt teurer kann man zieht so schlecht ja kannst du raussuchen kann nur rein suchen bis sie kann ich raus und so jetzt haben wir zwei ja gerade solche seite und drei achsen jeweils pro anhänger okay also die untersten dreimal drei lachs lenkbar oder denn er drüber habe ich nicht lenkbar nicht lenkbar machen wir nicht lenkbar so farben habt ihr da schon was ausgewählt ja das ist ja warte warte macht muss kräume langsamer also skin mäßig habe ich jetzt den 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 was auch hier ist der scheiße jetzt schulder erhalte wir haben letztens darüber gesprochen wahrscheinlich stehen mit den streifen noch irgendwas mit c war der ja den habe ich genobi genobi natürlich in schön blau gelb schwarz da ist es mein der kolle du musst wirklich fast am zaun lang fahren machen wir den so jetzt gucken wir noch für nach reifen was habe ich nie kühlt wo das sind die lämpchen ja klar alle lämpchen alle lämpchen dann kannst du die kühlboxen kannst du um ändern dass sie nicht mehr weiß sind da gibt die lackierten die aflaken muss man ja auch noch lackieren mensch 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 ja schon mal die guten reifen die krone ja ab oder ricardo hat es geschafft gar nicht so einfach das ding seid ihr noch in der nähe von leipzig wir sind wir sind noch in leipzig wir haben noch zu tun gehabt ricardo musste noch laden ich war erst nach dresden wir fahren jetzt nach dresden wir fahren nach dresden okay externe externe fracht wir lassen noch nicht fertig mit bauten ja da müsste wir schon zeit lassen aber dann kann die reichen macht doch gerade ich weiß nicht von warte war mein lkw so rum oder andersrum jeder hatte doch aber der ring die ganze zugmaschine kannst du dir vorne anhängen lassen guckte mal das unten bei bei schließen rechts ist ein lkw kannst du dir einen lkw ist fast richtig das wort am blau so dringend ist der falsche den hatte ich ja genau so bitte kopieren auf einer anderen redung natürlich nicht erhoben hier schon wieder jemand ungeduldig ich würde mir sagen dass ich da bin zu rolle jetzt geradeaus gefahren ja das wäre die tor normal gewesen bestimmt also ich bin noch gar nicht drin im spiel also ich bin muss erst mal nach leipzig porten dann sprechen ich muss mich jetzt umstellen ich habe jetzt die 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 einstellung die dein bruder letztens gemeint hatte mit allem links fährt sich schon etwas anders dann müssen wir wieder auf dich warten wir müssen auf dich warten momentan hast du recht ich bei mich auch schon alles gut keine hektik nehmen wir wenden jetzt nicht da ist aber hier rolle ist noch nicht da ich glaube ich da nun lass es dir an die richtige garage liefern nach leipzig nicht sterben nach der es verkehrt rum hatte da muss noch rechts das ist der linke das korrekt das ist das arbeite mich von vorne nach hinten durch aber hier ach so wieder lämmchen und jetzt die zweiten red ersatz was hat man genommen stammert ich glaube ich würde schon passen tut mir leid dass du ruhig ich habe vergessen das radio vorher einzustellen du stehst in mir ich ja wahrscheinlich noch mal raus weil ich wahrscheinlich zu lange brauche zum erben die wirst du eh noch irgendwo dort oben sind wo er setzt das wort guck nach links hallo ich habe einen blau verstärken das war die scheibe runter geht noch nicht kommt noch ist noch in arbeit kann er ja gerade auch nicht machen damit die player soll ja angeblich anfang nächsten monat umgeändert werden weil ja anfang des monats soll ja das wj event in januar stoppen wir werden sie lassen sich das wiederverstellt auch mensch wie jetzt mal die rolle das tut mir sehr wunderbar hier blenden drauf weiß ja wo man weiß gewesen so jetzt hier nur das 0 blatt zwischen 0 0 so eng ist das eine action die sind hier koffer 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 ersatz rad wir haben vereinte spiegel so dann hinten die stoß stange das war schön sprit schutz natürlich schön schön stange dran hinten dann aufkleber dran lang lkw ach das ist nur eine rampe dran cool das ist so eine ladebordwand wäre das ja natürlich auch gerade ne rolle ist durch meine wohnung rollt ne rolle ist durch deine wohnung ach so bin ich gerollt denn ich bin gelaufen und und holger kommt heute nicht genau nicht gezuckt so was habe ich hier so auf der seite das war noch mal die lämpchen haben und hier und auf der fertig sein naja machen wir die kühlerkrieg heute ganz noch farblich setzen habe ich doch die kühlerkrieg heute die an der stunden seite von jedem anhänger sind das letzte ist dann farblich glaube nicht weiter oder zweite das sieht man doch nicht wenn der lkw davor ist dass der kühlerkrieg hat das sind du hast den kühler gekauft so und was geld reicht gerade so darf ich mal anmerken 304 also teureiter nicht werden dürfen ok gesprungen mit leitblech sogar noch alter ich gehe kaputt kaufen kaufen nach leipzig nach leipzig löss ja und rolle muss nach leipzig also dich bitte ersporen nach leipzig ich bin rausgeflogen gerade ach so das passt haben wir gerade gesagt dass ich raus bin aber ich wechsle trotzdem was rüber garagenmanager ich schnellweise ja so und du willst du bist der angestellte und du willst du Geld verdienen lassen ne die sind ja sowieso da so und was für ein auftrag hast du angenommen du bist doch da wir sehen dich noch ich bin doch da ich seh dich ja ich hab grad gesagt die werden gleich gekickt ich dachte jetzt gehst du wieder ins menü gehst bei anhängermanager warte drehe dich zuerst um drehe dich zuerst um das wäre vielleicht schlauer ne warte warum habe ich einen scheibenwecher an ja weil es ersetzt ist bei dir wahrscheinlich nicht geregnet oder Beststab kann das auch noch drin da steht ja immer mit dem gemüse drin wir haben halt die große garagen sind alles gut warte ich setz noch mal kurz zurück damit ich genug platz hat noch zum rausfahren ja so jetzt geh ich in die garagenmanager sagst du du wirst eh umgesetzt jetzt weil du stehst in der garage wo der anhänger ist ja also geh ich jetzt auf lkw manager unten 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 ja unten beim anhänger 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 manager anhänger manager anhänger manager anhänger manager und bitte den lkw anklicken links gucken da steht bitte jetzt benutzen du kannst dann auch auf privat stellen wenn du da nicht fahren solltest dass dann deine angestellten den nicht fahren können anhänger wurde angekuppelt ja jetzt stehst du dir an einer anderen Stelle jetzt guck bei fracht extern ja ja warte dann lass dich doch mal reingehen Mensch ach ja ich stehe an anderer Stelle ach ja ich stehe an anderer Stelle so was externe Frachtaufträge wohin geht's Dresden müsste nur eins da sein ne du musst bei anderen Frachten gucken externe ich bin doch externe ich bin doch externe nee Frachtmarkt externe Frachten Frachtmarkt Frachtmarkt ach nur Frachtmarkt aha Frachtmarkt oder externe Frachtenmarkt wir sind nämlich jetzt im externen Frachtmarkt weil Riccardo hatte beim Frachtmarkt nix da na ich hatte doch nur externe Frachtmarkt ja da war ich doch grad richtig nee du warst nee du warst bei externen Aufträgen drin ja 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 lebe wurscht lebe wurscht lebe wurscht let's go dann setzen wir rüber so mein mach quält ihr mich hier zum frühen abend Zeit zu gehen ich lass dich gleich holen muss ich aber erst noch laden ne ja die warst noch bei der kreuzung lass uns überraschen wo der jetzt laden muss wahrscheinlich da wo wir geladen haben so wir sollen den Zug gucken gehen jetzt muss ich erstmal gucken dass ich hier mit dem Ding rauskomme wird jetzt die kurven etwas immer größer ich guck jetzt gerade mal dein design an vom anhänger noch etwas anders Kenobi Kenobi gibt es nicht für einen vierachser Zugmaschinen sonst hätte ich komplett Kenobi getroffen ich muss natürlich gucken biege nach links ab demnächst rechts abbiegen lief doch einmal frei biege nach rechts ab das ist trotzdem eine gewöhnung hier steht ein ricardo der ist noch nackig aber ich sollte lackieren ja alles klar ja ricardo hatte nicht so viel geld tut mir leid du musst ja alles ausgeben jetzt für euch ich hoffe den spritreich für die nächste ich hab kein geld mehr du kannst doch mit minus tanken ich weiß 1.5 5 jetzt bei mir vom Sprit aus 1100 Kilometer schaue ich angeblich also bis nach Dresden schon mal so weiter der ich habe was über die gleiche Ladestelle hat wie wir fcp so wie das aussieht ne Euro und es ist Euro gut ist die gleiche Ladestelle wie wir alle das ist richtig schwierig laden weil du da musst du jetzt anders du musst aber stand stimmt ran fahren oder wie du musst du das feld reinfahren und dann musst du in motor als schalten und eingabe das zu drücken das kriege sind auch die lücke seit etwas schwierig um da reinzukommen ist ganz sinn dass du eine show und auf dem hof fahren muss weil du musst dich ganz nah am zahlen bewegen ich zeig doch gern was rechts abbiegen biege nach rechts ab demnächst rechts abbiegen ist ladestadt schon markiert rechts rechts am zahlen ist die wir sind fertig auch da drüben hast du da schaffe ich ja niemals so so jetzt schaffst du nicht hatte forsch meine show und auf mal kann ich ja selbst und ich probier's noch mal nicht erschrecken wer bist du mir schon ein bisschen kalt guten abend renne ganz ganz nah am zahlen musst du ja so wie auch beim parken mit den dingern ich würde doch auch erst mal reinkommen wollen habe ich geladen doch aber kommt der ricardo gerade entgegen kommst du vorbei klappt das sehr knapp aber müsste gehen das wird geladen jetzt habe ich einen anderen verstehe ich denn jetzt hat er mich rumgedreht wieder ja das normal fahrt vorsichtig warum willst du jetzt auch reinkommen sam ich will ja wenden wir hättet ja nicht rein fahren müssen wir wollten dir folgen wir wollten das elendig ja eigentlich sehen ja aber so elendig war es nicht ne lass doch mal reingehen ja mach ich auch fahr doch er ist ganz interessant er muss ein bisschen zeit geben hat er so aufs knöpfchen drückt wollen wir nicht eigentlich vorher noch ein foto machen bevor wir losfahren ich hätte vorhin den wenn er so ein ricardo als modell geld verdient dass er noch einen schönen anhänger kriegt oder so aber guck mal du hast eigentlich ich dachte du hast gesagt schwarz gelb blau weil du hast ja deinen streifen auch blau ach ja stimmt jetzt werde ich mein schlitzendes verkehrt kommt knapp ich fahr dir vorne irgendwo bei euch ja hier ist die bushalte stein biege nach links ab da passt ja nie rein in die bushalte demnächst links ab aber ich bin ja schon hinter euch kann also losgehen biege nach links ab ich bin unterwegs ich komme ich muss noch heute noch anbel anhalten ach die wurde noch grüne erst so ein klick guck dir das an alter voll drin das ist noch nicht moment naja gut eingepoppt bei mir ist noch grün dann gib gas ich bin schon drüber ich komme noch drüber ja doch ich muss drüber kommen bremse kann ich nicht ne doch also ich schaffe es nicht ne ich auch nicht aber ich hätte nicht zu bremsen also hätte nicht gereicht bei mir ist auch schon wieder rot an der nächsten Handel und dann müssen wir eh rechts rum ja wir sind alle mit Drachen begrüßt worden was mit Drachen sind wir begrüßt worden achso mit ja Rolle ja mit dem Hai ich weiß du musst du musst dich erst mal dran gewöhnen sorry ich bin ein bisschen gedamaged hey was hat dich so fertig zwei Tage die ganze Zeit nur rumlaufen wo hast du musst du bewegen dich ja deswegen bin ich auch vorne erst reingekommen reingekommen ich stehe an der nächsten schleichen hier mit 45 es ist WGT da ist man Nummer 4 unterwegs WGT ist doch gar nicht ne nur nicht weil es nicht offiziell stattfindet vom Veranstalter heißt das ja nicht dass es nicht offiziell gelebt wird dass es nicht gelebt wird dass es nicht gelebt wird richtig da wundert mich dass dein Bruder Heimler war mit deinem Gewege zu tun na das stimmt WDS zogen na nicht nur das auch andere Sachen das stimmt aber nur wie viel fährst du 45 ich fahr grad 60 schneller darf ich nicht ich schleiche ja nur so rum dass du rankommen kannst naja euer Künchen sehe ich ja schön langsam durch die Kurven weil mit den Einstellungen und hier WOT aufdrauch hatte ich noch nicht oh wir haben gegen von mir ja so ich bin da ich seh Ricardo ich seh dich ich hab auf 60 jetzt hoch beschleunigt fahr noch 70 um rein zu kommen oh oh was denn hier vorne ist ein Blitzer fahr lieber 60 wo war denn da ein Blitzer der will nur nicht dass ich so nah an ihn rankomme hai ruhig ok der Funker so da wenn die karte dann geld hat kann sein ob noch umlackieren kommen das einfach so jederzeit über den manager machen oder wenn du den anhänger dran hast nicht da musst du genau wenn du dann aber nicht dran hast dann geht das genauso wie bei den augen vorzeigen die man hat aber auch schön unter elbe lang wer wird denn eigentlich von leipzig aus nach dresden über die landstraße zu werden wir hätten auch autobahn fahren können normalerweise die richtige strecke doch die stelle ja wohl laut laut navi wenn du nicht eingestellt hast rote meiden dann zieht er da lang ja sehr cool ich bei urte meiden ich noch kein unterschied gemerkt das kann sein schon was er dafür automatisch die richtigen orte oder so ist ein landstraße ich hab das schon mehrmals angemacht und das schmeißt zum unterreißen was soll er machte nur urte meinten halt wirklich nur orte dass er dich um die ortschaften führt wahrscheinlich vor das ding bleibt halt nie lange drin steht aber der ruckzuck segel weg was soll ich muss nachher noch die lichteinstellung ich schreie schon fast ich kippen soll nachdem renne gesagt hatte das musste man probieren rkw-vahrrad gesorgt so und so war das nicht mal die einstellung die wir damals zum anfang auch hatten wir hatten alle alles mit der hause jetzt habe ich alles rüber geschoben also die bremse weil es entsteht auf der bremse ist was ich davon nicht was hast du eigentlich für eine heckschutz zustand da gerade krone habe ich das gerade richtig gesehen normalen wie du stand da trailer weil sie wie in die vorne gibt es denn nicht deswegen ist das haus keine gibt es in der marian denn es sah ja so aus sagen wir es gab doch gar nicht so viel zur auswahl bei krone ist beschränkt genauso bei schwarzmüller gibt es die großen anhänger nicht mhm war entgegen im verkehr er testet bloß auf die ube noch geld achso ok der ist lang kurz geworden schon fast am ziel dresden ist nicht weit man sollte was vielleicht so machen jeder kann seinen zugmaschine eigen gestalten halt im blau gelb wie es richtig hält aber halt die anhänger sind halt gleich das wäre ja eine option du meinst vom skin ja wenn schon ein blau gelb halt ja blau gelb für die für die zugmaschine aber da kannst du dich austoben welchen skin und möchtest und wie du den darstellst und für die anhänger halt die vorgabe die müssen wir dann halt nur mal gleich sauber machen für alle kenobi du hast es ja doch alles verteilt ja ich muss ich hab es schwarz vergessen ich hatte mit renner extra letztens gequatscht gehabt drüber wo ich das jetzt umgeskinnt hatte weil ich vorher stand und drauf hatte weil vielleicht das weiß wurde vielleicht sogar besser erwirken als der abtrennung würde auch so wie ich das fand das haben wir schon getestet schon gehabt okay Prozent das schwarzes klar das weiß geht irgendwie unter naja gut ich habe ein weiß bei einer radkappen deswegen müsste ich dann vielleicht noch die radkappen irgendwann umfärmen dann auf gelb auf schwarz der kommen sollen das ist ja doch der holger holger du bist ja doch da holger hallo ja der lebt ja noch wir waren schon alle traurig dass du nicht kommst ja wir haben gar nicht von dir gehört du hättest schon ne schweigeminute eingelegt und alles ne das waren schon 5 die wir hatten ich dachte dass du im gordon bist oder sowas nee 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 ich hab heute mehr geschlafen ich weiß nicht mehr ging es halt nicht so wie ist es jetzt oder was ja immer mal ja hoffentlich kein corona ja das werd ich sehen ne ne Möglichkeit gehöre dazu aber nein hat er nicht da draußen tun das mal Chemie rufen also ja ja scheinbar Fußball haben sie wahrscheinlich gewonnen oder so keine Ahnung aber ich wüsste gar nicht als ich vorhin vorbei bin waren jedenfalls nix wegen Polizei oder sowas ja es dürfen ja keine vorn was ist es denn jetzt läuft äh vorn äh es dürfen ja keine Zuschauer rein wir müssen nur 50 runter bremsen wir wollen vorne die nächsten rein also ich seh nix mehr so ne späte Meldung immer geradeaus lieber später als nie ne nach 27 km das sind vier dann kommen wir nach Leipzig zurückfahren und während Holger dann seinen Anhänger designt wenn er es kann ach so wenn er kohle hat kommt auf dein Geldraum an ja ich weiss nicht ich seh ja gerade nichts ich weiss nicht warum der jetzt hier ab ist alles nicht ab drin gefunden ist ne Ampel die ist noch grün bei mir ist schön gelb also Rekorde muss anhalten ich auch ah jetzt hab ich wieder Glück nein Rekorde fährt bei Rot das wollen wir klar Rekorde wir müssen hier vorne anhalten wir haben nämlich Rot ich bin ein Rowdy äh äh ich sag auch es ist rot und gibt Gas anschein zu bremsen ja so macht man das ne wo fordert den hin nach Dresden nach Dresden gerade deswegen guck mal auf dein Kontostand was verrät denn der dir ja wie lange ich da ja ich bin noch nicht im ja wenn du da drin bist ich hab jetzt nur das Fettfahr Server eins dann ok und die nächste Rotampel und die nächste Rotampel ja ich auch bremsen 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 und da hast du heute schön Picknick gemacht das war gestern ach das war gestern das war knapp das war gestern heute waren wir auf dem Südfriedhof ich habe auf der rechten Seite vom Spiegel nur ein Hänger gesehen auf einmal ich dachte was jetzt das sind gute Reflexe aufs Seite zu gehen ja hast du ja bestimmt ein paar Bilder ich schalte doch für immer ist alles grün ja voll ich sage dir oder euch was denn da Ben bei uns gerade abgeht ey das ist nicht so glauben ey das geht denn da ab boah wir sind live stream ich hab die nächste Rotampel ich möchte nur sagen nicht dass sie da ja ja ne aber ich darf mal 70 fahren das ist auch schön ja die ganze Zeit schon es sieht eben so aus als ob es zu Ende geht schade ja scheinen sich nicht unter äh unter den Hut wieder alles zu kriegen mit der 150 ohne Ampel Ampel die ist grün Ampel ist grün das was ist dann such die hier oben bevor deine Arbeitskollegen sich umschauen und alle Plätze nehmen ne das sind doch keine weitere die ach ich muss recht drum sind ja unterschiedliche Instrumente die sie spielen also da ja naja achso du redest von der Band ja ich red von der Band nicht von von der Arbeit achso ich hab das jetzt komplett voll verstanden ja also ich hab 16.000 Guthaben reicht nicht oh das wird nischt 300.000 brauchst du für Anhänger ok mit dem gleichfertig äh designen mach ich dein Darlehen dann ist gut ja aber kurz halt auch 200.000 erstmal für das Standort Anhänger auch wenn er lax ist ja das ist schnell bezahlt jetzt kann ich irgendwas los in Dresden naja aber wahnsinn rechts abbiegen zwei und wie soll ich jetzt wie soll ich jetzt äh design äh lkw oder was oder wie und design oder was ne sagen wir gleich sofern der erste mal abgegeben hat kann ich dem was dazu erzählen rechts abbiegen also fahr ich schöne mal zur Werkstatt sozusagen ja das kannst du von wenn du einen Anhänger machen willst kannst du übers Menü machen du hast keine Werkstatt oder geh mal erstmal studiert nach Leipzig sowieso ja ich ach so ja ich bin ja nicht in Leipzig oder ne du stehst irgendwo weit oben ne je nachdem ob er nicht weitergezockt hat steht stimmt oben im Norden wahrscheinlich ne Oehrburg ja Oehrburg ja ja du bist da oben ach stimmt das war die letzte die ich gekauft habe Garage warte ich muss bloß wie du nach links kam ach ja ich hab jetzt vier Garagen alter du Tier alter du Tier schüppelbrei so ich muss mal eine Rolle wischen lautermachen und schuft den LKWs rolle ist auch mal was ne ich trau mich nicht bin schüchtern ne es geht kannst du das nehmisch anlegen also expandiert so so also ich mach jetzt Platz bist du da haben alle schon abgegeben ne ich hab aber schon abgegeben ne ich hab abgegeben aber nicht äh ich hab abgekuppelt aber nicht abgegeben ja du setzt nicht abkuppeln ne du musst den Motor aus machen ach so erst den Motor aus Motor abschalten und dann kannst du mit Eingabe das da abgehen du bist wo auch hier wo wir uploaden ja wir haben wohl ein ganz anderes Material gefahren als du ja warte wollten meinst oh warum ist das Rad hier zu laut keine Ahnung so erklärt mir Holger Bier dann an seinen aber er wird sich keine mit 16.000 wird er sich ja IK leisten können ne das kommt wenn er sich nen Kredit nimmt dann kann er sich nen Anhänger kaufen gut dann ja dann muss er aber die halbe Mille nehmen sonst löst ich das bald gar nicht ich fahr mal kurz für die Werbung die 400.000 mit Elmar ja 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 260 reicht ja das ist ja auch ne Lagierung hast du mal ne das ja mit Lagierung ja ja Holger hat ja das Reifen DLC nicht naja siehste dann reicht das locker dann reicht das eigentlich locker ich fahr mal kurz zur Werkstatt und mach den schwarzen Schiff ich fahr mal kurz zur Werkstatt und mach den schwarzen Schiff du bist denn die Reifen so teuer? ja 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 die guten Reifen ja was denkst du mich jetzt zusammensappelt da was anbauen da was anbauen zwei Siedeln pro Achse glaub ich ach ich bin ihn lackieren und dralala eigentlich saumäßig also ich weiß nicht was da alles da dann dran wie es da gar nicht das können wir dir sagen wie es aussehen muss wenn du nur Muckgeld hast und ist das dann eine Standardlackierung oder? ja die ist bisher ein Gerlots ja auf meine Reifen heißt es DLC Krone bei die Reifen ist Krone die ist sie ja und deine Reifen sehe ich meine Reifen sehe ich nicht ist Gear 6 vielen Dank für deinen Follow jetzt fahr ich an der Werkstatt vorbei warte ich muss hier rein wieso sehe ich meine Reifen ist wenn Holger so 300.000 Bank mäßig angespannt hat dann kann er mir mal Bescheid geben dann können wir mal arbeiten ach gut ja ich mach das jetzt warte ach das ist das noch freu das ist rückwärter zurückgefahren so du hast jetzt gesagt das weiße soll schwarz werden ja? äh äh das brauchst du nicht du gehst normal in dein Grundmenü da wo du alles siehst also was das Hauptmenü ist also was das Hauptmenü ist ne da kannst du bleiben lass den so wie er ist ne da kannst du bleiben lass den so wie er ist ne da kannst du was haben soll geh nur um einen Anhänger geh nur auf Anhänger geh nur auf Anhänger und bei der Zugmaschine einigen wir uns dass die gelb-blau aussehen muss skinmäßig darf jeder frei fahren weil du hast nicht auf jeden LKW jeden Skin drauf das macht keinen Sinn überhaupt auch der Anhänger ist so kann man wenn ich aber sagen okay wir machen den Anhänger einheitlich genau Skier äh das ist ein Logitech G29 als Lenkrad also ich hab hier Standard wo bist du jetzt? Aufleger auf Rüstungsteile ach so das ist falsch ne Aufliegerhändler also du musst jetzt gucken auf der rechten Seite da oben wo dein Bild ist Aufliegerhändler ja Aufliegerhändler geh mal drauf da bleiben wir frei als Standard Trailer und scroll ein Stück nach drüben da kommt dann als vorletzte Seile ein trocken auf Koffer Schubboden 2 aufliegen für 140.000 Koffer Koffer dann kreuz auf der linken Seite runter ja ich geh auf Kühler ja irgendwas mit C guck nochmal rein die ich habe ja ich habe unten äh gekühlt Seitentür ne nochmal Kühler recht zu Gekühlt einfach nur gekühlt für 100 Teile gekühlt reicht zu mhm die Reifenvariante kann man so lassen Skier ich geh gleich auf dich ein wenn die Jungs fertig sind mit besprechen ne dann geh ich gleich auf dich ein dann gehst du jetzt auf die Lackierung warum das ist das andere das andere ist 3achs lenkbar ok 3 3achs das kann die letzte Achse ja der wird aber schon noch teurer dann das kannst du immer nochmal umrüsten ok so dann gehen wir bei Lackierung und dann guckst du mal nach Kenobi die kommt eigentlich ziemlich weit oben was Kenobi wie wie Kenobi mit C A N O P Y Kenobi das ist das dritte ja hab ich dann tun wir oben die Farbe ändern die erste wird blau die zweite wird gelb und die dritte wird schwarz ok dann hab ich das jetzt auch ja weil Weißseed Mistiger ist so ich bin mal hier rüber gefahren zum Parkplatz erstmal auch wenn die Jungs noch nicht komplett da sind so also ja das G920 das ist glaube das für die Xbox ne das hat weniger Knöpfe das ist halt bescheiden ok hab ich ja dann kannst du hinten ins letzte Menü noch gehen dann hast du die ganzen Anbauteile da kannst du jetzt noch entscheiden ob du unten einen anderen Kasten dran machst andere Räder andere Felgen den Kühler kannst du wechseln wenn du in den zweiten Trockenkühler reingehst dann wird der so farblich wie das Fahrzeug du kannst die ganzen Nummernschilder kannst du also die ganzen Lichtträger kannst du ändern du kannst die Schmutzfänger anbauen siehst du ja alles selber ja wie viel ist mein Licht da heute gar nicht so was kannst du machen das kannst du machen wo sind die alle drüben wenn es dir ausreicht ist es ja vollkommen okay wenn du damit klarkommst alles gut also deine Haltung annehmen was du nicht aufgefordert hast habe ich bereits erledigt ne so Jungs wollen wir dann schon mal noch eine Fahrt nach Leipzig gucken dann lasst euch mal in Holger in Ruhe das Ding zusammen werden ja kann doch nicht aber Holger sind wir fahren ja zu Holger achso ja eigentlich vielen Dank ich trinke einen Schluck vielen Meinung aber ich habe immer raus klicken um das abzuschließen ich habe immer raus klicken um das abzuschließen ich habe immer raus klicken um das abzuschließen irgendwann kommt kurzer Ton weg schön gute Fahrt in Alt Dresdner oh der tippe nicht so schnell so Junge so wieso wir hier rein gehen so wieso wir hier rein gehen ich sehe einen Anhänger so dann kann ich mal gucken wo ihr euch rum drückt da 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 beim Lacküro beim Lacküro Ja, ihr habt ein schönes... Was macht ihr für Kreuzer? Interessante Darstellung. Ah, jetzt habe ich gleich krass gemacht. Moabi66, vielen Dank für deinen Follow. Vielen Dank. Was ist denn heute los? Die Leute haben wohl Zeit. So, ich soll mal leer nach Leipzig fahren. Nee, was haben wir nix? Habt ihr schon geguckt? Nee, ich will gerade noch wenden. Also ich habe noch nix. Rekord, hier steht unser Volk scheiße da. Ja, ich weiß. Bescheiden meinst du? Ja, bescheiden. Leer nach Leipzig wäre natürlich blöd. Ich muss dann unser Freund entschuldigen, der ist gerade aus dem Knast raus. Mein Wortschatz hat sich noch nicht normalisiert. Von Dresden nach Düsseldorf gehe ich extern fahren. Wenn du mich so nennmachst. Extern hast du was. Ich habe extra nix nach Leipzig. Also kein extern auf Prachtmarkt. Normale extern aufträgen vielleicht, ne? Also nach Leipzig sieht es schlecht aus. Ja, deswegen sagt ich, ich lerne da hinfahren. Aber du hast jetzt bei normalen Pforten, also bei externen normalen hast du was. Aber wenn wir uns teleportieren, dann teleportieren wir uns mit den Hänger, oder? Der landet dort automatisch in Leipzig. Du musst in Leipzig bloß anklängen. Okay. Ja, dann lass uns doch dahinter teleportieren. Dann sind wir bei dem Holger. Holger, wie lange brauchst du noch zu bauen? Ja, ich bin gleich so weit. Na, dann rüber mit uns. Teleportieren? Sagen wir mal noch so fünf Minuten, aber dann bin ich wahrscheinlich sowieso wieder rausgefloren. Hat Rolle vor uns, hat Rolle vor uns, älgesorgt. Und das ist trotzdem nicht passiert. Wenn du eine Frage hast, dann frag doch einfach. Hier beißt keiner. Bei Sam bin ich mir nicht so sicher, aber... Schon eine Widerhaltung annehmen. Was sind hier Leute los? Sind sie so schief, oder was? So, ich bin in Leipzig. Ach du Scheiß, Telefon. Ach, Helfer. Das ist nie gut. Ja, wartet mal. Ja, okay. Wir fährt einer durch mich. Lasst uns schon mal so einen schönen Stellplatz suchen, wo wir uns dann... Ach, wir müssen erst wieder anhängen? Ja. Ach so. Und dann hängen wir nochmal schnell an. Äh... Das war Aufliegermanager. Äh... Anklicken. Und dann... Benutzen. Da drüben steht doch schon einer. Ich habe nur zurückschicken, hä? Ja, zurückschicken habe ich auch gemacht. Äh, du hast bloß... Aber ich habe... Ich kann das... Ja, das war ein bisschen das ohne. Ich kann mich annehmen. Ach, meiner steht hier. Der steht ja hier draußen. Ja, der ist doch schon da. Der steht ja draußen, das weiß ich doch nicht. Aber du... Aber er hat mich doch einmal draufgedrückt und dann nochmal angekoppelt und dann habe ich ihn draufgekriegt. War ich verwundert, dass der jetzt einfach hier steht. Hast du deinen umlackiert, Sam? Ich habe jetzt einen schwarzen Dreimgestalten mit dran gemacht. Warum kann ich bei Truckers MP mich nicht anwenden, obwohl ich meine Daten eingebe? Ja, du hast du deinen Account angelegt. Also du musst dein Account anlegen und du musst dein Spiel damit verknüpfen. Dann dürfte das funktionieren. Also eigentlich ist es kein Meisterwerk. Warum sind denn deine Felgen am Hänger so komisch aus? Meiner? Meiner. Meinen sind alle blau, weiß, gelb. Die Ricardos sind weiß, silbern, gänzlich. Ne, du hast auf der einen Anhänger eine andere Felgensorte drauf. Das kann sein. Das bin ich vorhin durcheinander gekommen. Ich muss zu schnell gehen. Achso. Okay, lass uns. Das haben wir hier eine... Wir können ja durch die Garage durchfahren. Ich hätte es gesagt, wir fahren auf den Parkplatz rüber. Was, wir drüben? Gleich gegenüber? Nein, warum? Viel zu enger. Nennste? Viel zu enger. Viel zu enger. Kein großer Parkplatz. Wir finden bestimmt irgendeinen Rastplatz, der riesig ist, wo man es stellen könnte. Das ist ein bisschen enges Saison. Ach, guck mal, da hinten ist das neue Rathaus Unirieser. Ach, toll, das haben sie ja eingebunden. Schön. Das Westin. Da war ich vorhin. WHD wurde gekickt. Ja, unter anderem. Oh, hier. Kubola. Ah, nee. Das ist nicht. Das ist Kubola. Corona? Nee. Kubola. Aber das fahren nicht von hier aus. Du guckst nur nach vorne. Wir müssen erst mal warten, dass Helgo fährt. Wir telefonieren. Alter, das ist ja Arschenge, dass du hier rumkommst. Hat gepasst. Alter. Bei mir hat es gepasst. Nee, ich bin fast am Tor hinten eingeblieben. Ach so, du. Wollt ihr auch raus? Soll ich Platz machen? Aber ich will es noch nicht, wohin wir müssen. Nee, hier in Leipzig gibt es keine schöne Stelle. Ja, wo wir aber laden. Kannst du mal hier auch von mir? Dankeschön. Oh, jetzt drängelt der sich auch noch so davor. Ey, du berührst mich gleich, ja? Darf ich das anmerken? Platz können wir sehen, wenn wir zufrieden. Als die Holzbude ist. Viel Platz ist ja nicht mein Lieber. Warte, ich komme mal vorbei. Du stehst doch neben uns. Nee, ich stehe doch unter einem Vorteil. Wir machen vielleicht den Verkehrpunkt. Links rum blinken, bitte. Links rum blinken. Links rum. Da kann man doch nicht rumlenken. Ich habe ein Konto bei Eurotruck, aber da steht immer meine Daten nicht übereinstimmen, obwohl ich mein... Nicht wenden, nicht wenden, nicht wenden, nicht wenden. Ey, was ist denn mit dir los? Jetzt bist du auch doch rechts abgebogen, oder was? Ich war doch. Was macht ihr denn hier? Ich bleibe jetzt erst mal hier stehen. Du hast ein Konto erstellt, datenstimm dich überein. Nee, nicht nur das Passwort, musst du halt, also musst du das mit verknüpfen, du musst dein Account damit verknüpfen, das ist das entscheidend. Was macht denn hier da hinten? Bei Eurot muss es hier erst mal in der Stelle und den kann man dann mit... Bei Eurot, also World of Trucks musst du dich anmelden und den verknüpfst du da mit dein Spielprofil bei Steam und dann kannst du dich bei Truckers empfehlen. Dann mach das selber. Dann kannst du dich bei Truckers empfehlen. Dann fertig. Also, ihr habt euch jetzt den Parkplatz rausgesucht, ja? Nee, wir warten bloß, was du jetzt machst. Du kannst ja auch noch wenden, ne? Du hast eine Ampel vor dir. Ich wende auch. Ich wäre alles ins Sägewerk, da müsste genug Platz sind, zum Foto machen. Was, statt der Mauchen, ne? Du hast gesnackt heute irgendwie total in meinem Headset, ich habe keine Ahnung warum. Ja, ich höre das auch, dass du da einen Knäck hast. Ihr hört das auch, ja. Ja, ja, ja. Ich starte mal kurz mal hin, äh, nee, ich fahre erst mal hinter euch und dann starte ich mal. Oder hier ist ein Rastplatz, der sieht aber ziemlich groß aus. Nee, das ist viel zu klein, da standen wir beim letzten Mal schon mit einem normalen, da hatte ich es zu tun, mit dem größten Anhänger zu wenden. Ich gehe gerade gucken. Bleibt da einfach am Straßenrand stehen und ich fahre hinter euch. Dann mache ich doch, ich stehe doch ja an der Hand, warte. Okay, alles klar, ich schau mal, danke für die Info. Gerne doch. Dafür sind wir Gamer, doch, da. Gott, da. Boah, hier ist ja sauviel Platz, du hast das Ding in falscher Erinnerung, glaub mir. Na gut, aber mit vier solchen Anhänger stehen. Das ist ja, du musst ja schön da stehen. Soll ja ordentlich sein, nicht ineinander. Okay, boah, sauviel Platz. Vielleicht kriegen wir es ja. Das geht doch eher noch ab, ey. Es ist sauviel Platz, schade, dass die Gebäude das Platz wegnehmen. Und die Ecken hier, wo man dranhängen bleibt, ganz doch scheiße. Sag ich doch, dass das enge ist. Hey, ich brauch den Ding mit auszumachen und nicht für uns selbst spreche ich's gut zu. Hey, komm, geht's klar. Na, rückwärts. So, ich mach, wie du sagst, ganz kurz mein Soundport neu, bin ganz kurz stumm, kleiner Moment. Das ist sowieso auf den Hölge erwarten. Da telefoniert noch. Knickt das noch? Lalala. 123, 123, 123. Hallo, hallo, hallo. Es muss ja bei mir klickern, ne? Okay. Ja, es muss ja bei uns klickern, aber es klickert nicht mehr. Gut, ganz gut. Warte, rolle. Ich glaube, Ricardo hat nen Anfall. Ja, das kann manchmal sein. Mach deine gerade Pause. Wenn wir noch ein Stückchen vorfallen, passen dann beide hinter uns, Volker und Ricardo. Du hast ein Ersatzrad und ein Koffer. Alter wie der hat das nicht noch drinnen rumgefuchtet. Alter. Du hast aber maximal das da. So Alter mach hinne. Die schöne blaue Flut, das sieht richtig gut aus, ja, ey. Ricardo, fahr mal näher ran, noch ein Stückchen. Ich mach am besten Außenansicht, damit das passt. Ja. Sehr schön. Nicht schubsen. Nicht schubsen nicht. Nein, ich sag's ja nicht. Machen wir auch gleich ein paar Fotos hier. Auch wenn Holger noch nicht da ist. Ich weiß ja nicht, wer ihn im T-Uhr-Zelt anruft. Ich freu den. Die möchte ich kennenlernen, bitte. Die kenn ich noch nicht. Ich find aber gut, dass jeder seine LKB selber malen kann. Ja, ne, also ein bisschen Individu... Das ist viel einfacher. Ein bisschen Individualität sollte sein. Was beispielsweise auffällt, Ricardo, ist, dass dein Anhänger, das Hauptblau ist heller als der dunkle Streifen. Ja, du hast irgendwie ein anderes Blau drauf. Welche dunkle Streifen? Also, das Blau ist viel heller als unser Blau. Ach so, ja. Kann ich mal dunkle noch. Da muss irgendwo, ja, das ist mir zu oft gefallen. Das Gelb ist auch bei uns eigentlich gleich. Genau. Ich hab' eigentlich gleiche Blau wie auf meinen Felgen gemacht, deswegen... Ich hab' mir das gespeichert. Da hab' ich auch. Hab' auch das Selbblatt drauf. So, äh, das wieder an. Das, ne, das an, das so. Also, das ist auch DLC-Krone. Ja. Also, Sam hat das nicht. Die Sam seine Felgen kann ich sehen. Ne, Sam hat auch DLC-Krone. Aber seine Reifen kann ich sehen. Ja, meine wohl nicht, oder was? Deine vom Anhänger und meine vom Anhänger sicher nicht. Aber ich hab' Krohle. Ich hab' auch keine Rana drauf, der hat für eine. Also, ich hab' Krohle drauf. Er hat Rana drauf. Ja, ich weiß auch. Er hat andere drauf, aber alles weiter. Ja. So, jetzt geht's dann. Okay. Äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ob ich das Spiel damals auf Steam geholt hat oder ob ich eine andere Verbindung. Notfalls, unter dem Link findest du, also unter meinem Video findest du einen Link. Und da kannst du das Spiel bei Instant Gaming meistens etwas günstiger kaufen. Über den Link, wenn du es da kaufst, unterstützt du mich dabei. Ein wenig. Wird mich freuen. Muss ich unbedingt holen. Du hast das Spiel schon. Hab' dir das Reifendeal in sie nicht? Scheinbar. Aber Krohle hab' ich. Äh, ich auch. Ja, die kommen ja mit dem Krohle-Trailer, kommen die mit. Aber das ist ja das Reifendeal, genau so mit der Zugmaschine, wo ja die AW-Reifendeal sind. Wo krieg' ich denn jetzt den Anhänger? Du hast du das gekauft? Ja, ja, ja. Steht der in Leipzig? Eigentlich sollte der in Leipzig. Stehst du in Leipzig? Ich steh' in Leipzig. Okay, dann gehst du wieder ins Menü. Musst du jetzt unten gucken, da wo das Arbeitsamt ist, obendrüber, Aufliegermanager. Draufdrücken. Warte, warte, warte. Ich bin gespannt, müsste der gleicher sein, dran. So, Aufliegermanager. 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 Es ist unten da, wo das Arbeitsamt, wo die Bank ist, da oben drüber, da links AGB. Da rechts Aufliegermanager. dann klickst du den auflieger an den du gerade hast jetzt nutzen und jetzt nutzen wenn du den nicht fahren solltest und du möchtest den aber auch ab und zu mal fahren dann kannst du neben jetzt nutzen freigeben oder sperren damit die deine angestellten den auflieger nicht fahren weil sonst musste manchmal eine gewisse zeit worden ist das ding mal wieder frei ist genau und dann nur noch raus kann ich sozusagen auch jedem angestellten so ein ding da kann du ganz in jede garage 50 tausend anhänger tun und irgendein mitverwalter nimmt den dann und fährt den dann ja wir auch ich habe schon eine garage so jetzt kommt hier irgendeine gelbe wendung verwende wir sehen dich noch nicht in leipzig 8 mark die große vielfalt von der wusste war schon mal den anhänger wo stehst du denn du bist in leipzig weil wir sehen uns nicht stehen nicht ich weiß noch nicht wo es ich bin bei mir in der garage in leipzig bist du aber nicht wenn du aber den anhänger jetzt dran hast du bist du ja eigentlich ich habe einen anhänger dran, so war eins hab ich genommen find wir auch wo sehen tu wo dich nicht drück mal tab genutzt siehst du da irgendwas sind wir angezeigt? der ist nicht da du bist flotte hier in leipzig ja das war eigentlich alles geflogen ja aber ich hatte schon neu gestartet ja ich hatte neu gestartet kam ja neu rein ins platform core so truck stop starten normal hier drin ist auch nicht ets geht's weiter ne jungs geht's weiter ich bin already running da musst du aber warten entweder müsste du ja da stehen oder oder der anhänger müsste wenigstens schon da stehen denn anhänger hatte ich jetzt hinten dran dann bist du aber nicht in leipzig zu sehen momentan oder nicht auf dem server halt na komm der kleiner sieht aber schön aus wir sind die einzigsten hier gerade in leipzig da stehen wir so schön in reihe nebeneinander ja wir dürfen ja 10 minuten rumstehen bevor wir fliegen 10 minuten? hm ich dachte es waren nur 5 oder so ne 10 minuten weißt du was mir gerade eingefallen ist? nein so wirst du uns bestimmt sagen ja in europa dürfen eigentlich sonntags nur lkws fahren die was zu essen transportieren ja schade dass das im spiel nicht auch so ist das kommt vielleicht noch kann ja alles noch kommen es wird ja so einiges noch gefordert dazu gehören aber deine obererische fahrerzeiten wenn du jetzt sagst okay du darfst sonntag nicht fahren weil momentan kannst du ja immer fahren das wäre ja aber bösartig wenn du sonntags nicht mehr fahren darfst ne so vom spiel her das dann ist okay du musst eine ruhebeise machen du bist vier stunden gefahren musst eine dreiviertel stunde ruhe pause machen naja spielzeit ja ja natürlich natürlich so ich bin jetzt wieder im spiel aber ja fahr mal raus aus der garage geh doch mal auf die karte und guck mal wo du bist ja ich bin an der garage in leipzig dann fahr mal fahr mal wirklich raus wir sehen dich aus der garage raus oder wassinnig doch ja ne du stehst ja schon mal in der garage ne ich bin draußen im hof aufm hof hab mal whatsapp an vorbeinfahrt oh sorry für die kamera nein oh warte oder hat oder warte mal vielleicht nicht dass die äh dass das steam automatisch wieder hoch ge 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 ne dann durftest du bei bei dann wärst du nicht reingekommen bei multiplayer aber du bist auch im multiplayer gelandet ja nicht ja ne so so sobald du bei steam dein ding auf 36 gemacht hast ich geh ja bei ich geh ja bei sped v truck stop starten lkw von hinten ja du warst auch da ja mp starten launch ets mp start bei rot ich hab bei rot das update gemacht was da war alle hupen ja ich hab doch schon äh ich hab doch schon wieder zurück äh damals äh beim letzten mal zurück geupdatet damit ne ne bei 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 truckers mp gab es doch ein rechleiertes update ach so ja net klar klar du musst ja machen sonst kommst ja gar nicht rein und wenn du auf dem server 1 bist kannst du ja theoretisch nur in der verkehrten garage stehen naja ich glaube schon dass er in leipzig ist ja so aber bei uns fuhr gerade einer vorbei wir sind definitiv online also da ja ich sehe euch ja alle ja wir sind online sonst würden wir uns nicht sehen das auch ja ich halte uns jetzt und die garage im blick um mal zu sehen was hier passiert ne ich bin direkt vor der garage zu warte mal hier steht jetzt unten drunter bei der login was in rot alpha version please keep it mind that is version may be unstable and may contain major die version ist unstabil ach so also instabil also hat damit nichts zu tun dass ich nicht äh auch könnte damit zusammen wenn die instabil ist aber macht ja keinen sinn wenn du die 1 3 6 ich gehe jetzt mal krasenshalber auf den server Simulation 2 du wirst uns ja nicht sehen definitiv nicht ja ich weiß aber einfach mal zu gucken ob ich da überhaupt jemanden sehe ich habe ja auch niemanden gesehen ja hier ist auch gerade hin an leipzig ja doch und oben steht da oben rechts irgendwie offline oder sowas ne also das geht ja jetzt nur im formen logischerweise und ich sehe im server sind wir in leipzig die 3 engine gerade auf der ecke ja ist kein anderer da der andere ist nur durchgefahren aber hier unten kommt irgendwas connecting to simulation 2 ich kann das nicht lesen das nicht lesen connection step doch ich sehe hier ihn vor mir du bist in der simulation da richtig bei da gehen wir noch mal in der 1 so na gut dann wechsel ich jetzt nochmal in der 1 meine fresse ist das heute eine sache ja ich war auch klein am anfang vor 3 zu sagen ja du musst jetzt anhänger machen du musst diese und das machen ja Sam ich sag dir auch ganz viel hallo aber mir kamen noch kindermeldungen wegen kick oder sowas ne kick hat heute zu schöne drachen made by kitty made by kitty so next versuch die sind auch gut hier oder so die sind aber nicht von mir ne die sind nicht von dir ja das davon waren wir wir machen ja keine schleichwerbung für andere nein alles anmeldung erfolg ich habe damit kein problem es ist ja bald der vierte weiter vierte der vierte sechste und dann der wird den zweiten abmonat abonniert ah hä hä was wie aber du hast immer noch kein d-form namen das wundert nicht ne bei dir schreibt immer was so also ich bin jetzt definitiv wieder in leipzig auf dem parkplatz nein auf dem parkplatz nein bei mir auf in der in der in der in der in der in der hear für kleiner 1 so ja und das menschen oben steheD rechts irgendwas von authentication dann wartet der server noch refused das spiel mit dem autentifiziertes funktioniert und was ist wenn wir da jetzt einfach mal stehen bleiben und alle auf server 2 wechseln das macht es dann viel einfacher wenn holger das sonst ist ja aber auf dem server so wenig los aber ok sonst fahr mal auf die straße um zu gucken ja hab ich ja schon gemacht er ist nicht da dann 702 ja tut mir leid ich speichere auch kurz rein auf zweiten server sind auch schon 1400 jetzt mal ganz kurz sofort weiter über das vielleicht haben noch mehr probleme mit mit server 1 und sind gewechselt vor uns wo ich online gegangen bin war server 2 offline ach so muss man ganz kurz warten sagt man noch dass die version noch läuft jetzt kommt 1440 sind also in der garage stehen schon mal zwei ja die ist aber nicht von uns wir müssen ja wieder auf der straße stehen oder wir stehen auf der straße immer noch und lange ist die karte bitte nicht vor fährt und ich sehe auch schon in holger das 100 noch ja da ist er jetzt da steht sogar anhänger da haben wir das jetzt geschafft und können den stream beenden holger muss noch anhängen rückwärts holger schieben waren an deinen schönen anhänger der hat auch die runner reifen genommen weil die schön weiß aber ich habe die runner nicht die müssen da sind wenn die holger hat musst du die auch sehen beim anhänger das ist halt der opel das ist halt ein cd so holger hat auch die richtige wobei das blau auch relativ hell wirkt aber wir haben festgelegt anhänger um all denselben mit lkw kannst du dir lackieren wie du willst so lange auch blau-gelb bleibt und ich glaube ich glaube ich glaube dann haben wir ausgestattet und wird bei 1 2 3 1 2 3 holger hatten dran und er zieht mir aus und muss auch Spaßbogen aber das wird jetzt in Ordnung weil ich erst mal hinter uns noch gucken als Worte entgegennehmen Leipzig ist das große schwarze nichts doch was ist da als er noch schwarze nichts Leipzig wird von nichts verschluckt aber es passt es passt sieht gut aus sieht gut aus und das stücke Kräuter links und dann die nächste Ampel rechts und die nächste rechts genau schön macht das schön wunderschön mit schmutzfängern alles drum hinten am zweiten anhänger auch am ersten ging das auch habe ich dann am ersten am ersten ganze schmutz anhänger machen da kannst du andere Lampen dran machen kannst du das ganze Ding umsetzen ich habe auch Seitenbeleuchtung dran und sowas naja also setzt dich mal schön hinter uns und dann gucken wir mal nach der Holger passt nicht mehr drauf ist aber egal wir wollten ja eh einen anderen Pocker suchen oder wohin sollen wir hin frachtmarkt gucken wir erstmal nach wohin wollen wir denn extern jetzt muss immer beim frachtmarkt oder extern geguckt werden also ich habe jetzt hier extern nur noch Hamburg ja ich auch was hat der Holger externer frachtmarkt frachtmarkt das ist das jetzt dürfen keine anhänger mehr angezeigt werden das muss so eine richtig eine Euro Palette sind mit Gütern drauf ah ja also bei frachtmarkt weil sonst bist du im verkehrten Reiter drin oder externen frachtmarkt nicht bei aufträgen ach so ich bin bei aufträgen wenn dann extern frachtmarkt gucken frachtmarkt oder externer frachtmarkt gut frachtmarkt ja ja geh mal bei extern frachtmarkt externer frachtmarkt ach da ob du nach Hamburg die Tour hast ja Hamburg 8500 plus naja ist doch viel ja und von Leipzig gibt es nur scheiß-Toren ne also jetzt auf dem normalen frachtmarkt gibt es mehr auch besser ja da müssen wir doch gucken wenn ihr da mehr seht da ist definitiv nach Uppsala da habe ich Örepro nach Hamburg nach Ostdorf nach Frankfurt am Main nach Frankfurt am Main nach Frankfurt am Main mit 39 Stockholm 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 nach Mannheim habe ich den besten Strecken was? Bergen habe ich nicht ich habe okay Bergen drinnen Mannheim Mannheim habe ich auch nicht ja gut komm dann nehmen wir halt Hamburg von der Abend nehmen wir aus Hamburg kommen wir auch mal nach Hamburg alles soweit angenommen ist müssen wir jetzt nur noch laden fahren und das wird auch nehmen von Euro Goodies wir laden wieder da wo wir vor uns geladen haben fertig zum losfahren ist rot ja ich habe es gemerkt freut mich da müssen wir uns unterwegs irgendwo ein paar platz suchen wo man schöne fotos machen können zu 5 zu 4 ja wenn da endlich mal das update da ist dann können wir da nochmal zu 5 die Folge würde machen das update achso ja damit das jetzt auch anderen damit er da einer wieder mitspielen kann man muss aber auch das Zimmer entsprechend fertig sein wie genau rechts ab gut das wird aber enger das ist das Zimmer fertig ist nee wir kommen gerade gehe schon vor gern gegen deswegen heißt der Gegenverkehr gegen weil er dir entgegen kommt ja es hätte sein können dass hier eine roten Ampel nicht anhalten ich brauche bisschen mehr Platz das wäre so ein ausschweifendes hinterteil ja nee ich muss vornherum ein bisschen mehr Platz nehmen damit das Arsch noch rumkommt rechts halten äh muss man jetzt weiter ausholen ne das Schleim geben wir ja du bist die Kurve etwas größer vorne im Hof und wenn du in einen Faden reinfährst du einfahrt auf der rechten Seite dann also immer schön in den Gegenverkehr da musst du in den Gegenverkehr definitiv sonst wird es zu enger das ist aber auch nicht gerade so forderlich in der Innenstadt dann ja das du wirst dich da schon dran fahrerisch es können was gebraucht wird langsamer und viel enger lenken biege nach rechts ab da ist schon wieder hier eine da haben wir schon mal gehabt hey ja biege nach rechts ab ja diesmal geht es ach jetzt muss man das ja noch einparken ey ach du scheiß wir müssen es abholen ja aber nicht rückwärts keine Sorge ja auch rückwärts vergeht das warum denn nicht wieder mich verarschen hast du es beim ersten Mal gekriegt? nee dachte jetzt versuchen wir alle gleichzeitig da geht das hier schon so viel blau gelb ist drin bin ich da richtig? ja ja da musst du hin aber von der anderen Seite achso ja eben ich sehe es gerade ich muss ja noch in die Kurve ja du musst in dem Park in dem Ding musst du am besten so einen Kreis fahren weil du musst hier vorne schon extrem am Zaun lang fahren sonst musst du die Ladestelle nicht achso weil du kommst hier nicht so rum dass du jetzt hier so am Zaun lang düdeln kannst hat es irgendjemand geschafft schon beim ersten Mal? nein 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 dann sieht man da ganz schön und in der draußen mit mit dem Orsch zu weit weit draußen ne? ich hab aber auch enger als du genommen hier dann dreh ich noch ne Runde das ist halt das Problem wenn hier jetzt so 10 mehrere drinstehen man sieht nix mehr fest ey alter ich hab's jetzt seht ihr mich drehen ich seh nix leute oh ich bin zwar drin oh wie das aussieht an 3 gleichzeitig schreien komm schon komm schon ich geh mal zur Werkstatt packen im Kleinschirm da war er da war er da war er gucke mich ah alter weg alle im Weg stehen hier gleichermaßen ey ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg wir sollten vielleicht nur mal erst warten bis einer fertig ist ja ich geh zur Werkstatt was reparieren ja aber wir hören trotzdem noch 3 die sich ja drum gekümmert gekämpft haben ja ich feier dann damit weiter das sieht jetzt gut aus jetzt haben wir's geladung erfolgt ja frau mara ist das heute noch rein kann ja darf ich erstmal wieder den gang anschalten ja ja ist dann gut ich vergesse immer dass du schalten musst hier ist jetzt noch ein anderer algeräte da grad ein bisschen bescheiden steht gut gott hast du naja fährt gerade noch ein motor aus und dann das könnte vom Arsch her immer noch nicht passen oder jetzt witscht er nö da musst du auch eine Runde rumfahren du musst ganz am Zaun entlang kleiden mit der Schnauze ja da musst du aber auch wenn du an dem Anhänger vorbeifährst Richtung Tor erst mal damit der Arsch noch rumkommt oder Holger manipuliert nicht rückwärts pass auf das wird's das kann er ja die Zugmaschine steht schief du bist mit dem Arsch am Zaun mit dem Unterzugmaschine dreh noch mal eine Runde und notfalls nicht pass auf das pass auf also rückfahrprofi optisch sieht das schon gut aus definitiv ja klappt herrlich und jetzt Motor ausschalten und eingearbeitet hast du rückwärts eingefahren zack 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 hat's nur umgedreht schön ok dann kommen wir los Ricardo gebt den Ton an er ist vorne ich weiß gar nicht was ihr habt man kann doch rückwärts fahren mit dem Ding ohne Probleme ja du bist weiter oh Ricardo ist auf der kleinen Kreuzung ich kann überall hier umwenden vollprofi bleibt vollprofi ja man muss da kleine Bewegungen machen man kann da nicht jetzt hier voll ja du musst gegen denken weil da hast du nochmal ein Glied was nochmal gegenschwenkt du musst gegen gegen denken demnächst links abbiegen das ist wahr bei mir ist noch grün wechselt auf gelb ja ja biege nach links ab ich wache doch der Bußfeld ist steuer du hast ja vor uns hast du besser geporkt naja das stimmt ja geh du vor wir fahren kannst ja langsam weiter ja wir können weiter fahren wir müssen ey um ne ruhe der Ampel hast du dich wieder überholen lassen Riccardo er hat auf den Bus gewartet also wenn wir hier Doppelspur machen kommen wir alle über der Ampel weil es wird gerade grün na dann Problem ist Holger ist zu weit hinten das schafft er nicht ich glaube ich wird hier schon für mich knapp er hat nur 750 PS mit 70 gehts weiter wir können ne wir haben ne Ampel dann haben wir ne Ampel wenn wir ein Rennen machen das kann ja wohl wo ach da gewinne ich nichts warum auch immer grün das ist vor mir Gas gegeben ich war ja schon grün ehrlich gesagt oder mein unverschämt und wir fahren 80 schön na komm der erste 80 aber du hast weniger geladen als ich glaub wir haben alle dieselbe Menge drauf aber wir können auch theoretisch teurere Aufträge annehmen und hier so einen äh Flachanhänger nehmen oder? als Doppelten da kannst du wenn du kein Flach sondern so ne einen Auflieger halten wo du Container wo du Container drauf machen kannst dann kannst du alles fahren das wäre der Ideal wir müssen jetzt links äh rechts abliegen aber die Container haben dann die Farbe die uns vorgegeben werden ne ja die sind meistens grau bei den Dingern jetzt bei den Anhängern rot äh rot rot nicht vorlangsam ich glaub kann in der Mitte stehen ja dann kam es ja nicht mehr rüber ne wiege nach rechts ab oh guck mal du hast dein Anhänger hat jetzt auch auch ein L-Kennzeichen ne äh ja den hab ich in Leipzig gepackt aber mein LKW nicht nur ein Anhänger ja ist gut und grün oder doch wenn die Kurve schön aushören sonst bleibst du mit einer Orange an der Leitplanke hängen ich weiß nicht mehr ob ich meine LKW auch in Leipzig jetzt gepackt habe kann sein dass die auch äh deutsche ganz fahren ich komm voll Kanone wir haben jetzt was bei dir voll Kanone ist fahr 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 bums so warte geht's wir müssen jetzt so noch aufschließen und dann sind wir da bei euch das gewohnte Bild im Rückspiegel wenn ich nach hinten gucke Riccardo hängt mir ab überhaupt so ne ich bin gerade am gucken äh Sam du ja hier deine Ladung hat 10,6 Tonnen meine dem äh so 15,3 ja wirklich unterschiedliche Tonnen Ladung ok und ich hab 15,3 also ich hab 5 Tonnen mehr als du das ist doch recht ja der LKW hat irgendwas um die 30 Tonnen also ich hab 10 Tonnen tiefgekühlte ja das ist 10,6 ja der LKW von mir das selbe ja wir transportieren das gleiche aber und dann kriegt ihr noch mehr Geld unverschämt ich krieg nur 12.000 schöne Suchkennstatt hinter mir so ich hab gleich auf Riccardo aufgeschlossen naja da kommen deine ja und siehts aus mit Holger seh ich hinter mir noch nicht ich seh die ich seh auch die anderen also wenn ich den Rückspiegel gucke seh ich 3 Autos naja das müssen passen ja ein Stück ich bin jetzt vom Radar ausgegangen bisschen weiter weg also halt aber komm jetzt ran ich seh ich seh den Spiegel wenn ich auf den Spiegel schau du siehst den Spiegel wenn du auf den Spiegel schaust das ist schön ja er hat so ne spezielle Einstellung gemacht wahrscheinlich oh meine Radio ist aus ich hab schon gesagt wird so ruhig ich muss das mal machen aber der nächste Rastplatz bleibt mal stehen du musst halt ja mal ne Taste legen für den nächsten Song oder sowas ich setz schon mal einen Blinker ja ich hab auch schon Ach Riccardo du hast diese Ladebordwand geweht ne als als Ende mhm ok da steht aber schon einer den trägen wir weg wir sind mehr wollen wir gleich tanken oder so Ja ich muss zwar nicht aber ich bin doch nicht ich bin doch voll ich habe ich muss jetzt auch noch nicht unbedingt aber wenn wir es weg haben hauen wir es weg das mal der Karte zieht durch äh Sam ich würd mit äh ohne Tüter reinmachen oieieieieieiei Na dann tanke ich jetzt auch noch nicht ne ich muss mich erschrekken neue rote fällt schon gekriegt habt ihr euch jetzt hingestellt stellen wir uns ganz nach rechts und dann passt das ach misst du vollstrecker das war eben dann uns vorbeigefahren aus leipzig kommt ja auch also mit zwei anhängern proxie scheiße da kommst du vorbei oder schon war warum bist du unbedingt vorbei wo müssen die differenzialsteuer an kann ich nicht losfahren genau gepasst ohne unfall ist noch recht das keine das sind noch zwei spuren da sind noch zwei spuren da komme ich nicht vorbei am besten vorbeifahren ja passt 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 warte wenn ihr euch links vom sam stellt dann wird das schwer verparken deswegen bin ich ja in die liegereien dass alle anderen dann hinter mir gehen der vollstrecker kommt und bitte meinen kW nicht ich hänge oder hängen sie an dir ja ja und gerade fahren ein stückchen vor fahr du ein stückchen zurück und wohl breiter weil sonst kannst du dann auch noch fahren dann stehst du dann dann komm ich nicht zurück dann stehst du nicht vor alter fahrer ist das umständlich jetzt passt jetzt passt jetzt passt jetzt passt ja ja ist gut äh du musst dran vorbei an allen vorbei fahren an allen vorbei fahren frag wenn es passt dann vorbei fahren der letzte weg ist deine komm komm ein bisschen mehr hast das holger komm komm wir nach vorne und weiter ausholen beim vorbeifahren ich kann ein schönes Foto machen mehr ein bisschen mehr passt und jetzt rein müsstest du reinziehen können langsam langsam jetzt gerade dreh die länge gerade 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 ja weiter und jetzt auch gerade zu fahren vorne jetzt müsste gleich hängen bleiben oder jetzt sein ne ne ok wunderbar aber Holger müsste ein stück näher ran an dich du siehst du das gleich da ja du bist ein bisschen weit weg von mir hooo was fährt er denn zum kleinen hänger was fährt der denn zum kleinen hänger weil das blaue ist auch zu hell jetzt haben wir zweimal dunkelblau und zweimal helles blau ich dachte ich habe schon dunkles ne also du hast das blau wie ricardo dann behoben die jetzt alle erstmal ein Stopp, voll verbleiblich, bleiblich. Okay Jungs, dann machen wir noch hoch. Ja, er ist weg. Gut. Ich bitte mal die Rückwärtsgänge reißen. Ja, Rückwärtsgänge raus. Komplette Beleuchtung. Warum ist eure Beleuchtung cooler als meine? Also, okay. Habt ihr heute hier an? Ja, aber deine Leuchtung. Aber ich mache das Licht an, da hast du über. Mein, wenn ich mein Fernlicht anmache, ist das so. Oder? Ja. Ah. So, macht man alle Licht an? Fernlicht. Fläne nochmal nach rechts, voll, dass uns ins Fläne ist. Warte, warte. So. 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 Kein Hinterpfuscht, das war gut. Aber wie gesagt, wenn man von oben guckt, sieht man die schönen Farbunterschiede. Ja, wir haben gut getroffen, wir beide. Die Rollen sind zig heller. Wir müssen einfach mal den Farbkot dazu eingehen. Aber was hast du für einen komischen, hinten am Anhänger für eine... Das ist ein Luftleitblech, was hat Riccardo auch dran? Ach so? Ja, das ist 50er-Jahresteil, John Travolta. Ja, ganz nah hin. Okay, ich denke, das kann man so lassen, oder? Okay. So, jetzt muss der Rechte als erstes alles fahren, sonst wird es zu eng. Na, Holger. Holger, gibst du bis zum Ziel die Tuftführung? Oh Gott. Du schaffst das. Sag halt immer schön Bescheid bitte. Ah, das ist doch so ein Kaleffekt-Kabine. Ja, ich wollte eigentlich nicht. Weil ich mag das nicht so, wenn da so gelblich aussieht, ehrlich gesagt. Wobei mir das Gelb nicht so ganz gefällt, ehrlich. Musst du mehr, aber du machst doch mehr Blau. Ich habe das nicht hingekriegt, ich habe keine Lackierung gefunden, wo ich drei Farbtöne habe. Es gibt ja einige, da hast du auch einige mit vier Formen. Ich habe jetzt nichts entsprechendes... Also standardmäßig ist es meistens die Metallic-Lackierung, die du jetzt drauf hast. Wenn dann kriegst du einige DLCs, kriegst du dann Standardformen mehr dazu. Ja. Holger, fährst du 80? Nein, noch nicht von 50. Ja, merke ich. Was? Sagt drauf Bescheid. Ja, ich habe es auch nur gemerkt, dass ich ihm fast drauf gerucht bin. Gut, dann fahr aber jetzt. Ja, jetzt beschleun wir uns, 70 bin ich gerade. So, jetzt habe ich 80 erreicht. Okay. Das sieht schön, also wenn ich hier von hinten gucke, eine schöne gelbe Kolonne vor mir. So muss es sein. So, jetzt geht es gleich rechts runter, so wie es aussieht. Jawoll. Ja, okay. Rechts halten und dann rechts halten. Du sollst nicht nach links wechseln, wo willst du denn dich schon wieder hin eiern? Das lag daran, dass ich Holger bremst. Nicht du, du bist nicht... Achso, na eben. Wiege nach rechts ab. Wer ist der, wer ist der hinter Holger? Man muss Holger sagen, ich bin hinter Holger. Also ist Rekorde der hier so rumheiert. Ne, ja, ne, ich hatte eigentlich ein Tempomat drin, ich weiß nicht warum der rausgegangen ist. Ich dachte jetzt so gerade, warum wird denn der so langsam vor der Abfahrt? Also Abfahrt ist mit 80, machbar locker. Ja. Holger kippt nur ein bisschen. Überholen sich dahinten schon wieder, ey. Na, wenn der ja so rumschleicht. Ja, ich musste bremsen wegen dem vor mir. Ach, deswegen bist du sogar, also so geschlängelt. Ich dachte, was ist das jetzt? Rechts halten. Ja, rechts wird rechts. Kann ich rumkommen? Nein. 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 Du müsst aber, ist einspurig rechts. Ich muss aber! Es wird rechts. Vielleicht schaffen wir es zu zwei. Grebel. Hast nicht versucht mitzukommen. Ne, das ist zu eng, das macht man nicht. Ah, Leipzig lohnt sich gar nicht, denn Role ist vor uns, der hätte das gar nicht mitbekommen. Deswegen, das wäre aber sowas für uns gewesen. Wäre er hinter uns gewesen, hätte man gemacht. Das fällt mir ein, ich habe das Buch noch gar nicht hingelegt. Na, heute passiert hier auch nichts. Meinst er? Wir haben uns Profis, die haben keine Unfälle mehr. Haha, klar. LKW von vorne, freundlich grüßen bitte. Geldloschef. Hösch geht geradeaus. Ich muss mal die Hoopie-Sprache da lernen. Gibt's bestimmt so einen Code dafür. Haha, also wenn die überholt wird, gibt's nicht Hoopcode. Mhm. Und dann, wenn du überholst, gibt's einen Klinkercode. Freie Kaffelland, wir sind schon oben, das ging ja flott. Oh, das... Irgendwie drückt das Headset heute ganz schön auf den Burner. Auf dem Kopf. Mhm. So, jetzt scheint's wieder rechts raus, oder? Links. Wir bleiben. Wir bleiben. Auf der Sprung. Nicht am vorn. Auf der Sprung. Eine. Karte mein Lieber. Karte. Ja, na... Deswegen kannst du's trotzdem nicht so sehen. LKW über uns Aber jetzt haben wir den Stop gemacht, weil ich wollte eigentlich mein Radio anmachen Ja, nochmal so weiter Legts mal auf ne Schnelltaste Ich hab's auch vergessen Dann bitte auf die nächste Raststätte stehen Schöne Wetter! Ach komm, wir fahren jetzt nach dem Ort LKW von vorne Ich versuche euch wieder zu kriegen mit 90 Also willst du jetzt wieder auf dem Fachplatz? Ah ja, nur kurz Na ja Fahr doch kurz auf die Raststätte und wir gehen auf 50 runter Oder auf dem Randstreifen meine ich Holger, 50? Ja Sondern er kann kurz anhalten, macht sein Radio an Es sei denn du willst das auch machen Nee, ich mach das in Hamburg Also hätt ich gesagt, machst das auch und lass mich dann auch wieder vor Wir sind da rutsch, da drücken, da sind keine 10 Minuten mehr Ja Ja, zwei Minuten Wir sind bei 50, Sam Ich fange vorne runter Bremsen Ich fange bloß durch den Tange Ich fange bloß durch den Tange ich sagte nur dahinten auf dem fahrplatz steht auch er wir sind schon unterwegs 80 ist mir voll eingefahren das haben wir nicht aufgenommen ach es hat niemand jemanden berührt dass er nicht so müsste zählen doch ich habe einen Prozentscheid die Reifen auf Prozentscheidung guck mal mal auf meinem Stream auf YouTube äh du Schatzkirchst man hat ihn gekämpft aber ohne Witz du bist so stehen geblieben jetzt mal ein Blinker anmachen können aber hat das angekündigt das da anhält ja so noch nicht wer hätte gedacht dass er sich nur rechtlich behalten ja wohl Schöpfen auswärts festhalten und an was durch mich fest und aber nächstes Jahr der Regulierung die Ausfahrt und falls er hat er schon bei dem Topolber steht aber steht der Schöpflöger wir haben das geflogen und was ist los ich bin nicht geflogen du stehst hier vor mir was ist kein geschlecht ist er nicht in die Uhr ich bin voll in den Femm reinget so wo wir mal im Büchlein heute passiert nichts wir sind Profis Ne, ihr sind alle weg jetzt. Connections gebrochen mit dem gesamten Server. Super, 15%. Also ich sehe den noch, ich habe hier einen blauen vor mir gerade. Äh, Ghost Mode. Ja, jetzt ist Ghost Mode, ja. Was ist denn mit dir los hier? Was ist mit mir? Also Rekorde, du bist mir drauf gedonnert. Ja, ich bin dir drauf gedonnert. Also jetzt wieder alle rausgehen und wieder neu reinladen. Ja. Aber ich fahre erst das Kreuzende. Ich fahre erst hier raus, damit nicht da irgendetwas spawnt werden wird. Wir können ja nochmal Server 1 Stands probieren. Dass wir ein paar mehr Leute haben. Ich habe jetzt sehr gesehen 20% Schaden. 15. 17. 18. 19. Nee. 20. Ja, René, erst sagen, läuft bei dir und dann Zeit zum Blamieren. Dann, du bist nett, Dankeschön. Also im ersten Server sind es bloß noch 1240, im zweiten Server sind es noch 2616. Aber wir gehen mal in der 1. Wir probieren sie mal. Wie gesagt, ich fahre kurz das Kreuz zu Ende und dann... Zeit zum Blamieren. Läuft heute. Das stimmt. Ohne Probleme. Server-Crash haben wir keinen Einfluss drauf. Mamma mia. So, ich glaube nicht kurz aus. Ah, Simulation 2 offline. Ja, die ist zusammengebrochen. So, dann machen wir auch mal gleich das Zeit zum Blamieren, ne? Bitteschön. Wie blamierst du dich da? Steht ja dabei, ne? Oh, das sieht aber schön aus, wie du das machst. Ist ja... Ein Depp. Also sprich, Rolle zum Deppen machen. Achso. Das kriegt man hin. Ruhige runter, tralala. Jetzt ist das gar... Weißt du, ich habe extra den Wert bei den Drachentarn auf 1000 gelegt, damit sich das lohnt, damit das die Leute nicht ständig machen. Weißt du, und das allererste, was René raushaut, als er es entdeckt hat, oh, Blamieren. Ne, was sind denn 1000? Die habe ich da ruckzuck. Wir sind beide Abonnenten bei dir, die gehen da ruckzuck zusammen. Ich weiß, ich muss es höher setzen. Ich bin bei 35.000 Punkten bei dir. Da kann ich mal 35.000 blamieren. Okay, also setzen wir uns das also mal auf 10.000 hoch oder 5.000. Wie weit immer noch? Ab draußen steht, stand es natürlich? Du bist über die Kreuzung drüber gefahren und hast gesagt, ne, ich roll mal ein bisschen weiter. Die Kreuzung war es nicht, aber ich bin da direkt drüber und dann nach rechts ran. Ja, vielen Dank, das hört man gerne im Stream. Oh, tschuldigung. Oh nein, mein Gott, toll, ja. Es hat gedrückt. Mikro. Kann man auch ausschalten. Scheiße, ich bin kein Killer, ich bin kein Dieb, ich bin nur ein Typ ohne Manieren. Schön, dass... So. Trabadalerlösen, das rennt heute. Platz 1 von 100, 121. Irgendeiner kommt hier angeballert. Okay, wir fahren los. So. Wir sind, ich will, jetzt sind alle da. Ja, das ist ganz, ne? Ach ja. Riccardo ist da. Holger fehlt noch. Holger fehlt noch. Holger darf dann wieder vorfahren, ne? Lass da wieder vorfahren. Vorfahrts, welches Spiel. Ah, ne, Holger, der steht da in einem Trinne von euch, oder? Irgendeiner steht da in einem Trinne. Ich hab 29%, 29% auf dem LKW und 7% auf dem Anhänger. Ah, ne, jeder steht extra. Okay, Holger, fahr vor. Wenn du da bist. Ah, ja. Achso, ich muss noch das Radio machen. Du wolltest das Radio noch anmachen. Ja, mein Ratsch ist an. Hätte Holger jetzt auch kein nutzen können. So. Weiter geht. Na dann. Och, der quietscht richtig vor mir, der LKW. Was macht der? Ne, der knarrt richtig. Beim Vorn gerade. Motor fehl funktioniert, hör. Kann auch mein LKW sein, der das macht. Bin ich jetzt vorne, oder sind alle... Ja, du bist vorne. Ich sehe euch nicht mehr. Ich sehe dich. Der Spiegel hilft. Warte. Ich weiß nicht, was der Spiegel da hilft. Vergiss nicht die Geschwindigkeit. Da sind doch nur Anzeigen drin. In der Spiegel. In der Spiegel sind Anzeigen? In der Zeitung. Ich spiele nicht nur in der Spiegel. Boah. Alter. Der war es wieder. Aber der feine Herr Frumjör fährt gerne 80. Der fährt definitiv ein bisschen schneller. Ja. Ich fahr 80. Ja, aber voll nicht. Also so wie du wegziehst von mir her. Dann fahr doch 85, um aufzuschließen. Ich hab vielleicht mehr Klaasen. Keine Ahnung. Der hat alles verloren zwischendurch. Also ich fahr grad 85, um aufzuschließen. Um mir da drauf zu knallen. Ja, jetzt hab ich ja Ricardo vor mir. Ne, ich bin vor dir. Du bist vor mir? Unter Werth. Ne, ich bin hinter dir. Wer fährt jetzt du, wem hinter wem? Ich vor hinter Holger. Holger ist ganz vorne, danach Sam und, äh, ne, danach auch Sam und dann Riccardo. Sam ist auf Platz 2, Riccardo 3. Ich auf 4. Du bist letzter. Ja. Ich fahr kurz über die Tanke. Riccardo auch. Das Problem ist halt, bei den Fahrten hier mit, wenn wir so wenig fahren, haben wir aber so viel Schaden und kriegen aber kaum Geld rein. Das ist halt blöd, ne? Wir müssten schon Fahrten nehmen, die wir mehr Geld rauskriegen. Ja, dann werden wir da hinkriegen. Ja, ich muss auch so einen scheiß Kritik abbezahlen. Äh, Riccardo, was macht ihr hier? Ja, das Sam steht hier. Ich hatte Motorville Funktionen. Bin extra nach links gegangen, dass ihr vorbeisehen könnt. Ich muss euch vorbeischauen. Ja, und Riccardo ist in der Richtung ausgewichen. Ja, ich, äh, nicht, dass hier irgendein LKW da stand oder so. Ich hab nicht gesehen. Alles gut. Also ihr könnt ruhig wieder... Okay, was ist das? Ausgewischen. Geist mich wieder, äh, fallen, dass ihr vorbeikommt. Holger, mal ein bisschen langsamer, damit wir auch schließen können etwas. Nicht viel. Kannst du rein? Hm. das muss Holger eigentlich, wenn du den hinten draufgerocht bist und der Silverworkdown durfte Holger gar keinen Schaden Holger hat gar nichts Glück bekommen, Holger ist ja weitergefahren, der stand hier einfach bloß, ich bin ihm ja voll draufgerocht Du warst gut Alle anderen haben Schaden, außer Holger Alle anderen sind den anderen hinten draufgefahren Ja, ich hab ja auch rückwärts einparken können mit dem Ding Ja das stimmt doch Das hat das eine mit dem anderen zu tun Ja So 64 Kilometer 63, 62 Beste Werkstatt Yeah Vorher kommt er noch Auf unserer Sprung Den grüßen wir Aber erst wenn er da ist, Ricardo Ja, testen, dass es nicht geht, wenn er da ist So, jetzt geht es gleich wieder runter, sieht so aus, ob wir links bleiben Wir müssen nach links wechseln Oder links wechseln Das hätten Sie aber immer früher an Sachen können Ja, aber du bist vorne Wie machst du das im Tunnel-Player? Wie machst du das im Tunnel-Player? Wie machst du das im Tunnel-Player? Tja, das will ich schon nicht Bitte links halten LKWs, die uns kreuzen Ich bin der Gurken-Killer Das Gurken-Killer Das Gurken-Killer Oh, der hat lang und kurz Ey, der einer hatte Autos Hier, 80 durch die Kurve Ohne Probleme Locker easy Locker easy Schmacki-Chari Hast du auch umgestellt, Ricardo, deine Einstellung? Ja, alles nach links Hast du auch gemacht? Achtung, wir haben uns Wir nehmen uns Wollte ich schon eine ganze Zeit machen, aber ich vergesse immer Danach will ich das aber machen Also, Mitte und den einen nach links Ich will das nicht ganz nach links machen Das ist zu abenteuerlich auf einmal Ich hab alle links Außer den Bremsers, die sind in der Mitte Aber ich hab's alle in der Mitte Eigentlich müssten wir das Skriptzug Auch noch ändern Anstatt dem rot müsste das eigentlich auch blau sein Aber ob sich das auffällt, ja Jetzt die nächste Die nächste runter, ja Hamburgs Zentrum Beim Zentrum mit Cäsar Mhm Gehe runter mit der Geschwindigkeit Wieso das denn? Auf 50 Hast du eine Genehmigung dafür? Motorfehlfunktion 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 Krichtzeiten Und dann Auswahl Krichtzeiten Und dann auswahl Krichtzeiten Dieses Mal hast du das gut gesagt Joa, ne? Ne, ich mein Decem, dass der Motorfehlfunktion hat Holger, du hast es aber auch schön gesagt Gehe mal auswahl Krichtzeiten Wir wollen hier ja kein Nicht loben Ich hab noch grün Ja, wir schaffen's nicht Wir sind viel zu weit hinten Motorfehlfunktion 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 Oh, Motorfehlfunktion Du auch? Ja Ich hab rot Ah, ja, ich auch Die Deutschlandlogistik wünscht eine gute und sichere Fahrt Danke Danke Dankeschön Grünen Bei mir auch Oh, ich kann's nicht glauben Hallo, Fahrer vorwärts So, 70 Und auf die rechte Spur Heißt wir eigentlich Leipziger GmbH und CoKG Da müssen wir nach links ab Was heißt mir? Leipziger GmbH und CoKG oder sowas? Oder heißt das nur Leipzig Leipziger allerlei Leipziger allerlei Theoretisch finde ich auch das Firmenende so GmbH oder sowas Ne, ne, das wird doch noch länger Das passt doch nirgendwo mehr hin Ja, ich weiß Ich hab jetzt einfach mal geschrieben Leipziger allerlei GmbH und CoKG Ich hab grün Ja, ist ja auch Alles 50 Geh doch nicht mal in der Stadt Motorfehlfunktion 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 jetzt in Hamburg rein ich hab grün 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 go 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 oh hier steht ja einer Achtung die stehen hier rechts halten und dann rechts ab und dann hat derarrändnis geflieben ich hab gesehen dann Hänger ist ich wechsle jetzt in die linke Spur weil wir müssen ja bei LKW rein Bleib in der Mitte Macht den Holger drunter? Oh Motorfilmfunktion, Motorfilmfunktion, Motorfilmfunktion Oh, den Holger ist ja erst da Oh, da kommt einer von hinten, der soll bremsen Ramisar hat sorry gesagt, wir warten Das ist noch Ramisar Ganz schön voll, Doro So rum musst du abgeben So rum, okay Das habe ich nicht gesehen Ganz schön voll hier drüben bei euch Wiege nach links ab Hallo, sieht ja ulkig aus mit dem hin und her Hallo Hallo, sag mal spinnst du oder was? Hier ist ganz schön was los Wie ist das? Wie ist das? Warte, Regarde, lass mich ja schon mal raus Das ist wohl leider egal Ihr alle seid doch schon drünger Warte, lass mich ja schon mal raus Das ist ganz, das ist nämlich Vom Tor aus ran Wo ist jetzt die Werkstatt? Ich fahr auch jetzt in die Werkstatt Ach, ich bin falsch rum ran gefahren Alles klar Du bist ja auch nicht Ja, wie Joko schafft Kätzchen fast nur umgeschmissen Wenn die das mal als Bild auf der Karte mit anzeigen, wie rum die Parkstation ist und man das sehen würde Ja Alles gut, ein bisschen Sand in der Kupplung 51.000 kostet das nicht Hahaha Ah Ist das krank Ah, ich hab vergessen Ja Ich hab auf T gedrückt Statt auf Aus und Naja Ach, Regarde, wenn du jetzt am Ding stehst Kannst du ja an deinem Anhänger die blaue Form etwas dunkler machen Naja Ey, was macht der denn hier? Wie kriegt der mich ein von dem? Das ist normal Ja Werkstatt, Werkstatt Links reiß, links rum, gerade drüber Über die nächste Ampel gerade drüber, dann links Ich lass hier nur erstmal einen Holger rausfahren Der will glaube ich zuerst So, dann gucken wir mal ob die Jungs fleißig ordentlich unterwegs waren Naus mit dir, vielleicht lassen sie dich erstmal raus Bevor die anderen reinfahren wollen Frachtschal Okay, Frachtschal Okay, Frachtschal Okay, Frachtschal Ja, ich hab den auch reingelassen Ja Da steht ja schon der nächste wieder vor der Tür So, wohin gehen wir? In die Werkstatt Wir müssen auf die anderen Motten Wieder links rum Und dann gerade alles Da kommt ja ein roter LKW auf deiner Spur entgegen Wir müssen nach Alborn Dann von Alborn nach Cuvola 87 Die Kilometer Wie fährst denn du schon wieder? Wie der das Ding immer wendet, ey Wer ich? Ne, Rekorde Der haut es in der kleinsten Ecke um 90 Grad rum Der zweite Anhänger, der küsst den dritten Anhänger bald Und dein Blau ist immer noch zu hell Steht da Farbcode nicht dabei? Die Summe? Nein, gibt's nicht Gibt's nicht Gibt's im ATS so nicht Warum gibt's da kein Farbcode? Wir haben Ich hab mit René schon gesprochen Vielleicht gibt's die Möglichkeit Dass es da irgendeinen Mod gibt Dass du das im Singleplayer so machen kannst Ja Aber jetzt krieg ich nicht mehr gewendet Und du brauchst nur das rückschieben genauso Oder drehst einfach weiter Oh, mein Räuber ruckelt hier was vor mir hin Ja, das tut mir leid Alles gut Der ist grad hier voll Ja, lackiere mal um Und ich sag dir dann, wenn du dann gemacht hast Ob's nicht von Blau besser ist Nur ein bisschen dunkler halt Da kommt der Holger, der zischt wieder Ja, jetzt ist's besser Kann Holger auch gleich machen Okay Rekorde, bleib mal so stehen Bleib mal dort so stehen Bleib mal so stehen Du sollst den Anhänger nicht selber knutschen Oh, warte, jetzt hab ich Ich hab hängen geblieben Ja, du bist noch ne Young Sailor Oh, du kommst an Ja, immer noch Immer noch Sailor Ne, warte, warte Du bist mit Rolle fast gleich Ja, warte Ich hab ja noch etwas dunkler So, Wartung von 22.000 Na toll No, ich hab hier Äh, ja Mit Rolle, dein Blau müsste doch ein bisschen dunkler werden Naja, warte Noch dunkler, ist noch schon dunkel So, jetzt mal die andere Frage Wo krieg ich dieses Metallic, äh, dieses, dieses, äh Na wisst schon, Chameleon weg Du musst, du musst ne Farbe Das ist zu dunkel jetzt, Rekorde Äh, du musst bei den Lackierungen gucken Äh, was gibt's denn da alles Du hast ne Vierachse, da hast du nicht so viel alles Wohl beim, 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 beim Äh, Volvo Ich hab hier Blue, aber da hast du bloß, äh Das ist die einzigste Farbe Dann hast du Bronze, Silber Schwarz Deep Aquamarine So, dann kommt benutzerdefinierte Farbe Warte, warte, warte Äh, ich muss noch erstmal umstellen So, Vierachse, was haben wir denn vierzigen jetzt da Das Metallic, das Metallic, das Metallic, das Metallic Das ist auch Metallic Ne, dann, dann, das ist bei dem Volvo nicht möglich als Vierachser Äh, okay Dann bräuchtest du jetzt, wenn du, wenn du das Spezialtransport DLC hättest Also Heavy Cargo, dann könntest du wirklich sagen, okay, du machst so Farbeisen Oh, guck du, fast Dem nur wie, wie die Sonne scheint Warte, ich muss meinen, meinen Anhänger genauso wie deine da hinstellen Das passt doch, in der Einwand frei Gut getroffen Das ist fast genau das gleiche, wenn die LKWs genauso zu Sonne stehen Das, ja fast, meine ist ein bisschen dunkler Aber Jan Holger Seiner ist ein extrem hell Ja Ah, ich bin dabei Der LKW oder der Anhänger Der Anhänger Das Blaue Wenn du überlegst, mein Blau wäre ja noch heller Ja Aber ich fahr ja raus, die Leute da, die kommen gar nicht mehr klar Hm, ich bin dabei auch rot gefahren Pst, präimlich Pst, präimlich Besser jetzt? Nein, es hat schon nichts verändert. What? Nicht? Bist immer noch viel zu hell. Immer noch zu hell? Ich hab bei mir in das blau-ok-schwarz-ton drin, das ist oben auf der rechten Ecke. Komplett oben. Ich bin bloß in der Niance tiefer drin. So, Voreinstellung. Jetzt ist es zu dunkel. Okay. Ein kleines bisschen heller. Ein kleines bisschen heller. Aber nur ein kleines. Ich komm mal in euch reingefahren, damit man mal einen Unterschied sieht. So? Warte. Holger, perfekt. Sehst du das, während du das baust? Ne, ich sehe das, wenn du das angestellt hast, siehst, weil ich in India stehe und von oben drauf gucke. Du bist noch zu hell. Du bist noch zu hell. Holger hat es perfekt getroffen. Ne, ich kann nicht zu hell sein. Guck doch mal, ich bin doch schon dunkler, so dunkel. Guck doch, nimmst nimmst doch mal an und switch dann raus. Weil dann sehe ich es, Asch, bei mir. Warte. Ich mach erstmal die Felgen ordentlich. Jetzt ist Holger weggefahren. Ne, da sind Portugiese da. Das ist zu dunkel. Das ist wieder zu dunkel. Das ist zu dunkel. Ich hatte doch die richtige Farbe, ey. Ne, das war schon anders. Das ist ja wirklich, ey. Fast dasselbe Ton bei uns. Und das? Ja. So, ja. Einen Hauch zu hell noch. Einen Hauch. Das hatte ich vorhin gehabt, ja. War dieselbe Farbe wie ich vorhin hatte. Geh noch mal rein. Mach mal das Ding auf. Geh mal in die Farbe. Geh mal auf das Blaue. Mach mal den, 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 den schiebst du einfach hoch in die Ecke. Was ist los? Den runden. Einfach hoch, hoch, hoch rechts in die Ecke. Dann wird er doch hell. Ja, ne, du sollst den Farbton vom Farbton wechseln. Was? Vom Farbton wechseln? Wenn ich den hoch in die Ecke schiebe, wird er heller. Wenn ich runter schiebe, wird er dunkler. Ich hab meinen Blaue oben in der Ecke. Ja, aber du hast den Regler doch hier auch anders. Den anderen an der Seitregler. Jetzt, warte. Wenn du den tiefer, wenn ich den... Dann musst du ein Stück tiefer. Ja, so, so, so ungefähr. Warte, ich muss wieder raus wechseln, sonst seh ich es nicht. Ich seh schon, ob er noch LKWs. Nee, das ist alles viel zu hell. Nee, nimm den, den du jetzt hoch in die Ecke geschoben hast, ziehst du wieder runter. Ach nee. Da muss... Da muss er gut voll... Da muss er gut voll... Wie mach ich das? Nur ein Millimeter. Ein Millimeter. Schieb den mal noch ein klein. Guck mal jetzt. Nee, nee, zu tief, zu tief, zu tief, zu tief, zu tief. Zu dunkel, zu dunkel. Ach, Leute. Das ist auch 5 Millimeter aus der unter dem, wo der Blaue sitzt. So ungefähr. Ja. Das ist immer noch zu dunkel, oder? Nee, das ist schon besser. Noch ein Stück oder nicht? Kleines Stück oder heller noch. So ist perfekt. Gut, dann speichere ich mir die Form auch schnell, einen Moment. Ja. Warum hast du noch einen weißen LKW? Ach so, das hat das DLC nicht. Wahrscheinlich, du. Ja, wer hat einen weißen LKW? Du, Sam. Warum hab ich einen weißen LKW? Die Zugmaschine? Ja. Weil du das schwerlaste DLC nicht hast. Jetzt passe ich nur noch ganz schnell die Felgen an. Oh, fuck. Das sieht aus, ey, Alter. Wo ist ein Rekordio hingefahren? Wir hätten ja gleich mal gucken können von nach den Aufträgen dann. Können wir doch machen. Ein bisschen welche, die auch ein bisschen mehr Geld bringen. Unbedingt. Ja, Holger, danke. Entschuldigung. So. Ich hab immer so ein Problem mit meinem Magen. Ich weiß. Komm, das ist so leider. Tut mir leid. Also, ich mach's nicht mit Absicht. I know it. So, Jungs. Habt ihr schon geguckt nach Aufträgen? Ich bin grad dabei. Externer Frachtmarkt. In Hambelburg. In Hamburg gibt's nichts extern. Nö. In normaler Frachtmarkt. Malmö, Malmö. Nach Malmö könnte ich fahren. Das höchste ist bei mir Helsinki. Hab ich nicht, oder? Also mein höchstes ist Schweden-Fest Terras für 40.000. Ich hab' ge... Hast du auch auf Hamburg geklickt? Ja. Köping, München, Dresden, Helsingburg. es ist alles sehr gering so finanzmäßig ich könnte nach malmäh fahren das macht 101 euro pro kilometer malmäh ist das finland oder ist das das ist schweden direkt an das ist das ist nicht weit weg von uns mein höchstes 37 höchstes 99 was 99 ich habe alle punkte warum habe ich denn da so wenig und jetzt gerade wo malmäh ist also ich fahre durch malmäh durch wenn ich nach helsengie fahre vielleicht könntest du habt ihr was in schweden ich könnte nach linker bin ich glaube auch jönköpping jönköpping linker das ist oben oben bei upsala wo ihr als letztes gewesen seid habt ihr sonst turku nantali kapelska stockholm söder telja linker bin ja jönköpping linker hätte ich zwei mal das wäre ja was hast du linker bin habe ich ricardo ricardo wie sieht es bei dir aus die ball ist eddie murphy musst du rauchen vielleicht kannst du dann nicht bescheiden sagen dass du kurz weg bist hast du linker bin ich habe arbeitsplatz entfernt das ist fast sicher dass ich dir was gesagt habe guck mal auf der linker bin drin ist bei dir also ich habe es zwar nicht aber ich würde mitfahren weil ich dann weiter nach helsengie fahren würde im moment was habt ihr linker bin linker bin in schweden externe 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 gibt es nichts fragt man linker bringen bringen was willst du nach helsengie helsengie habe ich auch deswegen das passt ich würde nach helsengie fahren und ihr fahrt nach linker bin dann fahren wir zusammen trotzdem linker bin ja oder was höheres wenn der helsengie hast du sowas also ich fahre nach malmö da fahr ich auch mit hoch malmö geht auch ich hab beim beim bingeln gesundheit wohin fahrt ihr ja guck doch mal sonst noch da linker bin malmö helsengie irgendwas richtung upsala hoch ja ja ich hatte fast der rast das ist links von upsala was krass der rast oder fester fester in schweden ist wir haben es in schweden 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 nach west terrasse meinst du hast was terrasse ist aber liegt nicht auf unserer strecke das ist abwegig ich habe stockholm stockholm würde auch gehen da fahren wir von würde ich auf alle fälle vorbei waren wie sieht es denn aus mit helsengen burg wo ist das relativ unten an der insel aber mann also haben näher über malmö da fahren wir auch durch jetzt ich fahr nach mal mehr stimme wir fahren auch an helsengen burg vorbei kannst du nehmen wenn du das willst ich schulde in stokholm ok also nehmen wir alle unsere tour auf und und fahren dann in schweden müssen das war auch mal das noch mal mehr wer zum schluss sind wir sind die meine tour geht nach helsengen also das dann das letzte ziel also das dann das letzte ziel ja 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 ich hole dir meine fracht hier rechts ich auch ich auch achso gut und holger ich muss nach links rum da ist wieder eine extra burscht da Junge du hast wieder gut wieder eine extra burscht immer geradeaus und anhalten rechts abbiegen ne Strangbeine später rot irgendwie neblig da draußen oder? irgendwie ist das bild zu matschig gerade das habe ich auch das gefühl ok gut jetzt bin ich nicht alleine so hmm Kaviar 15 tonnen mein lebe schon ich freue mich noch 10 tonnen ich habe 2 da fährst du mit so einem großen Anhänger? ja sind aber Blumen jetzt überleg mal wie viele Blumen das sind Flussboden oh ich hänge fest hier biege nach rechts ab wo ist die Ladestation? ne du musst doch schon mal in das Ding hier vorne rein fahren achso muss er erst annehmen achso naja muss er erst annehmen den Auftrag das ist nur bei externen wo er sofort angenommen ist ja nimmst du dich erstmal schön die Vorfahrt hat hier heute? Konto überzogen ja ich weiß deswegen das ist nicht meine Schuld glaub nicht haha komm Junge fahr doch mal weiter wir halten hier den ganzen Verkehr auf wegen dem Idioten und die sind alle angekommen was ist denn hier an der Ausfahrt los? ne hier stehen ein Fall Leute die fahren einfach nicht rolle wird noch Richtung Zeit fahren ja ich muss erstmal ich sehe hier nichts gerade ich sehe nur LKWs ich versuche raus zu fahren hier fährt mir gerade ein voll entgegen so ich bin draus ich fahre ein bisschen weiter ne es ist viel zu viel los hier so ich lade braucht mehr als eine Stunde zum laden auf gehts so Holger hast du auch schon aufgeladen? ja stimmt jetzt läuft auch unten durch Einkommen von deinen Mitarbeitern das wird sonst ja nicht wirklich angezeigt multiple ja ja lief grad durch ein kommt 1800 oder sowas ja das war ja richtig fleißig da ist ja nix so ja das sind ja auch neue Mitarbeiter erst ne achso du hast sie halt wieder raus gehauen ja ich sage mal so solange habe ich das noch nicht das Unternehmen das ich da mit dabei habe oh hier vorne stehen schon wieder solche blau gelben ey ich krieg den kriegen wo ist Holger? ich dachte der ist hinten links hinten rechts noch biege nach links ab ich habe rot aber Holger müsste jetzt auch langsam ranfahren ja jetzt ist was was sagst du Holger? ich hatte das jetzt auch das durchläuft hier hat der Einkommen hm lasst es dir schmecken was gibt's denn? nöse das übliche nöse achso wenn wir nochmal fahrt ihr weiter oder haltet ihr am Straßenrand an? wir fahren mit 30 sonst hätte ich nochmal ganz kurz in die Skalierung geguckt wenn ihr gesagt dass ich die Skalierung einstellen kann jetzt nochmal grün dann komme ich ja gar nicht dazu die das einzustellen ich glaube wir werden schon irgendwann mal anhalten ja dann vergesse ichs bis dahin das wisst ihr ja auch wie ihr auch immer alles vergesst ihr müsst ja auch noch Radio einstellen gegebenenfalls ich hab rot was wollt ihr denn einstellen? ich will nochmal kurz in die Skalierung was einstellen 45 bin ich da Positionen Grafik Benni hatte mir da empfohlen die Skalierung von die Skalierung ist oben ja rot soll wohl wie fährst du da jetzt? wie fährst du da jetzt? soll wohl die Skalierung im Inlay also von von der Darstellung ändern wie viel Prozent hast du das gemacht? 400 ich hab ja 300 drinne mittlerweile da rinne fährt auch nicht viel ach die vorne auch hier eine aber entweder ist hier grad viel los oder jetzt ruckelt das nämlich grad mega bei mir ja hier aus allerhand los ok ja hier ist wirklich viel los ich fahr immer 30 ich hab rot ruckelt das bei euch auch so? ja ruckelt das bei euch auch so? ja ruckelt das bei euch auch so? ja ruckelt das bei euch auch so? man kann Eis besser lesen wie hat dich jemand geahmt? ja was war das denn, Sam? kurz hat's den Anhänger ich fahr nochmal ne der Anhänger hat grad geglitscht dein Stream glitscht ne ne der ruckelt ja mega ich seh das grad da oben wie der Stream ruckelt was ist denn hier oder so? also ich kann nix dafür wirklich nicht Leute so seid ihr eigentlich auf die Autobahn fahren gefahren ach so ich fahr 30 also ne ich hol's gleich an ja bei Holger braucht nur ne Weile lass uns nach der Spur anhalten ach so Samme ich bleib hier anhalten ja wir fahren hier hinten zu dir rein Ricardo stellen wir uns dann hinter dich wir schleichen ran steht da einer zwischen uns? mhm ja bei mir ist noch ein blauer Punkt zwischen uns ja hinter mir hinter mir ist ein blauer Punkt ja und der steht da Ricardo rückwärts gegangen warum? ok nicht Ricardo Sam hör mir doch mal zu wenn ich das sage Mensch 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 Holle ja so ist er mal gucken wo du Holger kommst Holger wo kommst du? ich bin gerade raus aus Leipzsch äh aus Hamburg aus Leipzsch was machst du denn da? hast du dich von vorn? aber so weit komm ich glaube mit der Flugkamera nicht ne hier ist alles nackig der ist so weit weg da siehst du uns nicht mehr ja 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 bist du schon abgebogen Richtung Autobahn? ich stehe jetzt an der Ampel das sind so viele stehe jetzt wahrscheinlich stehe jetzt wahrscheinlich musst du da links abbiegen? rechts abbiegen ja das ist doch noch da vorne auf der Auto ne an der Ampel gehts jetzt rechts auf die Autobahn jetzt an der Ampel auf der Autobahn da ist er hab ihn da ist er da ist er da ist er uh heute truckert die ja schon ja so ne Art sorry ich kann nix dafür dafür hat er guck mal oh ey schön die Kurve geschnitten aber der auch ich bin dagegen für gerne nein so dann lasst uns los fahren Holger's da sofern die vorbei sind ja kommt doch noch mehr? ne pass alter was ist das denn für ein geruckel jetzt hier also es darf an die Leute gar nicht mehr anzeigen die da sind was? alter das sind ja gute die Liste war jetzt ewig lang ja ja rechts halten und dann auswärts rechts die haben wohl alle samsags abend nix zu tun oder was? die wollen alle ETS so ja Rekorde mit was schleifst du? 30 ne fahr hoch soll ich Gas geben? ja 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 wir sind alle da ok dann komm ich geh ich auf 80 hoch ja bitte nicht dass Sam hier noch mehr ruckelt ja geh lieber nicht zu nah wenn er so ruckelt ja sag bei mir ruckelt keiner ja jetzt grad mal im Stil gucken müssen wie eng das war ein bisschen eng hier aufgepasst nicht zu brutal das wird dann Richtung Schweden wieder rüber werden so ist jetzt schon wieder angenehmer deutlich angenehmer aber wirklich das ist die Skalierung auf 400 sieht deutlich schöner aus auch das Lenkrad ist jetzt alles wieder viel schärfer als sonst Wahnsinn hätte ich schon früh reinsetzen sollen da auf links linke Spur wechseln linke Spur wechseln ja hier stehen Leute am besten ganz links gut der wäre jetzt mit seinem PKW anscheinend noch nicht wohin und danach kann man wieder rechts ne 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 du ach du was aus ist denn dir ach du was aus ist denn dir ich dachte der wäre stehen geblieben ne ne der ist mit gefahren den hab ich gar nicht gesehen aber das war ja aber das er hat auf dem Randstreifen er könnte auch mal anhalten bleibt mit seinem Skolter aus in Ordnung ne der fährt jetzt wieder vor einfach auf mich trifft auf die Straße der gehört aber zu der Firma dazu und rechts abbiegen mhm ne ich will rechts abbiegen ich will nicht links ich hoffe der Stream läuft wieder flüssig aber sieht das gerade auch sehr flüssig aus allerdings ne ziemliche Verspätung und ihr bleibt links ja klar so ist der eurotunnel der eurotunnel der eurotunnel kein Problem ich finde eine neue Route die Liste wird wenigstens kürz noch sind bloß noch acht Leute in unserer Nähe insgesamt keine ahnung ob ich gerade Licht an habe oder nicht jetzt wird das entflickt aber da siehst du wenn du draußen bist ja warum sehe ich das nicht im Tunnel weil die Deckenlampe wahrscheinlich zu höher ist und dein Stream deckt schon wieder aber ich sehe ihn ist so jetzt ja auch so ich habe auch die Innenarmaturleuchte nicht gesehen aber der Stream ruckelt ja mega also Leute es tut mir leid das Spiel läuft flüssig jetzt wieder ich hoffe das Video richtig ja es tut mir leid ich weiß nicht was hier los ist Leute überhaupt nicht das könnten zu viele Details sind also das ist das das es kaputt gemacht hat das könnte sind was hast du vorher gehabt 200 100% 100% mach mal 300% da muss ich anhalten lass uns mal kurz anhalten also ihr könnt mit 30 weiter fahren ähm ne wir halten einen oder so das geht ja gar nicht dass sogenannten so viel Daten sind zum verarbeiten das ist jetzt nicht erwartet das ist jetzt nicht erwartet gucken wir nochmal neu jetzt läuft der Stream ja gar nicht mehr läuft der noch überhaupt oder so ein Stillstand Bild ne das ruckt durch bis jetzt also ich sehe grad gar nichts im Stream denn hier hängt oben alles ich sehe grad dass du mir nur übelst Achtung kommt einer vorbeigebrettert ok gucken wir mal ob es jetzt wieder fließend läuft ich fahr erstmal los Achtung kommt einer durchgeschossen ihr könnt losfahren bitte ich hab jetzt auf 200 erst mal gestellt was so ne alte Beine kommt einer ne die bleiben wir immer stehen jetzt ist ein schwarzes Bild noch oh die fahren einfach los oh die haben jetzt nicht gecrashed grade die fahren hier als Konvoi und crashen sich gegenseitig ja so wie wir vorhin ne schlimmer 221 was soll denn das Jungs ok jetzt scheint sie sich also das Bild ist da aber es ruckelt noch oder konnte es bei dir jetzt besser noch sehe ich gar nichts also noch ruckelt es bei mir ganz schön die haben schon wieder gecrashed ich ziehe jetzt hier ganz schnell oh der eine hatte ich aufgegangen Gott sei dank wir können doch nicht so dumm fahren läuft es jetzt fließend oder immer noch ruckelnd es ruckelt noch dann stelle ich es nochmal auf 150 nochmal stehen bleiben ne ich muss sie erst rein lassen was wie lenkt denn der bleib hier stehen voran der Autobahn ne vor danach na ein bisschen nach der Ausfahr also bei mir scheint das Stream jetzt wieder flüssig zu laufen jetzt läuft es jetzt läuft es ok jetzt läuft wir müssen uns trotzdem ein bisschen Zeit lassen die sind mit abgeschlagen werden Holger noch da? ist noch jemand hinter mir? ah ja ich war 70 hast du auch die Unfälle gesehen? ja ja ich war lange nix wie sie war ganz schön dumm oder von denen also so wie die gefahren sind alles gut Holger? ja das ist irgendwie so ruhiger hm ja dem geht es dir heute nicht so gut ja da kann man auch ein bisschen ruhiger sein achso ich dachte da ist ein Mund voller Nüsse das auch da wird doch das ist doch so leise auf einmal ok also wir kommen mit 80 da an das ist die Skalierung das ist die Skalierung das nicht hinkriegt habe ich jetzt nicht erwartet also ich habe die jetzt auf 200 gestellt aber jetzt scheint es ja flüssig zu laufen allerdings hat es ja so bei ich muss doch mal aufrüsten bei mir hat das ne ja bei mir es hat ja die Internetleistung ja dass da irgendwie das nicht übertragen kann aber der hat ein übelstes System du hast ja du hast ja du hast doch eine Terrarbeit Leitung mhm und dementsprechend doch eine Upload Leitung ja oder gammelt die immer noch bei 100.000 rum entsprechend gar nicht was 170 ja 80 jetzt wir können doch langsamer fahren auch sehe ich euch nicht achso dann 70 ich dachte weil der so schnell eingeholt hat ne ich weiß noch nicht wo ihr seid ich kenne auch nur wie weit ihr weg seid ich sehe euch zwei wir sind drüber wir fahren hinten gleich die Brücke hoch dazwischen uns ist noch ein blauer ja ich ein Pünktchen habe ich jetzt gesehen das ist auch einer mit Doppelanhänger der euch jetzt überholt dann wir doch mal rankommen mit seinem Pkw Pkw? ich sehe nur Rückspiegel mit zwei Anhängern mal bei vorne stehen Leute oder was ist hier los? langsamer 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 langsam fahren Unfall 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 Warnblinker an nach rechts nach rechts Davor anstreifen wenn du oben auf der Brücke bist da war ein Unfall wie schnell fahrt ihr? Schneckentempe ne gerade 40 aber ich gebe jetzt wieder Gas auf 70 der probiert zu rangieren aber der ist doch auf die Leitflank gefahren ja und das Hinterrad hängt im Foden drinnen jetzt kommt noch ne blaue Flotte ok wir gehen wieder hoch ja wir bleiben bei 70 bis ihr mal ran seid ja ich sehe den blauen jetzt erstmal bloß wo kommt hier ne blaue Flotte? ja ja irgendwo stehen ja auf dem Autos so jetzt kommt ihr erst mal rein ne die stehen ja auf dem Rasthof hier achso du mal hast hier im Tappen wie geguckt ok mhm fahrt ihr über den Rasthof? die waren alle hier raus die waren hier alle mit raus bei mir kommt der noch vorbei hm ich sehe es noch einer der könne knapp werden die ne die Jungs sind schon draußen die Leute da so Jungs wir sind jetzt gleich da zwei LKWs von hinten Achtung die kommen angeschossen ja wir sind gerade auf Höhe der Tankstelle jetzt an der Ausfahrt wir sind gerade hin wir auch naja ich sehe euch ja ich sehe euch ja ich gerade würde ganz Gas geben ne wie gesagt zwei LKWs kommen nicht lass die erstmal vorbeiziehen für genauer näher zu kommen die sind sehr zügig 85 fahren oder so naja gut ok aber 85 auch lass wir noch aufschließen da könnt ihr ja aussuchen wie nahe kommen ja ja wir sehen jetzt wie die beiden da vorne wie die an euch vorbeiziehen ja da kommt ein Weißer und ein Blauer die Kronefra waren das die Kronefra fahrer ich hab noch 332 Kilometer ich hab noch 1391 schönes Ding schönes Ding mhm aber mein Tank wird nicht reichen für meine Fahrt meine auch nicht aber ich hab noch ein bisschen mehr mehr wie ein Viertel Stream weiterhin flüssig bei dir Sam? ja gut so ich geh wieder auf 80 ich hab aufgeschlossen ne ich seh dich im Rückspiegel ja also Holger ist noch nicht dran noch nicht ganz kommt auf die Kurve drauf an da seh ich dann so einen ganz kleinen schwarzen Punkt mhm ja das ist ein Stückchen weiter hinten ja hier bin ich nicht auch rasch lang geworden da bin ich von Uppsala gekommen mhm von Uppsala nach nach Bremen wo bin ich hingefahren? ne Frankfurt am Main glaube oder? frag uns nicht wir wissen es nicht ich muss in die Spedition gucken da siehst du es ich muss nicht nach Reinko ey das wissen wir jetzt ich kann das nicht an dem Kopf sagen ne alles gut der ruckelt schon der ruckelt? du das ist nicht möglich doch doch du hast ganz kurz geruckelt wahrscheinlich gespeichert oder sowas nö heheheh doch nee hab ich dir ja gesorgt und dann ja ich werde dich trotzdem ein bisschen zurückfallen ist doch in Ordnung ich fahr oben mit Abstand zum Rekord hier ich werd nicht sagen der Vordermann vor mir muss gesoffen haben rechten Randstreifen linken Randstreifen rechten Randstreifen linken Randstreifen Randstreifen links? ne soweit fahren wir auch nicht drüben ja dann halt dann mein Slide-Linie zur Mitte halten hm hat das Führungsfahrzeug so gesagt ich war noch im überlegen was passieren musste und dann hat der es schon gesagt immer geradeaus was ruckelt der denn da? ja hat sie gerade gesagt immer geradeaus immer geradeaus das stimmt hat sie gesagt ah ich kann ihn in der Zukunft sehen nächste Tankstelle hätte ich gern ja kein Problem in Oslo wahrscheinlich weil wir fahren jetzt ja gleich durch Oslo durch ne Oslo fahren wir noch nicht raus doch bei mir fahren wir durch Odense 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 ja ok Entschuldigung das war noch nicht zu erkennen Rekord und der ist so einen ganz großen Anhänger gefahren gerade ah das habe ich nicht gesehen ach so schade das war so ein Doppel-Doppel-Anhänger wo da mal ein Drehschemel drin ist immer geradeaus Lkw von hinten ein 110er erstmal könnt ihr wieder auf die rechte Spur jawoll oh ich habe ein Scharnlicht oh Holger da ist der da ist der ich sehe mich die 15 Tonnen nach hinten da kommt der andere jetzt vorbei ne da kommt noch einer ne ich sah gerade im Stream das ist ja so ein Leck drauf ja ja du musst mal aktualisieren das hat sich echt zurückverzögert auf die linke Spur die rechte schließt jawoll ja mein Handy kann ich GF5 drücken ja weißt du wie ich meine was auf dem Handy statt nicht auf dem Pad diesmal was denn für ein Pad hast du nicht schon Tablet oder sowas stehen gehabt ne ich mein so oder brauche so eins nicht hab ich den letzten schon erklärt hör dir doch nie zu das ist doch ach stimmt auch noch Sam was ist los ach siehst du gleich im Stream ach Mensch dann lob ich mir das Leck was drauf ist also ich habe hier hinten nichts gesehen was war denn hat kurz geruckelt und den kurzen Arsch ausgebrochen ach so ach so deswegen deswegen habe ich mich ein wenig erschreckt du hältst an und da auch wie der wie der wie der das so kurios ist ja obwohl meine Internetbindung ja auch stabil läuft ich weiß auch nicht aber du ruckelst hier immer mal ganz kurz für einen Bruchteil für eine Sekunde hältst du kurz an so Tankstelle bitte sofern wir eine hier sehen beim Durchfahren links müsste eine sein oder Abfahrt recht links ja du musst aber abbiegen oder ist hier eine oder ist hier eine wir rucke ich eine ich sehe bloß ja doch soll ich runter ja bitte ja ich schaff's nur noch ich schaff's nur noch 159 Kilometer ich weiß nicht ob was oh das wäre noch gegangen wir können auch wieder weiter fahren wenn du sagst wir fahren eine weiter fahren ne wir fahren nicht mehr ist jetzt zu spät jetzt ist zu spät jetzt ist zu spät ich fahre mit 30 20 eigentlich nicht warum denn das ich bin hängen geblieben Jungs Holger ist hängen geblieben du musst ganz an der Port am der Leitplan gelangen fahren ist da ein Schieder bestimmt noch im Steckentempo sind wir schieben Ricardo es kommt es kommt es kommt es freut mich ich kann ja noch zwischen seiner Stimme anstreben setzen müsste ich auch mal machen auch Rekord ist ja schon weg ja wir warten ja schon dass du weiter fährst hinter uns stehen jetzt schon die nächsten Entschuldigung ne ich vor ohne großen LKW das musst du bei mir selten erleben also wenn ich richtig verstanden habe ist dann sein Ziel das nächste Ziel mhm mein nö mein nö dann kannst du ja danach führen nach der Tankstelle bei Holger Fuhr glaube ich auch weiter als Malmö Holger Fuhr auch weiter als Malmö Holger Fuhr auch weiter als Malmö da fährt man im übernächsten Ort dann neue Route finden genau Holger kommt da vorne ich würde also ich habe erstmal eine rote Ampel ne ich bin Malmö dann zwei Orte später ist Holger dran ich bin hab die letzten Standort Helsinki was ist denn bei dir Lars und bleibst denn du hier stehen ich bin sozusagen der drittletzte ich war am gucken du setzt in die Tanke vorn wieso nicht wenn ich immer sage je mehr sie stehen bleiben 1,41 Holger wenn der Ampel ist, sag bitte Bescheid Fahr los kein Problem ich finde eine neue Route jetzt im Stream mhm ich würde dann ganz kurz mal das Toilettenhäuschen bei der Tankstelle verwenden das werden wir hinkriegen das werden wir hinkriegen denke ich auch ich fahr hinten rum weil ich will hinten das Ding noch mitnehmen das braucht ein Zeichen 1,41 stimmt auch bei Svetfall wunderbar mhm wie gesagt ich stelle mich mal kurz hier ab und dann bin ich gleich wieder da bis gleich viel Erfolg und du stehst dann für hier wenn der heute Ampel da muss man anhalten ja stimmt aber das hat mich erschreckt sozusagen ach das ist ja Arbeitsamt hier hinten ja jetzt ja die 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 zum Da geht's nochmal rechts rum und es ist eine ampel nach dem koffer hat sich halt immer da an dass er mich rot jetzt ist kollegen wenn ich geht gleich die rechte sprache kommt ein 30 so ich aktualisieren noch mal ganz schnell menschen manager und dann geht's auch schon los die weltseite schon vorgefahren mit dem glaube dann da heute wollen auf einmal steht bei tritt ich habe eine hervorragende verbindung alles klar dafür leckt das gerade also ich würde nicht darum von der flasso riesen brauchen das hatte doch auch so lange oder ja wegen der fragezeichen drei nicht ewig augen worten wirken ja da fahrt rot auf der autobahn ok das ist eine zufahrt für profis locker wir sind doch alle los ich mach das grad mit links lass ich auch bitte das achtungszeichen stecken da noch hinter mir holger du bist noch hinter mir ja dachte du warst schon weit erwartet ich dachte wir schon weiter geworden ohne problem stand sowohl hinter mir oder was ja der andere zapf soll war heute wollte es wohl nicht so demnächst rechts abbiegen da vorne kommt ein kreisverkehr 40 was meint er mit denen denken mit der einstellung die du hörst auch dann nicht denn sie sind erst zwei stunden 47 jetzt hier auch so sagen kann ich habe meine fünf tage das nächste ziel die sieben tage woche klar kreisverkehr wird der ausfahrt nehmen hat er schon wieder auf der autobahn oder habt ihr angehalten ne ich bin angehalten ok deswegen hast du zeit ich verstehe das war wenigstens 10 oder so ne das macht doch dem promot nicht mit ich kann nicht ich muss am handy spielen na da reist ich dann so wir fahren jetzt durch die kreisverkehr gar nicht ich muss am handy spielen na dann mag ich das auch du bist ja nicht bei twitch dabei guckst du nicht zu so wir kommen jetzt auf die auto also ich komme jetzt auf die auffahrt jetzt immer am handy gespielt holger wie weit bist du zurück doch heute sind sie sehe ich hinter mir alles gut so wir fahren jetzt runter also ihr könnt wieder langsam so weit wieder den mod alleine hochklick und holen wir langsam auf 18 hoch ich bin da aber wir könnten noch 110 fahren nee wollen wir nicht dürfen wir nicht das wird nicht abgerechnet in der spedition ja ich weiß aber ich habe erst gemerkt dass unsere fracht ist erlaubt wir können noch 110 fahren und wir fahren ja einstehend ich habe die da hast du in der tour abverweigert weil ich das bett fahre mit 122 spitzen geschwindigkeit und wer hat die gefahren wer hast denn gefahren wer hast denn gefahren keiner von euch ja ich bin spitze ist ja nicht schlimm solange den durchschnitt nein 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 lass mich raten derjenige der faulpelz war und jetzt befördert worden wird wieder nöe monzi hat's auch nicht hochgeschafft weil die tour hat ja nicht gekälden äh hab schon gesehen wir haben schon reingekommen ich hab schon gesehen ja mir geht's gut und dir so ich habe gesehen du hast letztens auch mal wieder gestreamt freut mich so ich beschleunige noch ein Stückchen bis ich ran bin und wenn ich kann bin gehe ich wieder auf 80 und ganz schöne stücke der kommt schon ich hatte auch ein stück von 80 so hoch zu können muss man hochschalten in der bergung in der nähe zum hupen irgendwo der gegenverkehr war guckt keine aber jetzt einfach wo nichts ist doch ihr seid schon komisch rein ich hab ja nicht gut nein wir färten hinter das freut mich dass du nicht hinter dir fährst es würde ja heißen du stehst neben dir so dort das könnte möglich aber wenn du vor dir bist dann bist aber auch hinter sich ist also zurückgeblieben auch da hat aber wo ging das mit melden fahrrad und mal stattdessen ab und ich muss auch noch gucken wo die schnell vorgelesen wollen oder nicht durchfahren wir können durchfuhren die beiden linken wie es aussieht 200 Uhr ohne bremsen 30 50 50 erlaubt er wird er geblitzt 50 aber die beiden linken spuren sind das 234 freut mich dass die wieder aktiver werden oh ich seh grad du loggst dich auch grad bei eurotrack ein cool das freut mich dass du da wieder aktiver werden willst beim stream macht dir auch mega viel bock finde ich gerade nur so einer duften truppe wie wir hier gerade unterwegs sind ja komm ist doch so wir wenn wir zu viert oder zu fünft unterwegs sind macht das doch laune auch alle ich hab mir letztens in deinem letzten stream was gewünscht was hast du dir gewünscht ja du hast dir einen schönen stimmen nachgemacht das hat mir so ähnlich gefallen ich dachte du sprichst heute mal so äh das war die von der äh von emily ne wahrscheinlich diese hohe zarte stimme also es war ja nicht alisa wo ich so richtig schön sechse gesprochen hab das war herrlich ja alisa ist geil da kann man so richtig schön sechse ja es passt jetzt nicht wie gesagt wenn dieser wenn dieser stimmverzehrer funktionieren oder hier ohne probleme würde ich den gerne einbinden da könnte ich immer so eine andere stimme reinlegen da könnte man sowas solche späße machen weil das hört ihr dann auch das kommt noch das kommt noch immer geradeaus ne das problem ist der funktioniert halt nicht mit meiner ähm glaubt immer geradeaus äh mit dem mischpult zusammen das ist halt das problem ne es ist mischpult OBS machts mit es ist mischpult wir brauchen mehr abonnenten kommt mehr Geld rein ja da haben wir ja dann keine ne wir waren ja alle erst oder oder warte oder war ich halt auch ich hab genug kannst du ja auch durchfahren wie fahren wir da noch 1100 km 73 73 da musst du mal vorfahren du bist doch der erste der abgibst ah ja stimmt du fährst ja schon vor ich hab noch 603 ja und Holger wieviel Kilometer hast du? 141 ok also danach nachdem Sam abgegeben fährt hat fährt Holger vor dem nur wie was er als Mission annimmt mhm ja gut wenn möglich nach Helsinki damit wir ein selbes Zielort haben wer ist sinnvollster vielleicht nimmt er jetzt eine Stadt nach der anderen kann er auch machen ja lass mich doch erstmal abgeben dass ich sehe was da überhaupt Neues kommt äh natürlich ich fahr schon mal durch einen Tunnel Tunnel? Tunnel de la gloire durch einen Tunnel in einen Tunnel holger siehst du mich noch? ja ich hatte so gekribbelt in meinen Bauern ein kleiner Punkt ist es noch ne? ja so 600 Meter hinter mir ja ja ich sehe nur einen kleinen Punkt so hinter mir wirklich kann ich ihn nicht sehen muss wieder jemand seine Hupe ausleben wie macht CB-Funk? Polygene außen sind nicht an im Tunnel das ist gefährlich denke dran das war nur mit dem Schiff gefährlich ich wollte ja eigentlich auch diese Vorbeifahrkamera machen aber die Kardo ist grad so verdammt langsam es geht ein Stück weg auf wo ist denn hier diese ja die Kamera wirklich inbord? ne die wechselnde er hat doch grad hier diese Außenansicht gemacht warte ja das ist aber ganz schwierig das ist schwierig zu fahren kommt dann ne Grenze oder ne Maut? Mautstation ja Maut aber ob da ne Geschwindigkeitsbeschränkung ist das ist genau ne mit dem Federfeld mit links ne rechts können wir durchfahren? rechts rechts und aber es ist keine Geschwindigkeitsbeschränkung Achtung Riccardo LKW von hinten der kommt auf deine Spur rüber geschossen die ganz rechten UAH! was ist jetzt los? musst du anhalten? äh ich hab mich gedreht Moment du hast dich gedreht? ich steh hier im Gegenverkehr ich steh im Gegenverkehr da hängst du fest ne ne hängt man nicht ne ne hängt man nicht wie hast denn das hier gemacht? ich bin an meiner Ausfahrt Kollege immer der Ausfahrt warte ich lass mich kurz rüberfahren ich muss es eh aufschreiben kurz warte denn das jetzt wir hast denn das gemacht? wie ist das müsst ihr? der hat sich jetzt hier wenn ich wenn ich das mal kurz im stream sein kann da kam hier angeschossen ich hab ein bisschen gebremst und da war immer zieht sie nach links im Gegenverkehr rüber da kann ich vom Glück sprechen dass da keiner vorbeikam so was haben wir gesagt 246 ne oder so was machst jetzt haben wir 2 ne 48 alle kannst du froh sind dass in der Mitte keine Leitplanke war ja ich hab ihn eigentlich schon kippen sehen aber ich der ist einfach bloß rüber geslidet war ganz putzig ja wir müssen jetzt hier eh von der Autobahn runter ja wir fahren dann da ich bin fast da da fall du du musst ja noch einparken und ne neue und ne neue Pracht nehmen mh genau so ich komm hinterher ihr könnt weiter ich bin da hier dieses Weihnachtslied weg damit demnächst rechts abbiegen das ist auch gut hier und das ist eine geile hoffahrt holger deine eckerwitz ist ja der hat einen reifen vorne ach so zugmaschine ich höre ich jedenfalls die ganze zeit noch zischen als ich an dir vorbeifahrer ok da unten kommt die rolle beruf ist ja das wieder zusammen ja die liste wird immer länger welche liste ach sind schon wieder so viele die die leute immer gerade klaus immer gerade immer geradeaus keine abfahrt und dann geht es auf 70 runter und jetzt kommt ein kreis bei mir 70 nee das ist nicht möglich es geht alles meine lieblingsgräufe schnell ich mit 80 und 90 grad korve gemacht habe ohne kippen ja ohne kippen ja ricardo äh quatsch fabi wir wechseln uns immer mal ab also ets ist jetzt eigentlich immer samstags abends dran hat sich so irgendwie eingebürgert wir haben jetzt eine ganze zeit lang two point hospital gespielt jetzt haben wir neu angefangen mit stachse terraria war das letztes mal dran aber auch nur war nicht so als test was stachse machst du wieder ja stachse leidt was stachselst du diesmal wie wie ist immer dasselbe was mir zu wissen ich will halt diesmal auch mal diesmal hast du doch ein schloss gebaut oder eine burg ach so ne wir sind erstmal normal wir machen ein normales haus und ich will vor allem mehr die quests machen holger wir haben bis jetzt ein keller gebaut ach so ja und haben halt die ersten quests erfüllt wir haben nur fünf und halb stunden gestreamt das spiel ja wir mussten wir mussten uns einig werden wie tief der keller war holger du musst doch da bestimmt nicht rein oder ach so ja das stimmt der rammelt erstmal hinterher ich könnte jetzt als WOT nach Jungen Köpping fahren und gucken was wir mal als andere hat also Helsinki wäre halt Helsinki hätte ich Helsinki hätte ich das habe ich halt auch das ist mein Zielort das wäre auch das schluss unserer fort junge Setzlinge 5 Tonnen und bringt wenigstens Geld kannst auch Jungen Köpping nehmen wenn dir das erstmal mehr Geld bringt wir mussten jetzt laden an der gleichen Stelle wieder ey Holly ich fahr mal durch dich durch ey vornehmen dir vorbei demnächst links abbiegen das scheiß Ding sie mal ansetzen und Fabi was hast du geplant so zu streamen wie geh nach links ab wenn ich das mal so fragen darf ich meine ich hatte schon gesehen du hast glaube ich Counter-Strike oder sowas in der Agenda zumindest mal letztes mal gestreamt ne das schafft man nicht das schafft man nicht der Holger hat hier brav gefragt ach das macht ihr hier für Knüdeleien ich muss wieder hin und zum Aufladen hinter zum Aufladen auf der Rückseite oder was da wo ich gerade war also muss ich hier wenden das stream beobachtet ich keine Sorgen Achtung da kommt Spence der Woker da kann ich mir mal noch ein bisschen was zu trinken abschicken das sind Lade stellen die schön sind so für das Geräusch muss man Wasser nachgießen so ich bin fertig irgendetwas ach ne fährt weg ich dachte jetzt gerade das despawn muss bloß weggefahren Holger muss vorne weg so Holger vor Holger ist der Nächste ok wohin fährst du jetzt? hier in Köpping ne? da fahre ich jetzt oder was ja ja und du fährst vor jetzt Holger du gibst den Weg an ich muss jetzt äh Helsingborg hab ich ne los los also mehr so Shooter-Survival-Sachen äh hallo hier steht jemand Junge ah ah nicht du du kannst fahren fahre Junge Junge der Sachen ja oh Alba wenn da der Arsch nicht hängen bleibt ne bleibt nicht warum Ricardo fährst du? äh der ist der muss ich noch einträgern der feine Eier im Sprung steht also wir kommt noch ein angebaut der ist das der biegt ab ok Achtung da kommt jetzt eine Ambell das ist ja nicht so Ambell rot ja das ist nicht so mein Spielklientel ne das wärs der deswegen bei mir ist das wirklich so gemütliche Quatsch wie zum quatschen zum gemütlichen zocken nicht so actionlastig ja was VW? was ist VW? hat mit dem Auto wahrscheinlich nichts zu tun nimm diese Ausfahrt Ricardo du hängst unter Heike ja er steht vor allem vor der roten Ampel ich wills nochmal ich wills nochmal so erwähnt haben ey hier drängelt sich noch einer tatsächlich vorbei ey Junge bleib mal schon stehen so es geht links schaffs gleich schaffs gleich schaffs gleich Holger du kannst ein bisschen langsamer fahren der hat vor mir der alten Verkehr aus ich stehe noch einer kreuz er kommt gar nicht vorwärts er hängt unter Heike hängt unter Heike dann drück mal ein bisschen du musst mal gegenlenken oder? Achtung nicht Ricardo links schießt einer vorbei Sam Ricardo weiter der ist ja verrückt wie hieß der? das Department war das, ne? genau Report jetzt habe ich wegen dir aber doch auch mit Schaden gekriegt hast du denn schon? ich habe mir einen kleinen Rungser gegeben gleich mal melden wegen Ramm das würde er ja nie wegkommen wenn der ja so nah an der Heike rumfährt vielen Dank bitteschön ich wohne um mich warum ich nicht vorwärts komme auf der alten Bahn oder? noch nicht wir sind auf dem Weg dahin ich wohne um mich warum ich nicht vorwärts komme wäste stehe auf dem Gas und bremse gleichzeitig oh holle typisch echt ne? das ist der alter Mann biege nach links ab ist relativ ich bin jetzt gerade an der Tankstelle vorbei der Tankstelle der Tankstelle wie schnell fährst du halber? 35 ok hast du Wornblink dran gemacht? ja schließlich bist du ja ja jetzt ich kenne doch Holger das hat die Tonloche schon ein wenig gesagt wir sind alle auf der Autobahn ein bisschen kannst du hoch gehen Holger komm jetzt angeschlossen gut ich kann schon mal auf 70 hoch verschleunen weil wir sind jetzt sehen die Tanke jetzt auch schon ich bin an der Einfahrt vorbei ja und dann nach rechts halten nach der Tanke ich jetzt auch müssen wir jetzt abbiegen oder alle waren wieder? 8811 ist Idiot wer ist ein 8811? Oliver Oliver ok sind wir nicht so am nächsten äh Dings muss ich rechts runter hier ist ganz schön der Verkehr langsam unterwegs bevor wir die blockieren alles wegen Holger die Staubransen äh ja wir halten alle ein das ist der Autobahn doch von denen fährt keiner vorbildlich mit Warnblinker wenn er langsam unterwegs ist naja fahren die auch ab? nein immer geradeaus unten fährt der Holger grüßt ihn ich glaube hier vorne kommst du zum Unfall hier vorne kommst du zum Unfall oh aber ordentlich sowieso wir müssen da raus ist egal hat die aber ordentlich entschermelt und stört das ja nicht der kommt vorbei hallo ah der ist der hat sich aber auch schön aufgehangen die nächste dann rechts weg nächste rechts weg ok also wenn du runter gefahren bist die nächste rechts weg ist ein Kreisverkehr der erste weg rechts halten ja die einzige Straße die möglich ist aber habt ihr gesehen da war oben ein Unfall ja der fiel ein wenig auf leicht verursacht von jemanden der zu langsam auf der Autobahn gefahren ist nein derjenige der ist verbündlich gefahren nein alles gut der hatte Warnblinker an alle haben gewusst wo sind gekommen mit Tanksteller wer dann muss aus wie gerade äh Sam hüpft hier wieder hin und her mit seinem Anhänger das kann ich so mhm ach wir sind Helsingburg alles klar grüne Ampel gerade drüber rote grüne Ampel rote Ampel anhalten ja denke ich auch alle anderen halt alle fahr du mal verkaufen Holger wir kommen zu dir so ich bin jetzt der dreist und bieg dann in vorne mal links ab warum weil da da hinten eine Fahrer zeichen ist eisio und Holger musst doch nen Helsingburg oder? wie hieß es doch naja hier muss er abgeben irgendwo da muss er sich eh noch in meinen Auftrag suchen naja da kann ich auch hier hinten links abbiegen das kannst du tun immer geradeaus was er die stadtrundfahrt machen könnte aber sein dass sich jemand verfolgt ja das sind dort grüne punkte ja unterscheiden was soll ich verzeugen fabi bei mir gibt es keine stream zeiten keine festen das ist wirklich so wie ich lust und laune habe ich zeit habe aber samstags ist es meistens so zwischen 18 bis 19 30 bei der zebrascheifen kurz direkt vorne ist es schlau ja also ausgezeichnete abladung für mich gibt es halt keine festen stream zeiten weil sich das nicht anbietet bestehende tätig ist wie es passt und wie man lust hat hier geht es ja hier nicht um den lebensunterhalt zu erhalten und so was das glaube ich nein wir haben haben schon wir sind aufgestiegen dass wir abonnieren können unseren spaß abbiegen und soll das hingehen hält sich die wirst bester du kannst aber auch ein zielort von den anderen beiden nehmen annehmen ich gehe noch nach stockholm was hast du rekord wenn ich vor mit ihr nach hälsing gehen hast du also stockholm oder hälsingke suchst du aus oder linken köpking ganz da noch wochen gegen köpking das liegt nur noch weg ja und vielleicht wäre es sinnvoll wenn man wirklich sowohl dann andere auch schon was abgeben wenn du nicht anderes hat ja also hält sich die habe ich nicht sie ist da und stockholm stockholm hätte ich ja man fährt ihr stock am halben dann fährt entsprechend vor da kommt auch schon mal noch rekorde ja 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 ich höre sie aber wir sind es nicht gut jetzt bin ich schön nah dran so ich mal rückwärts kann nicht machen wegen du hast gewinnen ich habe keinen dran ach ne sah es nur so aus ach so ich bin links neben uns und spockt einer ein alles klar war ja schon aufgenommen ne aber ich muss mal anders hinfahren in den Wald zehn kilometer ok da müsste ja gleich da sein das nehmen wir hier über die kreuzung drüber naja das doch holger ne wir stream halt wirklich nur just for fun also ich halt entsprechend mit den jungs halt aktuell nur das projekt ist ich sehe so ein langzeit projekt das jetzt heute die auf 15 stream ja auf 15 da müsste heute so eine und schon 15 streams hier gemacht und der einer hat sich schon seit ewigkeiten abgeseilt ok hast du das vergessen charlie was ich arbeite bin immer noch sachbearbeiter am öffne sachgebietsleiter am öffentlichen dienst nennt das nicht arbeiten der seit irgendwo macht was hallo nur weil ich jetzt urlaub habe habe ich auch trotzdem arbeit ne nicht nur du hast urlaub siehst du du hast aber zwangsurlaub ne ich habe jetzt mein heute ist samstag mein urlaub ist verendet ich habe noch eine woche ich habe halt kurzarbeit das habe ich nicht kann sich auch nicht ändern das was du kurzarbeit hast nenn ich arbeit aber trotzdem kurz nein alles gut da kommt nicht der holger ne der muss auch reinfahren ist nicht so schlimm farbe wir haben ja lange nicht mehr zusammen geschrieben oder gezockt ich weiß noch wie wir damals probiert haben den landwirtschaftssimulator zum laufen zu kriegen was total verpackt war bei uns beiden da hast du einen alten rechner gehabt wahrscheinlich erstens das und zweitens wir kamen nicht wirklich auf einen ender beim stream beim weil er streamt ja auch also wir wollten zusammen streamen und aufnehmen entsprechend das ging halt vorne sehr weg dann hatte ich ja wie gesagt meine studiumspause gemacht und die ist seit diesem jahr alles neu hier neuer name neues design alles neu und hübsch achso könnten wir warnplinkern machen wenn dann hinten noch das hintergrundbild bei dir war weil das was man bei dir sieht welches meinst du jetzt momentan sehe ich bloß sandfarbene wand ach das hintergrundbild ja liegt daran dass diese orange die farben nicht so schön ja eine schöne warme sandfarbe theoretisch ist da drüben also da ist so ein drachensymbol an der wand aber das krieg ich leider nicht also sag doch einfach sag doch von dir aus links rechts oder rechts dann weiß ich wo du hin meinst ja da ist ein drachensymbol an der wand aber da müsste ich mit der mit der technik vor die tür rutschen das macht halt keinen sinn ne ich meine wenn ich ja die talkbildschirm mache seht ihr ja genug da ist ja schon hier das regal neben mir und so weiter das sieht man ja dann aber vielleicht kommt irgendwann mal ein screen screen oder sowas mal schauen NL Gartow na so ein ausziehbarer genau der Foto von Nanolies da kennst du jemand aus die Dinger größten aber auch und die hat ja fast hier ach nee was meinst du warum ich mir das Ding noch nicht geholt habe ich will auch noch ein Stream Deck xxl haben so Holger hat angekoppelt lautsbettfall nein lautsbettfall hast du angekoppelt hat der Schiff gerade gesagt das stand doch da das stand doch gerade da auch guck mal bei mir steht so golden am LKW lang LKW mhm woran siehst du das nicht? ja ganz schön hier vorne wo war ich das bald hier wir sollten hier quatschen es ist kein anderer im Chatrum es sei denn du hast jo ne ecbfunk ist eigentlich alles also siehst du wenn das so das war das andere funk also wenn das immer noch so schlimm ist äh Landwirtschaftssimulator ist das kein Wunder na ja das sind null LKW von hinten Sam ne LKW ja hab ich auch gerade gesagt Adrian 917 Video Nummer 1066 ich bin heute 830 Rekorde ist 916 Holle ist 982 und der Holger hat eine 63 angepasst ans alter naja danke.. danke danke nous also kurz vor der Rente na sicher so wie sieht es aus ue ja stimmt da oben steht also zugt wahrscheinlich immer noch die Leute position der Kirova Konrad der haut die ganze Zeit irgendwas im Funk Kanal der blinkt immer oben links auf jetzt aber jetzt hat angekoppelt helsinki nach stockholm das ist dass die das nicht anders machen wie in anderen spielen ja ist doch egal wir haben es probiert ist nicht so genau ein ständiger machst denn du was ist das passt hier nicht hinfahren motor ausladen enter drücken ja voll festgefahren da kommst du ja muss ich in das durch gewonnen bei mir steht ein großer anhänger kurz lang das hat er heute einfach gut bei mir steht normal an das geht du musst du hin wie man die seite und dass man das fotorad vorne runden oder es zischt dann da ja schlimm oder das war okay jetzt zischt aber die ganze zeit muss es einmal runter lassen einmal hoch lassen und ihr hört es wieder von euch auf wird irgendwie verpackt dabei ganz kurz vorweg der wieder du hast schon nicht gewendet er lebt jetzt erst in der station von meint er ich sehe es doch jetzt so drück mal kurz drück mal kurz drück mal u das er runter fährt in aller ruhe und das kann es ja nochmal drücken dass er hoch fährt mal gucken ob er dann weg bleibt das ist ja schicht gleich wieder ja okay dann muss also entweder lässt es die ganze zeit oben und es zischt oder drücken lässt ihn unten mit mit rollen stört euch das hört ihr das wort und er auch die jahre ist und fliege extremen aufs Herzlichen ich war ja wo spät bloß auf nach stockholm mit dem Bildschirm es ist der KW von hinten der und der will hier auch rechts abbiegen und steht unter Gegenspur zum rechts abbiegen mit seinem großen Anhänger also weil wir alles geblockt haben scheinbar ich fahre mit 30 mit Bahnbrinkel wir fahren geradeaus weiter ja ja immer geradeaus Volker ist da ne der kann uns noch warten ne der steht an der roten Ampel ja logisch weil wir vorverschatten also da glitscht da was zusammen ja Dankeschön der hat ein Vorstil hat er sich gerammt oder was ne der glitscht achso ja gut hier wir sind wieder viele Leute unterwegs ne wenig eigentlich ne ne so sieht man mit uns so 80 ne Holger da Holger ist du noch da ja ja müssen wir nur zu Ricardo auffolgen hier vorne ist er ganz schnell wir müssen mal anhalten wir müssen mal anhalten der kann aus dem Unfall anhalten ja der ist mir voll reingesandt kommen wir dran vorbei oder nicht Werner der rennt mich extra dran da werde ich runter bist du auf der Leitflank oder was oh was ist denn jetzt los 17 Uhr das ist der der jetzt einen dauernd glitscht 313 Träuberer Seitenstreifen Lukas Storm ich fange mal kurz auf jetzt ist er runtergefahren hast du großen Schadenrekorder äh 2% und mein Anhänger 4 Alter wie ruckelt der denn wo seid ihr weit hinter dir und du bist gerade Achtung LKW kommt vorbei so wir können dann wieder rüber Alter Spaten aber da kommt der andere nochmal vorbei ne lass ihn vorbei bevor du bist was du machen kannst ja wir kommen ihr holt die ja zwangsläufig wieder auf immer geradeaus immer geradeaus immer geradeaus immer geradeaus oh 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 aber wie der hängt ja noch in Luft da fahr ich jetzt nicht durch da fahr ich jetzt nicht durch du ruckelt ja das macht du doch das ist nicht ein Rekord wir haben eigentlich alle der hat ne Brücke gebaut wie geil wie geil ist das der was macht denn der hier der hat jetzt aber die aber Oliver ist eingeklemmt der hat ein Oliver festgeklemmt äh Sam du ziehst auch ich habe einen Anhänger und die Rückgeräte weil du ziehst halt aber Oliver kommt wieder raus ups komm jetzt die Sporne doch einfach Junge lass dich zurücksetzen lass dich auch noch acht Stück schleppen oder Sam passt da vorbei nein das probiere ich nicht das ist zu eng eigentlich müsste es reichen optisch müsste es reichen das hat klappt und ja Oliver kracht gegen dich ich sehe das von dir das sieht schon phänomenal aus dein Ding das nennt man Karma ja ja Lukas ja es macht keinen Sinn er kommt da nicht mehr weg er hat keine Chance wie komm äh Sam jetzt können wir wenn der durch ist können wir theoretisch Achtung noch einer Alter was macht ihr hier Jungs der ist immer noch in der Luft du musst das aufnehmen ja es läuft doch es läuft doch oh was ist das was macht ihr hier ist das das neue Stadttor ja vor allem ist es gefährlich warum fährt denn Oliver nicht weiter damit wir hier vorwärts kommen kommt irgendwas Oliver fängt ok es passt ne Oliver will zurück andauernd ne Oliver will zurück andauernd ah der will ihm helfen das wird doch nicht nur der andere ist weg ah jetzt jetzt ist Oliver weg jetzt Holger ganz rechts bleiben ok jetzt ist er aber weg Eder schreibt gerade geile Unfälle bist der auch noch da Ricardo du kannst Ricardo du kannst ja alle da von hinten kommt noch was blaues was mh hinter dir ah ja Schloss auf 80 beschränigen ja ja alter kommt noch was blaues vor hinten ja ich sehs ne ist noch hinter Holger der andere aber es sieht schon cool aus mit unseren gemeinsamen Anhängern finde ich schon schön habt ihr schon recht gehabt sorry doch ja habt ihr ja recht aber wie gesagt die Bezahlung ist halt echt mies ja ich meine jetzt wenn die wir endlich mal in Stockholm ankommen äh in Helsinki und ich meine 99.000 kriege ist ja ok aber wir müssen halt wirklich gucken dass das solche Aufträge sind wo wir Geld kriegen das ist ja das eigentlich du musst ja eigentlich gucken dass du ohne mehr Mitarbeiter kriegst ja also es frisst dich das Spiel ist ja schon klar wie soll ich Mitarbeiter kriegen wenn ich mein ganzes Geld vor und ausgeben musste für einen Trailer ja ich wurde ja gemütlich von euch du willst das einfach nutzen ja ist ja in Ordnung du kannst ja für deine Arbeiter kleinere LKWs ja die anderen sind ein bisschen verrückt was die hier zusammen gefahren haben aber Slug leckt heute auch verdammt wir sind ja vorne auch vor dem Server geflogen und 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 also es ist ein bisschen interessant jetzt berg hoch so Holger wird gerade überholt aber ich schalte die 80 an also ich habe Strich 80 bei mir ich auch ja ich auch auch wenn es hier bergauf geht geht aber mal gut hoch sind ja bloß noch 700 ne 875 Kilometer jetzt habe ich gleich überholt 390 hast du es gut ey was wenn ich überholt werde was 300 ich habe 400 ja du hast eine andere Leute schon da als er ja 394 habe ich ach so zwei Streit sind weit aber ja bist du was du kommst nicht auf den Server wieso das nicht biegst du immer wieder raus oder inwiefern auf welchem Server sind wir denn jetzt eigentlich auf der 1 auf der 2 auf der 2 1 steht dabei wir sind auf der 1 wir sind auf der 1 wir sind auf der 1 genau wir waren vorne auf der 2 wegen Holger und dann sind wir da raus geflogen und sind auf der 1 gewechselt genau kommt einer von hinten ok aber so voll sind sie eigentlich nicht dann probier einfach mal kannst du mal weiter probieren bis es klappt er muss gucken nicht dass er hier ADS ähm die 1 7 30 schon drauf hat wir freuen uns auch in Ena wenn du wieder mitfährst wenn wir doch vollständig sind ach ja wie gesagt wenn du äh Fabi wenn du das Spiel nicht laden kannst dann musst du downgraden auf 1 3 6 ne sonst geht das nicht weil das MP ist noch nicht auf die neueste Version abgedatet na da startet das Programm dann gar nicht das kommt der nächste übernächste Woche ja ja irgendwann ganz kurz wir kommen so auf 7 ne bleibt 80 ich dachte bei 70 da stand nur 100 auf dem Schild äh aber es weil er gelb war dachte ich er wäre ja eine Baustelle oder so 70 wir sind oben in Schweden da sind die Schilder immer gelb hm vielleicht noch nicht so oft Zeit dass du mehr ADS spielst wie Besucher habt ihr denn jetzt auf der Seite? was auf der Seite? die Zuschauer die Zuschauer die Zuschauer gerade eben waren es 7 jetzt gerade auf 5 runtergespannt oh ne wir waren schon mal bei 9 glaube ich jaja ganz entspannt definitiv sind bis zum Ende immer 3 wir hatten glaube ich jetzt bei unserem letzten Gran Turismo Stream hatten wir glaube ich um die 20 oder so kannst du nicht vergleichen ne? kannst du nicht vergleichen weil der Stream ist ja wirklich darauf ausgelegt nur das immer zu streamen und die GT Fanbase ist halt entsprechend gegeben ach so ach so also das funktioniert dann schon ganz anders war jetzt auch fast gekracht der hat eine sehr scharfe Lenkung gemacht gegen Verkehr ja die wollten gucken wie hübsch ihr alle sind hm wenn ihr was knacken hört im Hintergrund ist grad Feuerwerk draus Feuerwerk ok wo ist denn das Feuerwerk? ja ich sag dir nur wenn ihr was hört letztes Mal hat man das im Mikro sehr gut gehört das Feuerwerk war ist noch nicht um 12 macht doch kein Sinn aber die kleinen Messer oder was oder wie? ne das ist irgendwo im Norden oben keine Ahnung so wie 2 der Weg oh Gott die Dankschule macht extrem börsen ja halt die Danke würde ich nicht frei fahren wollen nicht nur mit Vollgas ich hab sie frei ich hab sie schuld wir waren hier schon mal tanken ja ist er zügig ja ich hab sie auch schon ich hab sie noch nicht aber ich will mit den weichen Einstellungen zum Krieg durchrammeln versteh ich nicht Bierde der hat Durst oh da kommt ja einer ne Bier wie Bär der hat 110er drauf so wie der kommt Gegenverkehr grüner Gegenverkehr grün sieht aus wie mitgelb das grün der erste hieß auch irgendwas mit green deswegen wahrscheinlich geradeaus geradeaus jawoll gerade glas und dann? und rechts weg und gleich da hinten rechts na wer kann sich da wieder nicht benehmen rolle wie viel Kilometer habt ihr noch ihr Bein? 300 290 jetzt bremst du ein bisschen ja es ruckelt hier gerade mega äh was ist denn jetzt los hier? rechts halten ja wir gehen nach rechts ja es hat gerade mega geruckelt und Zen ist wieder durch die Kante geflogen ja das war rechts ja ja abstand halten ja ja den hatte ich den hatte ich gehalten der hat ein Stream lecken gerade ja aber voll alles ist am lecken hier solange es schmeckt das ist so typisch halber hat aber recht ja typisch halber habe ich aber auch recht jetzt läuft das drüber noch ja du fährst gerade die alte Bahn auf Vorder ja I am the passenger ich hoffe du bist Fahrer wie so ein Mitfahrer Achtung das Führungsfahrzeug fängt an mit singen ja vor allem er ist der äh Mitfahrer der Passagier ich sollte lieber ein Fahrer sein sonst ganz ganz schön schief gehen immer geradeaus jawoll immer geradeaus Darkstorm schief gehen gut hier steht irgendjemand hier muss man da links rüber naja er steht links links oder rechts bleiben hat er halt links geparkt das ist schön ich parcke auch immer auf der Autobahn auf den linken Spuren ja vielleicht hat er den reiß geschmissen So ist es ja nicht. Ah, da steht ziemlich gerade da. Ja. Nein, da ist aber nur Verbindungsförder heute. Ja, das kann sein. So kann ich aber nicht. Das stimmt. Hat ja auch niemand gebraucht, oder? Weiß ich nicht, aber ich wollte mich verteidigen. Okay, prinzipiell. Ja, einfach so. Ja, klar. Komm mal zu. 110. Jawoll. Also 80, gerne. Achso, ich bin gerade am Hochbeschleunigen. Haben Sie das? Wir dürfen nur noch 80, Alter. Also in Schweden dürfen wir bestimmt keine 110 fahren. Vielleicht bei 90 irgendwo. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Eher nicht. Es wird so hell in meinem Cockpit. Es geht wieder richtig gut hoch, aber... Das ist das Deckenlicht an heute. Sie ist wirklich beflutet an heute. Nee, ich habe das Deckenlicht nicht an. Hinter mir verteubert. In deinem Streamingzimmer. Ja. Was darf ich das Licht an? Das ist klar. Also ich bin immer hell. Ich bin immer hell beleuchtet. Du bist halt extrem hell. Nee, das ist nicht extrem. So wie immer. Muss jemand schlafen? Nee. Nee, ich bin nicht müde. Auch wenn ich das Licht ausmache, ist es ja duster hier drin. Das ist so das Standardlicht, was ich hier... meine... ne? meine Leselampe, die ich hier anhabe. Mhm. Mhm. Süß. Leselampe. Hat aber ordentlich Wumms. Mhm. Besser als ein Streamingstrahler. Ja. Rechts Borkenbau auf dem Borkplatz. Mhm. What? Was ist los? Müde. Ich habe nicht schlafen. Ach 4D, ist wieder da. Ja. So, da kommt auch einer raus aus von der Autobahn, Holger. Achtung. Ja, ja. Ich bin schon rüber. Ich bin voll verrückt unterwegs. Was? Voll verrückt unterwegs? Was hast du denn gemacht? Er ist voll verrückt unterwegs, er fährt 81. Ach du bist riskant, der Raser. Das stimmt. Ich bin aber gerade bei 85, um ein bisschen wieder ranzukommen. What? Ja, ja. Ich schaue dich noch im Spiegel. Ja, ja, ich wollte noch ein bisschen wieder rankommen, weil ich so ein ganz schön Stückchen abgeschlagen war. Damit der Abstand wieder passt. Achtung, von hinten kommt einer? Ja. Von Holger kommt. Ne, wir waren erst tanken vorhin in Dänemark. Ja, können noch. Ja, 1,41. Genau. Ich habe noch 900 Kilometer, die schaffe ich eigentlich bis zum Ziel. Wie viel hast du noch? 900 Kilometer Tankfüllung. Achso, 600 Kilometer sind es ja bloß noch. 700 Kilometer bis zum Ziel, ja. 1200 Meter, ja. Dank für. Oh, der kommt. Mit seinem Rumgeblinker. Uns vorbei. Da ist doch vorhin schon mal an uns vorbeigefahren. Ja, der stand auf dem Rastplatz gerade. So, Fabi probiert das erneut sich einzulocken. Der war auch bollern, ja. Muss auch mal sein. Einer bist du ein bisschen zufrieden mit unserer Firmenfarbe hier. Wie wir alle Mann unterwegs sind. 163. Was? Immer geradeaus. Was hat die 163 zu sagen? Die Kilometer. Ja, Kilometer und so. Achso. 153. Immer geradeaus. Ja. 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 Deswegen, ja. Das war ja schon, Stein. Immer sagt er hat's ja aber nicht richtig gesehen. Ach, das war mir blau. Deswegen kann's nicht entscheiden. Ja, beim nächsten Anhalten kannst du mal gucken. Beziehungsweise kann ich auf ner Kranstrecke mal die Kamera wenden. Nee, du sollst doch nicht Auto fahren. Nee, du sollst doch nicht Auto fahren. Lkw. Sonst Lkw müde, Lkw schlafen. Das könnte passieren. Deswegen. Nee, wir wollen nicht. Na, wir wollen nach Helsinki. Mhm. Mhm. Sprich, Sonnenuntergang auf Finnisch. Oder Schwedisch. Okay, Sonnenuntergang. Mhm. Von hinten kommt ja noch. Schon wird er. Ja. Ja. Aber hier sind ein paar Flugzeuge auf der rechten Seite. Ja, schon das zweite Mal. Aber die davor fand ich nicht schön, deswegen hab ich die nicht erwähnt. Krass. Ja, du bist sehr, sehr zügig unterwegs, der Herr. Ja. Ja, ich sehe es. Da fährt sich 110. Noch einer. Na, da kommt der. Soll ich ihm wieder so den Weg sperren. Wenn du wieder auf 7 Tage sperren möchtest. 5 Tage hat er bloß gehabt. Ja, wenn wir Pause machen, zeigen wir das. Also du kriegst, wenn ich es richtig in Erinnerung hab, was in der AGBs drin steht, 3 Bann und dann oder 5 Bann und dann hast du Lebensbann. Ja. Ich denke mal aber auch, das hängt innerhalb von der Zeit ab. Nicht dauerhaft. Wenn du innerhalb von einem Jahr oder irgendeinem Stand, sehr kurios drin. In der Bann ist ja doch schon eine schwere Anschuldigung. Aber wenn ich sehe, wenn ich jemanden melde, komm ich krieg ich ja nur die Nachricht, äh, es hat so lange gedauert das zu prüfen, ist jetzt nicht mehr nachvollziehbar, Pech. Mhm. Also, ja. Da ist ja, ist ja letztens bei den Sofaräsern auch wieder was gewesen, äh. Wieso? Da muss wo einer, äh, also auf der Rennstrecke sozusagen absichtlich gebremst haben, um den, äh, damit der andere hinten drauf fährt und Motorschaden kriegt. Oha. Den haben sie gleich ge, gebannt, gekickt. Also vor, rausgeschmissen. Ja, ist ja eine Wiederholung gut sichtbar, was da passiert ist. Mhm. Immer geradeaus. Jawohl. Immer geradeaus. Ne, da war aber auch die Lohre so vom Ohr schneller als du. Die sollten ATS fahren, da darf man das legal von 38 Gramm haben. Ja. Ja? Ja, die wollen aber nicht ATS fahren. Ne, äh, hat Renni grad vorgeschlagen. Dann werden wir ja dann immer von, von irgendwelchen, äh, Star Wars Elementen überholt. Ach ne, das sind ja ein Motz. Die kannst du auch bei ATS haben. Die hast du auch bei ATS. Das sind ja alles ein Motz. Ja. Oder ein DeLorean, das ist viel schöner. Den haben wir bei GTA. Komm auf DeLorean. Die ganze, äh, fast ein Frühlingscollection von Autos hier auf den Straßen. Ja. Das sind also die ganzen Abfahrzeuge von, von... ...ATS hier durchfahren lassen. Ist schon gedanken worden? Ja. Aber nur ein Liter oder zwei. Schnelldurchflug, ne? Du hast doch nur die Hände rausgehalten. Du schmeißt doch bloß die Drogerbulle weg, ja? Ja. 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 Achtung, Drago. Bäh! Na, blinkt vorwüldig. Wunderschön aus dem Menschen in den Spiegel geguckt. Hm. Hm. Ja. Er verfreut uns da einfach nicht da ist. Hm. Ja. Ne, Holger, äh, René meinte die anderen, die so rasen. Nicht, nicht wir. Ach, sind die anderen, die so vorbeipräten. Sind immer die anderen. Sind immer die anderen. Sind immer die anderen. Sind immer die anderen. Ja. Ne, René, wir haben uns aber so geeinigt, dass wir zwar alle denselben Trailer fahren von der Farbblackierung her. Allerdings die Zugmaschine eingestaltet werden kann. Außer mit der Bedingung Blau-Gelb. Das ist die Bedingung, ansonsten kann die freigestaltet werden. Aber was machst du denn da, wenn du jetzt, sag ich mal, so mehr Farben dran hast noch? Na, das sollte... Wie ich letztens. Wenn du vier oder fünf Farben hast, dann kannst du das da trotzdem auf Teilen auf zwei Farben. Blau, genau. Ich hatte ja so einen blauen und der hatte dann so verschiedene Farben sozusagen. Ja. Dann machst du ja gucken. Richtig, machst du ja alle mehrfach gelb oder blau. Beziehungsweise wir fahren jetzt ja gelb, blau, schwarz beispielsweise hier auf dem Trailer. Da könntest du ja schwarz noch mit einbinden. Oder und grün wäre besser. Ich habe ja beispielsweise weiß an dem Rad gehabt, also ich habe auch weiß mit drin. Ja, aber das war glaube ich ein Muster, was man nicht ändern konnte. Das ist so wie mit deinem Drachen oder was du drauf hast. Mhm. Ja, das kannst du ja nicht beeinflussen. Wenn du so ins Skin fährst. Ja, musst du halt gucken. Das, was an Farbe gewechselt werden kann. Kannst du ja nicht alle Skins ändern, auf einen halt. Also 70? Ja. Ja. Witzig. Bei dem Skin, den ich jetzt drauf habe, kann ich vier Farben ändern. Du musst halt gucken, dass du manche Farben doppelt vergibst. Richtig. Ja, genau. Warte, da hier noch 1.450 Punkte, es läuft rein, es läuft. Platz 5, der holt sich Kitty Byte. Nee, Kitty hat 2.800 noch, aber es kommt noch nicht rein, das dauert noch. 80. 80. Hm. Bitte rechts halt. Ja. Auch das kriegen wir hin. Geht's runter? Ja. Das ist ja mein Ziel schon. 3 Kilometer. Ich nicht. Ich weiß noch nicht so. Sam, du sollst jetzt keine Polz eingeben mit einer Kurve. Immer geradeaus. Ich geh jetzt voll mit 80 durch die Kurve. Nee, ich guck zu. Ich auch. Denke dran, ey, mit dem Fahrerhaus auf der linken Seite ist der Leitplan gefahren. Sonst bleibst du mit Narsch wieder hängen. Ich muss, so wie es aussieht, geradeaus. Ach du, wir müssen dann eigentlich geradeaus. Wir müssen dann eigentlich geradeaus. Wir müssen dann eigentlich geradeaus. Ja, sieben Kilometer. Dann fahr doch weiter. Das ist doch der nächste Ort. Dann fahr ich mit Holger noch weiter, fahr vorbei Holger. Okay. Ich dachte, du kommst jetzt rüber. Nee, ich bin nur ein Stückchen mitgefahren. Ich fahr dir jetzt hinterher mit. Alles klar. Na, hier geht's runter. Weil da drüben sind noch zwei Fragezeichen, die hole ich mir noch. Meinen seht ihr bestimmt wieder nicht. Wir kommen schon nach. Das kann passieren, René, dass wir da ihn wieder nicht sehen, weil das wieder irgendwelche DLCs sind, die wir noch nicht haben. Ja, René hat die Uralle. Richtig. Das war nicht gewösser. Holger hat gerummelt und dann war er sehr langsam. Ausgezeichnet. War das jetzt schnell parken, wollt ihr? Neue Route finden. Am Kreisverkehr fährt der Ausfahrt nehmen. Oh, jetzt kommt's zum Stream. So, wie heißt das Projekt? Halsinki. 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 Ich hab Halsinki. Und zwar Hüten. Hüten. Hütenkäse. Hütenkäse. 30 Tonnen. Oh, da wird ja richtig schwer, das Gerät. Achtung, hier ist ja noch gerade hängen geblieben. Wie? So was akzeptieren wir hier nicht. Ach, die Ravenlackierung erst jahre. Demnächst links abliegen ich! Doch, ich bin gleich wieder auf der Autorand. Ich muss das bei dir abholen irgendwo. Aha, ich folge. wobei die ach so hier bei holger oder was hä wo ist denn diese scheiß abgabe ding die redet mit so sehr ich nicht tschuldigung endlich sucht es mir noch ach da hinten ich finde eine neue route demnächst links abbiegen die scheiße also holger legt es heute echt hin der wahnsinn auch dass wir aber so ein reißegal zum umgeben nun schon auch großer ne hast aber leider keine Marmorplatten mit dürfen wir eigentlich in anderen Sprachen schimpfen mehr oder nein du willst man selbst schimpfen mehr oder ey holger deswegen sag ich aber ich weiß immer Fug was ist das denn da kommt mir da entgegen was hast du ein Vermieter ach da Sammy grün so René jetzt kann man den Lackierung sehen während wir uns dann vorbeifahren so hübsch sieht der aus der junge her so und ich fahr wieder auf ich fahr wieder auf die Autobahn hoch auf die auf die auf die Autobahn auf die auf die Autobahn Moment ich muss noch laden ja 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 ne ich fahr bloß hoch und stell mich hin nimm diese ausfahrt wir müssen ja eh wieder raus ja wieder im stream stehen am kreisverkehr erste ausfahrt der kommt doch eh gleich nach ich hab nur die beiden fragezeichen geholt und gut ist nimm diese ausfahrt ich gib nie mehr dir zu glauben du kannst es im stream nachverfolgen hashtag Schleichwerbung rechts halten ach so hier gehts dann gleich ich muss hier gleich die Abfahrt nehmen ne hm hm wie was ist das für eine Relation äh die Lackierung die heißt Kenobi am Hänger Kenobi genau so also ich nehm die Abfahrt und stell mich dann danach hin hier kommt jetzt sicherlich gleich nach so oder wir haben jetzt alle hellse GLC oder? ne Holger hat noch nicht geguckt ich hab's noch nicht ok roll auf vor und bleibt dann mit warmen Blinker stehen schön mittig auf der Brücke ja wie immer hm hast du was für Helsinki oh ja ne wie kann doch nicht sein muss was sein also auf dem Frachtmarkt nicht ich guck jetzt mal bei extern ne da hast du nichts ne ich muss bei dem anderen gucken so sieht man mal die Lackierung im gesamten schöner Brücke aber auch ein schöner Lkw oder? Dresden, Kassel, Leipz, Schamburg, Mannheim warte wissen wir da sind in der letzten Anfall endlich bleibt in der Ecke sozusagen Walmö Uppsala Uppsala Ne noch? Lest doch mal vor. Also eigentlich kommt nur noch Nannadi, Turku, Kapellskerr kommt nur ins Frage. Oslo, Uppsala, Malmö. Malmö sind wir schon vorbei. Nünneschan, das ist aber gleich unterhalb von uns, also an der Fähre. Und dann Mannheim, Hamburg, Leipzig, Kassel, Dresden. Du darfst nicht ins Discord um die Uhrzeit, weil die Nachbarn geschimpft haben. Wie ja laut hast denn du gequatscht? Nein, ich schreite immer. Du kannst leise reden. Ich habe auch Discord und da drüben sind die Nachbarn. Und da ist denen ihr Schlafzimmer. Kann man hier irgendwo aktualisieren? Nein, bei den normalen Aufträgen nicht. Dann fahren wir am Ort weiter, Kapellskerr, und guckst du da, ob du da was hast. Kannst jetzt schon gucken, ob du da einen Auftrag hast, den Kapellskerr. Da ist nur eine Leitestelle. Cooler Lines, ja. Aha, das Hemm hat schon aufgeschlossen. Ich sehe bei dir noch Korte. Ja. Ne, ich habe es aber gerade rausgeführt. Achso. Guck mal mit Sonnenuntergang im Hintergrund. Schön angeborgt, ey, schön angeborgt. Hier gucke mal, wie schön das aussieht. Ja, alles. Das sind doch Ansichten. Oh, hier ist noch Schienseinsorte. Du standst auf dem Balkon beim Plaudern, da macht man ja nicht. Wenn du dann lautstark quatschst. Da ist noch schön. Da kann man ja leise im Zimmer quatschen. Sam könnte auch schon mal, äh, Ricardo könnte auch schon aufschließen. Da kommt schon was. Ist das da schon? Ja, irgendwas kommt nöher. Ne, das ist Marokko-Transporte. Ja, Ricardo ist noch bloß noch 400 Meter. Ah ja, da hinten kommt er. Hier kommt er im Geschoss. Ja, du brauchst dich die ganze Zeit hubsen, Ricardo. So und Holger, hast du was gefunden? Nö. Dann fahr' mal uns weiter, dann gucken wir da. Ja, so nix. Hab' ich auch schon geguckt. Ne, jetzt ist Ricardo vorbeigeschossen. Ne, jetzt müssen wir aber rückwärts parken, Ricardo. Rückwärts ist der Antritt dann. Der ist ja lustig. Ja, finde ich auch. Ja, ist lustig. Also wie machen wir es jetzt? Hör' mal nicht. Rückwärts da einfach. Ohl, man könnte denken, dein Eiger hat Angst, der zittert, ne? Ja, hab' ich auch. Ey, wir müssen noch warten auf den Holger, dass er nicht da war. Ich schieße nur aufs Freakator auf. Der ja noch Oh, der Warnblicker hier steht. So, Holger, wie sieht's aus? Was machen wir jetzt? Ja, da fahr' ich halt leer. Leer? Leer? Gut. Sind sie ja noch auf 500 Kilometer. Leer findest du auch auf der Insel drüben was. Äh, da kommt ja noch eine Riesen-Fair-Fort. Ja. Ja, deswegen. Lass' uns ein bisschen warten. Kommt mal was. Lass' wir euch warten? Ne. Ach, komm, ich fahren jetzt. Der Chef hat gesprochen. Ich will bloß gucken, wo ihr seid. Auf der Autobahn. Achso. Wenn du rausfährst auf der Autobahn und dann... Dann kurz auf die Autobahn und glaubst auf die rechte Abfahrt, ne? Genau. Gleich die Abfahrt. Damit wir den linken Bogen rumfahren können. Okay. Und da direkt hier hinter stehen wir auf der Brücke. Ich glaube, ich komme mit der Kamera nicht bis zu dir hin. Mal gucken. Also musst du über den Kreisverkehr. Kreisverkehr erste Ausfahrt. Also natürlich den großen Kreisverkehr. Was, du stehst an der Ampel. Okay. Na gut, hier sehe ich nichts. Bin ich zu weit weg aus dem Bild. Oder was wahrscheinlich an der Ampel dann. So, ich komme jetzt an den ersten Kreisverkehr. Gerade aus. Mal gucken, wann du ins Bild kommst. Ja, ich sehe hier andere rumfahren. Keine Probleme. Beim Kreisverkehr. Ne, warte hinten zu kommen. Zweiter Kreisverkehr. Zweiter Kreisverkehr. An der alte Bahn. Ach, da hinten, ja. Da bist du. Ja, da ist er. Jetzt bist du aufgefloppt. Erste Ausfahrt. Da, jetzt raus. Jetzt raus. Jetzt raus. Genau. Und immer schön auf der Spur bleiben. Genau, einfach gerade los. Und das ist doch, Helder, kannst du das Fernlicht ausmachen. Und das Rad runterlassen, du bist sicher. Nein, alles gut. Und jetzt gleich rechts bleiben. Gleich rechts die Spur bleiben. Genau. So, und wir können losfahren, Riccardo. Ne, das dauert noch, wenn er da ist. Ja, wir können doch langsam auch schon mal loslegen. Ja, du willst immer schon losfahren. Du kannst nicht warten. Ich wollte den Holger noch ein bisschen beobachten. Kannst du doch machen. Ich hab 30 drauf. Ihr habt aber auch mittlerweile alle mal abgeliefert. Ich noch gar nicht. Du wolltest nie lange drüber fahren. Kann ich dafür, dass ihr immer so trödelt? 30 fährst du, ja, Riccardo? Hm. Okay. Ich geh jetzt auf 40. Jetzt geh jetzt auf 50. Ich hab jetzt schon die Hälfte meines Kettittes zu da bezahlt. Jawoll. So schön. Bombe her, bombe her. Hab ich nur noch 200.000 Schulden. Ja, du bist ja der Einzige, der keine Schulden hat wegen dem Unfall, den du provoziert hast. sehr direkt wie ich schlage ins gesicht wir können gas geben 80 davon sehe ich bei dir noch nicht wir müssen bei mir ja ich musste ein bisschen runter bremse ich kann nicht mit vollgas fahren die karte ist nicht so schön vollgas vollgas das macht doch er zählt doch nicht immer ich bremse jetzt vollgas 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 ich bremse jetzt 4 auf 30 genau ja da sind schilder 70 du trägst das mal runter deine auto das geht schneller 57 war locker ich dachte du fährst 70 und deine 90 grad kurve hier ich hab nur gesagt was die schilder erlauben das muss auf der linken seite bleiben und nicht in die gegenspur immer fahren wie war das vorhin beim abbiegen immer in die gegenspur damit du weit ausholen kannst ja ja das kommt auf die an auf die auffahrten drauf an das war jetzt eine abfahrt und ich hab's letztens so gemacht weil ich's kann was willst du denn dazu noch sagen es gibt ja auch leute die trinken wodka mit orangen so soll's gehen rotwein mit cola oh ne da seh ich nicht da seh ich nicht wie passt die ey da hab ich mir gedacht what the fuck ey das kann der gar nicht trinken dann trinke ich den wein so ja in meinem kommt noch ein versuch drauf an rotwein ich hab ja heute auch ein wein geschenkt bekommen haben sie dazu gesagt also entweder ist es wein oder es essig wir haben den schon ein bisschen länger das ist nett oder ja es war den essig wird das dauern da hat er gesagt da musst du ausprobieren ich so ne wird's ja schon wein sein alles gut und so was kriegst du geschenkt hab ich geschenkt gekriegt weil ich ein bisschen mehr ausgegeben hab beim shoppen heute ach so ja wollt mir ein neues nieten halsband holen und hab das halsband gefunden ohne nieten und da hab ich mir gleich die nieten dazu gekauft da wurde das alles ein bisschen teurer da kommt noch ne schnalle dran dann kommen wir mit der leine und dann gehen wir mit dir quasi ne schnalle ist dran aber ist kein ring dran bei sowas wollte ich nicht bevor ich einen zusammenhang mit der flasche auch weil der gesamtpreis sehr hoch war für alle für die nieten und da also hast du die flasche dabei im geschäft gekriegt genau gratis dafür ok also als Gutschein rechte Spur kommt rein sagt das Führungsfahrzeug das gibt's bei uns bei Mitalier ja ich bin da mal reden 70 äh sowas gibt's bei uns nur bei Mitalier brauchst du denn bei BMP oder was? äh ne Dark City die MP hatten keine Halsbänder, Dark City schon Dark City ist das beim Kulturamt da äh Janale Nananana genau Mataprix kommen zwei von vorne mhm dupen zurück vom Kreisverkehr einmal auf 50er bremsen zurückschalten vollgas rechts links mhm oh 30er mein ich Und ja Reihenfolge. Erste Ausfahrt nehmen. Nach Furcht schon Reisvogger. Glaubst du nicht ganz mit 50? Doch. Ich war schon lange gegen Reisvogger mit 50. Und dann geht es mit 70 weiter. Ja, als EMP damals nochmal... X-Tracks waren die halt cool. Jetzt als EMP jetzt... Also wir hatten damals einen X-Tracks bei uns. Und dann hat EMP das aufgekauft. Inklusive Sortiment und so weiter. Hat das aber alles, grad was er schwarz angeht, sehr verringert. Und das ist halt... Ist jetzt halt mehr Maschenteils. Sehr schade. Definitiv. Deswegen, ich hab da auch hier nichts gefunden. Allerdings... Äh, heute in Dox City. Kann man die EMP als Rüsten für WGD? Ne, nicht wirklich. 50... LKW von vorne. LKW von vorne. Alter Schwede. Kann man auch gut rumgeschossen. Links abbiegen. Ne, ich fahr gerade aus, ich wollte das Haus noch. Und dann bleiben sie... Das Haus ist aus irgendeiner Raststätte. Ja, dann nehme ich die. Neue Unterfinden. Oh. Mach ich auch. Guck mal, ob die Klärzung freischaltet. Guck mal, ob die Klärzung freischaltet. Ich weiß noch nicht, ob die Straße mitnimmt. Gute Fahrt, gute Route. Guck mal, ob dieindre. Wie weiß einer wie das heißt. Und mal hin, äh... Irgendwas mit N. Ne, Gehts abbums. Immer geradeaus. Mal langsam, bums. Irgendwas mit N, war das. Nacken, ne, 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 mehr? Ja, ich glaube. Wie, jetzt noch mal? Ne, mehr, ne, nacken, 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 ne, mehr. Nacken, nacken, nacken... Nee. Bugs Bunny? Stream leckt gerade sehr stark, warum das denn? Nantali? Nantali, ja, genau. Ich sehe nicht, dass da irgendwas leckt. Ja, ist ja auch nichts lecken. Kann auch bei Ema immer sein. Ja, Ena zu einer schlechten Internetverbindung. Ich nicht. Du bist ja nicht Ena. Genau, Nantali. Ich bin 2. Aufbrecher. Du kannst ja hier bei Nantali gucken, ob du hier jetzt noch Auftrag findest, nachdem der rübergeladen hat. Vielleicht lädt er dir dann noch einen Auftrag rein. Holger. Wenn du drüben bist. Wo er recht hat, hat er recht? Ich weiß, dass er recht hat. Müssen wir natürlich erst mal draußen warten. Ja, Nantali. Hier stehen noch viele Älteres. Mir stehen so viele hier. Ihr sucht eine Spezion, meldet euch bei euch. Boah, hier steht ein mit Doppelkupplung, Dings. Alter, wie stehen die denn da? Hier regnet's. Quatsch, erzähl ich. Bei mir schon. Hattet ihr gerade was gesagt? Manuell eintragen? Fähre? Hä? Ne, musst du nicht. Vorweilern. Vorweilern. Guck mal, ob wir uns hier irgendwo hinstellen können, Riccardo, bevor wir rausfahren. Ach, zu spät. Ne, die vorne hat er mit drei Anhängern. Das ist ja komisch im Mod. Wir müssen doch mal gucken, dass wir uns irgendwo hinstellen, dass Holger mal gucken kann, ob er was findet. Na ja, Moment. So, hier. Da wollte ich aber gleich wieder auf der Ferne bis zu gucken. Ja, ja. Ja, ich guck ja. Warte, Riccardo hängt. Achtung, Riccardo hängt. Fährt zurück. Ich hatte da einen Parkplatz gefunden, aber da ist eine unsichtbare Mauer. Geht nicht. Ich stehe hier am Randstreifen. Jetzt geht weiter. Jetzt stelle ich mich hier hin. Ich stehe im Grün. Wir fahren auf die Grünstreifen. Ja, Helsinki. Ja, perfekt. Na dann nimm an. Okay. Wohin musst du hier? Ich muss aber erstmal in die andere Richtung von euch. Das ist hinten in der Ecke. Das ist nicht so weit weg. Das ist direkt um der Ecke. Also ich muss dann zu Saal in Helsinki. Ja, da geht er hin und ich bleibe hier und da gehe ich noch einen auch. Ja, mach das. Dann musst dich aber beeilen. Holger ist ruckzuck, oder? Ja. Und schön über das CP-Funk abmelden. Der hat hier so einen HEC Anhänger. Holger, Gegenverkehr? Nein. Da will sicherlich beide rein. Nee. Nee, der fährt da hinten wo Holger ist. Ja. Da wird doch nicht so rein. Ricardo, willst du weiter aufschließen zu uns? Was? Äh, Sam. Du bist ja noch da. Ich darf was rauchen. Tolle, der steht mit nem Arsch noch voll auf der Straße. Ja, ich kann nicht weiter vor. Tut mir leid. Hey, war ein streng geblieben. Hey, war. Irgendwie stehen wir heute mehr als dass wir fahren, hab ich das Gefühl. Hab ich's schon erwähnt, bei mir regnen's. Bei mir nicht? Ja, ist schon erwähnt. Na gut, dann schaffst du's nicht. Dann kannst du erst in Helsinki rauchen. Holger ist jetzt in der Ladestation. Also ich muss nicht direkt in Helsinki reinfahren, ich bieg schon vorher rechts weg. Bin gleich wieder da. Ja. Ich weiß nicht, wohin Holger fährt, so wie's aussieht, einfach quer durch. Das ist hinten gleich, das ist nicht weit weg. Ich hab'n doch mal, ich seh'n doch gerade am Stream. Ach, du bist schon am Flyern? Ja klar. Na, ich flye dir nach. Ja. Holger fährt los, Ricardo, es geht weiter. Ach, die anderen sind alle schon weg. Ach so. Ja, es kommt aber vor dir nach, ist ja alles von. Holger fährt los, kommt der noch entgegen. Auch mal. Jetzt kommt's gleich zur engen Stelle. Muss halt kurz warten, wir stehen alle mit Warnklinker da, nicht ohne Gott. Hat er gemacht. Der Engel, der beschissen darstellt, bist du. Ich kann nicht anders fahren. Das stimmt, das hast du nicht anders genannt. Ich kann ja noch probieren, anstelle vorzufahren, warte. Das bringt nichts, du müsstest so weit nach vorne, das war der mit dem Hintern so kacke. Wir müssen auf den Ricardo warten. Ja, der Ricardo ist rauchen, der... Du kannst hier vor mir noch einziehen, da ist noch Platz. Inklusive Rangieren bitte. Also richtig schön rückwärts einparken heute. So wie man das richtig macht. Wir schauen dir auch alle zu, alle Zuschauer sind nun für dich da. Warte, 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 warte. Sehr schön, also dein Annehmer steht bei so da als Rolle. Ja, ich bin auch angefahren, jetzt. Da stehe ich jetzt genauso weit weg, da steht, oh, ich bin unter der Korte. Ja. Da stehe ich genauso weit weg wie meiner. Ja, wo stehe ich hin gerade? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich habe mich halt in die Probe angepasst. 100 Dollar eingelöst. Ach, Wassermarsch. Jawohl, ich trinke ja schon was. Ist erledigt. Im Stream kommt es ganz schön spät. Dafür kann ich ja nichts. Klar. Riccardo. Ja, muss ich sagen, der Lkw sieht ganz fetzig aus, ja, muss ich so sagen. Mit der Lackierung, also bei dir dein Grün-Gelb, dein Grün-Orange vorne passt halt noch nicht so ganz von der Lackierung. Okay. Das musst du noch anpassen. Ansonsten ist das dunkelblau, ist ja okay. Lkw von hinten. Ach, das sieht doch beim Holger ja an dem Skin. Ja, ne. Ja, ne, da sieht er dunkel aus, aber die hat ja an der Seite die grün-orange Streifen, das meine ich. Die passen jetzt zum Fahrzeug nicht vorne. Aber da wird es sich schon mal ein- Das ist halt so ein Symbol. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Lkw von vorne. Das ist auf dem Skin drauf, da kannst du nicht machen. So, liefern wir das Ding ab. Ja, wir sind soweit. Wir warten auf dich. Let's go. Letzte Party started. Detetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet heute ihre letzte fahrt back Achtung jetzt ein überschlagen direkt neben ricardo 4 3 ich fahr erst mal dran vorbei dann schreib ich mir auf 4 3 4 3 4 3 4 3 René ist begeistert weiß zwar nicht wovon oh weg ist er warte ich fahr grad langsam ich schreib es mir auf rechts abbiegen gut geht weiter die zweite demnächst rechts abbiegen biege nach rechts ab ja sam könntest du musst mal ruhiger atmen du bist total aufgeregt scheinbar ich dann hört sich die ganze zeit ins mikro atmen ja also gute nacht trainer schlaf schön träum süß süß rot 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 grüte enzian hat sagt doch richtig gute nacht das ist immer noch gut der fabi ist auch da das ist immer noch da das ist echt heute ein chaos das ist nicht normal grün 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 da war es denn wir können euch entscheiden es grün zu grün wenn spaniens bliebten blieb bei gott sie hat es bei gott sie hat es bei gott sie hat es jetzt hat sie es ich hab rot das ist asmr ich auuuuuch ich auch hier vorne wer ist denn hinter mir auch? ach holger ist hinter mir ja ich hab auch geholger ich bin doch letzter an der ampel ja wir stehen an der nächsten ampel sehr kurzfristig was ist denn da grad gegangen? sam ist gegangen? ja sam ist aus disco draus ja ist er noch im spiel? ist er noch hinter dir? hat er noch? im spiel müsste er noch sein ja ich seh noch ich bin doch da ich hab bloß mal kurz disco da alles gemacht achso achso meinst du daran lag das oder was? nächste rote ampel heuer halten alles meine gleich ich fahr erstmal 35 weiter bei mir ist eh rot ich muss eh rot bei uns auch oder eher 30 da was ist denn das hier von der Ampelage hier? kann ich dir nicht sagen in der realen welt ist da wahrscheinlich mehr los und macht mehr Sinn ich hab grün mir auch oh ne vor vor jaha hey hey ich steh mit dem Bodenblech drauf immer noch grün kommt da noch ne Ampel? weiss nicht wie je nachdem weit du zurückhängst die erste hatte ich die ist gerade rot geworden ja ich sei die nächste die ist rot gut wir schließen wie kauter wie schnell bist du? um 30 ok wir schließen auf und gehen auch auf 30 runter aber dann okay ah dann geh ich erst mal nicht dann fehlt halt noch da bockte noch andere Ampel so ich geh schon mal auf 60 50 50 und grün immer geradeaus weiß sich und fahren wir fahren heute mehr warnen blick als alles andere wenn du schreist wenn du da bist ist natürlich nicht wirklich schreien ich habe mir das gerade so schön ausgemacht ich kenne dich doch so stößt mir jede freude das kann ich für 40 okay ich auch ich komme ich gehe auf 80 und ich auch und was bittest du ich bin gerade auf 50 50 da roll ich ja mit meinen 80 dran vorbei ohne probleme du bist ein holger nicht an mir also du rollst ja ich bleibe noch ein bisschen links wir fahren ganz anständig so kann schaffe ich endlich mal meine zweite tour abzuliefern hier gibt die die rechtlich beschließt ist gut dass ich links geblieben bin und danach ist wieder 70 ja 70 also ich muss noch mal das fenster langsam das geht doch ja noch gar nicht das ist schon der nächsten version wie kannst du das fenster runter lassen nee ja doch ich muss es runter lassen im wirklichen sinn damit zugeht das dachfenster ist auch drinnen wie jetzt links abbiegen die zweite demnächst geht es nicht und die andere abbiegen wäre nicht so vorteilhaft im gegenverkehr nee das ist es das ist nicht zulässig würdest du sagen wie geht nach links ab schöne gelbe kolonne und von hinten kommen vier blaue hinter euch die müssen auch hier runter irgendwo ganz viele blaue mehr wie vier das ist inter-travel oh Gott da gab es gerade ein Unfall da gab es gerade ein Unfall oh ja ich sehe es ich bin eigentlich gerade runtergeschmissen das ist inter-travel gut dass ihr aufhört 80 ist das inter-travel ja ITL Germany Holger noch da ja ja erzähl mal was was soll ich denn erzählen schwanger aus der Jugend oh nein lass lieber schwanger in der Zukunft Holger ist doch kein dunkelgucker ein paar dreckige geheimnisse von der rolle die ganze traube vom blauen was lustig ist erzähl mal einen witz was dem büro gehört 70 treffen sich zwei beamte auf den gang sagt der ein zum anderen kann es auch nicht laufen ich kenne bloß meinen üblichen witz treffen sich zwei freunde nach ewigkeiten sagt er in menschen geht es noch super und einer frau auch klasse die macht gerade reitstunden und sowas ach und wie klappt es ja gut das fährt hat schon 20 kilo abgenommen 80 was gibt was geht nackt in einem topf und kommt angezogen wieder raus keine ahnung keine ahnung also ich muss jetzt rechts abwischen ich verlasse euch jetzt aber du musst sicherlich gerade weiter oder ich muss geradeaus wir fahren auch geradeaus weiter ich muss rechts rum gut ja gut aber dann kommst du dann rein in die stadt ne ist ja nicht mehr aber selbstverständlich sehr schöne fahne auf der karte ich weiß ja nicht wo holger jetzt hin fährt fahren muss auch gerade weiter ok also ja popcorn und ein stück mais sozusagen ja schon klappt ist klein und ein bisschen aufgeplustert ja schon klappt so der zwiebel look was ist gelb und sieht aus wie ne banane ne banane ja entschuldigung der witz kaputt gemacht da ist eine Giraffe die geht beim Bäcker rein und fragt ein halb Kilo Brot bitte und da sagt die Verkäuferin also die Bäckerin ja wollt ihr Schwarzbrot oder Weißbrot dann sagt die Giraffe oh äh Schwarzbrot ich bin mal mit dem Fahrrad da mhm schöner Feldweg den verstehe ich jetzt nicht wirklich aber ok sagt man gerade ne Giraffe auf dem Fahrrad ja aber trotzdem Schwarz- oder Weißbrot warum der Unterschied ja einfach keine Ahnung warum kann eine Giraffe sprechen das wäre schon die erste Frage und wie kommt die in die Bäckerei rein ja das kannst du dich auch schon mal fragen oder wie kriegst du wie kriegst du ein Elefant in einen äh Kühlschrank rein Kühlschrank auf Elefant rein Kühlschrank zu genau das ist nicht schwer wir hätten Cowboy in den Friseurladen kommt wieder raus Pony weg rechts halten und rechts raus ne ich nicht ich fahr geradeaus weiter tschüss ja ich fahr geradeaus weiter wir teilen uns hier nach und nach alle auf na cool ach du scheiße wir hatten die Einfahrt ja oh Gott ich hab noch 64 64 Kilometer nicht nur 29 ach so ich null ich hatte vorhin ohne Einfahrt ey da hab ich auch gedacht ey das kann ja jetzt nicht der Ernst sein hier mit dem Doppelanhänger rein ich vergesse nicht dass wir einen Doppelanhänger haben schein aber doch aber dann in den engen Kurven denke ich wieder dran Holger die rechte Spur kommt rein ja ihr fahrt noch zusammen ja wir fahren nach vorne denke ich mal gemeinsam zum Ziel da steht ein Lkw auf unserer Spur ich weiß nicht ob der abbiegen will ob der an der Ampel steht ja der fährt wir biegen links ab also ich du kannst doch gerade ausfahren wenn du durch die Wand kommst wir fordern jetzt nicht runter zum Hafen oder ne wir sind ja nur bei der Spendition unten bei der Spendition da wo der Tank ist bei Ikea ja ja Ikea ja Ikea Ikea Machen Sie immer gerade aus Ikea Machen Sie keine Schleischwerbung Ikea habe ich schon gesagt es regnet nicht mehr ja ist für mich bezüglich Liefertier Liefertier die äh Fleischbälchen für die Tomat so oder was wahrscheinlich ich habe immer noch meine Blumen drauf ne Birnen 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 Schnittblumen und was für die Sam der hat es schon abgegeben ich habe gerade abgegeben was siehst du auf der nächsten auf dem nächsten Reiter wenn du die ganzen Toren sehen solltest jaja stehst du an der Ampel? ich stehe an der Ampel ich stehe an der Ampel aber stell dir noch vor mir ich sehe nicht ob grün ist grün was habe ich Hütenkäse der ruckelt aber auch sehr ja du hast schon gehabt 30 Tonnen er hat aber auch einen schweren Kran drauf also da hat er äh wir halten mal andere halberrot warum konntest du die Ampel sehen? ich nicht oh ich bin hier ständig am Gas gehen ich habe gar nicht aufgepasst scheiße weil die vor mir war okay ich konnte nicht sehen weil der andere im Weg stand ja warst du zu nah dran ja gut ich könnte auch die obere nicht sehen klar ja die obere habe ich gesehen green rich er ist rot er ist rot achso die Abbiege Ampel ne ja ok da steht sowas gelbes vor mir ja da sehe ich die andere nicht aber warum durfte der andere jetzt gerade ausfahren während die Linksabbieger Spur grün hat Smart Propensier das weiß ich auch nicht da habe ich auch auf die Falsche geguckt das könnte passiert sein das ist wie im echten Leben hier oben die haben halt auch mal gedeihte Ampel ist ja ok 50 halber gibt es ja richtige Linksabbieger Ampel das ist ja noch wie zu DDR Zeiten ey da gab es nur ordentliche Ampeln da hatte jede Spur seine eigene Farbe also voll logisch ne ich meine du hatte jede Seite sein eigenes Grün sozusagen da bist du nicht gegenseitig gerade rechts abgebogen oder links abgebogen da hast du immer verschieden gehabt guck mal hier ist die Werkstatt direkt neben uns kann man gleich reparieren vorn wenn wir das müssen ja ich hab mir den Reef mal aneuern richtig mal gucken wie wir haben wir denn 1 km 1 % ich bin hier beim Hafen ach du bist runter geworden du für Polaris Line es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei kommt man kommt der Mann zum Zaun und sagt Doktor ich glaube ich hab bin hä ich glaube ich bin eine Motte ja was denn du machst das sagt der Arzt hm aber dann sind sie hier beim falschen Arzt sagt der Mann aber ja aber bei ihnen war noch war noch Licht ach ich bin eine Motte ah ok äh wo ist der Scanner jetzt schon vorbeigepeppert ich hab grad Bing gemacht da ist es Motor aus Lade geschafft ich hab noch 34 km Lade Level up wunderbar ja 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 was ich lade und hab danach Regen was denn das für ein Scheiß jawoll ey was für ein Wurzschatz du ja das gehts ja nicht weiter so sogar der, der aus dem Gefängnis kommt beherrscht sich besser ja es tut mir leid boah wieso regnet es hier verdammte ha hah hah haha ah wie schön ja ne das will ich nicht wir müssen nochmal Fähre fahren weil schlafen kann nicht ja durch das Laden kommt das ja auch zustande wir müssen ja den nächsten Auftrag laden So, gucken wir gleich mal, was es gibt, oder? Ne, ich fahre kurz zur Werkstatt, dann geh ich kurz auf die Wette und dann können wir loslegen. Ich glaube, ich höre auf, ich will nicht zu lange spielen. Ich muss morgen lernen, ich hab nicht mehr viele Tage bis zur Abbrückprüfung. Ich will nicht übertreiben. Ja, in der Viertelstunde könntest du schon noch da bleiben. Ne, Ricardo hat dann Prüfung, da kann er auch jetzt lernen. Was soll ich noch eine Viertelstunde machen? Das musst du dann schon sehen. Ich weiß schon, was Holger meint. Das weiß Sam auch. Oh, hier ist eine Laterne, hallo. Kann ich hier über die Wiese fahren? Ja, kann ich. Aber ich bleib bestimmt mit einem Anhänger hängen, oder? Ein bisschen. Das ist eine scheiß Einfahrt Holger, wenn du hier rein willst. Ne. Treffen sich zwei Jäger, ja. Der Witz ist alt. So. Ich bin ein kleiner Jägermeister. Ich reparier mal kurz. Ich hab mich verfahren. Scheiße. Wie hast du dich verfahren? Oh, schon wieder. Du musst nur raus, links, rechts, färtsch. Ja, ich bin rechts rum. Warum? Weil die auch nicht. Es gibt eine Karte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was ist das? Er fährt wirklich über die Brücke zurück. Also, ich bin gleich wieder da. Ganz kurz auf dem Wörtchen. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg. Lass tropfen. Lass fließen. Lass fließen. Lass fließen. Das können möglich sein. Ach, guck da die Ecken hier. Nur so komische Hochgebäude, wo so viele arme Leute wohnen. Ja, ne. Das ist mein LKW nicht sicher. Ich weiß, wie viel das Ding hier gekostet hat. Plus den Anlieger. Über eine halbe Million. So, da ist er wieder. So, die vierte Stunde ist um. Nein, du hast noch 10 Minuten. Habt ihr alle abgegeben? Habt ihr alle abgegeben? Ich schiebe das an die Werkstatt. Ja. Ich glaube, ich habe abgegeben, ja. Da steht ja noch so eine Scheiße da. So, wer kommt hier angefahren über die Brücke? Kann ja bestimmt nur der Holger sein. Holger. Holger. Komm mal gar hinterher, als. Das hast du gemerkt. Da fahren sie die beiden. Ricardo, kommst unten noch zur Werkstatt. Wenigstens rum. Da sind unten am Hafen. Weißt du, wie weit das ist? Ich hab keinen Plan, ob ihr wo ihr seid. Ich bin grad voll auf der Haukebeine am Düsen. Und da stehen wir. Ich bin voller Regen. Das ist natürlich eine Hausung. Wo ist jetzt die Werkstatt hin? Werkstatt? Und da kamt ihr? Nee. Darüber, ne? Holger hat sich verfahren. Ja, Holger ist wieder zum Abgabeort statt zur Werkstatt. Ah ja. Das ist ja kein Problem. Fahr am besten hinter der Laterne lang. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö die wohnen lange drauf doch nicht ja deswegen reichst du aber keine neue reifen lässt den neuen gummi draufkriegen vollständig so jetzt nach johann köpping medizinischen impfstoff lass doch erstmal die anderen gucken was das was wir so haben hier gibt es ja holger was machst du kommst du liebst zur werkstatt ich dachte du willst zur werkstatt ne ach ich bin auch gut genug alles klar wir kommen ja schon mal nach nach kopf johann köpping hast du jetzt vorgeschlagen externer frachtmarkt ne normale fracht ist das amsterdam hätte ich was hast du vorhin amsterdam bergen wie wärs mit bergen wir reden von externe meine mole normaler frachtmarkt das sind 125 pro kilometer was ich habe hier oft auch dabei der macht 142 pro kilometer habe ich nicht das wird dann das wird mit angenommen ich habe kein bergen wo man sortieren nach falsch sortiert wurde von ist unrealistisch habe ich nicht habe kein bergen dann hätte ich gehen auch gröningern gröningern grüßt haben wir nein antropos bin ich hier denn gelandet was habe ich denn eigentlich sortiert nach zielort ok da muss man nach höchsten oder preis oder preis ja ich hätte zum beispiel weise dort und trainer oder spiel und dort und kiel oder odense in dänemark denn solche wenn jeden fall war hier weg weg zu johann köpping johann köpping hätte ich auch karls kroner warte mal wenn ihr johann köpping wollt warte mal da hatte ich glaube was malmel kopenhagen christiansen warte mal johann köpping habe ich auch einmal 8 das war krass ein abenteuer je war also johann köpping hätte ich könnte machen johann köpping ja dann machen wir johann köpping doppeltrailer auf der rallye strecke 95 gefahren bist du dabei johann köpping aber noch was anderes es gibt ja bloß 46.000 so na hat holger johann guten morgen guten morgen guten morgen und jetzt müssten wir eigentlich alle singen für den für den rollen genau ein erster das ist ja teilweise wo aber auch nichts zu machen so aber siehre würdig sind in der reihe deswegen sollte es morgen okay Prozent 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 Vielen lieben Dank, der Verrückten, vielen lieben Dank. Und wir müssen uns heute applaudieren. Oh la, alles Gute, es ist ein Geburtsnacht. Danke schön, danke schön. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Danke, danke. Und Jan fährt jetzt 52. Ja, hat er ja gesagt, 13. Bin jetzt endlich 13. Ja, ist 13 endlich mal geworden. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Ja. Oh Gott, das ist schon lange her, ey. Ja, ich bin gerade 83. Das ist, naja. Blöde Zeit. Zahl. Naja. Nächstes Jahr wird 93. Bloß Gutrechnen schnappst du, Alam. Äh, Fabi, ja. Jetzt seit zwei Minuten, ja, habe ich Geburtstag. Das ist ein altes Haus. Deswegen haben die Jungs gerade gesungen. Genau. Also wir haben gerade sozusagen in meinen Geburtstag hineingefeiert. Das ist schön. Beim Fahren, ja. Dass wir dran leiden, am Durften. Lass dich lieb beglückt tun. Danke, danke. Werte ich machen. So, äh, ich muss zum Hafen runter. Und wir fahren jetzt nach Yengköping. Ne, wir holen erst mal den Auftrag in hier am Hafen. Ich glaube, das war ja. Auch dir vielen Dank, Fabi. Vielen vielen Dank. Demnächst links abbiegen. Ja, ich muss nicht zum Hafen. Das ist bei mir gleich an der Ecke, ja. Ne, ich muss zum Hafen. Ja, ja, ich muss auch runter. So ist alles. Ich muss tanken. Du wolltest ja eh nicht mehr mitfahren. Demnächst links abbiegen. Ne, stimmt. Also du kannst gerne mitfahren, wir haben nichts dagegen. Ich gehe nach links. Ne, ne, ne. Ich gehe jetzt. Okay. Ich guck noch ne Folge Star Trek oder so. Folge Star Trek. Ne, die geht ja bloß 35 Minuten, das geht, ja. Was kriegst du da? Deep Space Nine oder was? Star Trek. Ja, das ist der Star Trek. Star Trek Voyager. Ach, Voyager. Nochmal. Ich habe es noch nie zu Ende geguckt. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, zum Ende passiert das, was du denkst, was dann nach der ersten Folge passiert. Die kommen wieder nach Hause. Ach, wer ist denn da schon vorgefahren? Woher fährt er gerade? Sieben, Stoffeln. Nein, das ist Spinnen. Wo ist der da bloß jemand gerade, der bei Ica vorbeifährt? Ikea. Ikea. Ikea, Ikea. Oh, hier ist ein Volvo-Handler. Hallo. Willst du nach meiner Volvo schauen? Da steht'n da an der roten Ampel. Ne, ich nicht. Ich bin gerade am Laden. So 4,25 Ständchen. Das wird aufgeschrieben, natürlich. Das notieren sich jetzt alle Zuschauer und die kardulieren ja dann nächstes Jahr wieder. Ja, die Highlights hab' ich ja bei YouTube jetzt nicht. Das kann natürlich sein, dass sich die beiden, die da noch dabei sind, oder allgemein alle, die dabei sind, das noch machen. Kann passieren. Ich fände fest eingeblau an dem Kalender. Den einzigen Geburtstag, den ich weiß, ist meiner und den von meiner Mutter und von meiner Frau. Das sind schon drei, und ich der Einzige. Das ist viel Einzige. Die Einzigen drei. Aber hast du nicht noch Kinder? Ja, die krieg ich immer noch nicht. Das auch, die Frau. Aber er feiert ja trotzdem. Die Frau kommt dann ein paar Wochen davor, ah ja, wir müssen das und das für sein Geburtstag kaufen. Ah ja, sie hat jetzt Geburtstag, stimmt. Ja, gut, jetzt die ersten Jahre, da muss man sich erst dran gewöhnen, ne? Da kommen noch die ersten Jahre, da muss er sich um andere Sachen Gedanken machen bei den Kindern. Oh, Mann, Mann, Mann. Und dann auswärts rechts nehmen. Würde ich gerne dran denken. Nimm die auswärts rechts. Bitte links halten. Ja, ja. Also, ich hätte mir heute nichts mehr kaufen. Bei, äh, das Wettfrau oder was? Hm. Äh, nee, bei... Bei, äh... ETS. ETS. Oh. Hm, hab mich... zu eng geredet, Gott. Das war eigentlich schon teuer, genau. Das ist nicht mehr kaufen jetzt, neue DLCs oder was, oder? Nee, Fahrzeugteil... Mit KW oder so für Angestellten. Also... Die Spur geht rüber, wir müssen nach links. Ich hatte, ich hatte vorhin einen Unfall und hat mir... Wir fährten mit dir mit, Holger. Was dachte du? Ich weiß jetzt nicht, wer vor mir fährt oder sowas, ich hab keine Ahnung. Also, ich bin noch oben. Also, ich fahr Richtung Hafen und du... Ach, da vorne geht die Spur nach links. Also, ich seh dich ja längst nicht mehr, keine Ahnung. Ach so. Ich bin direkt hinter dir. Oder siehst du mich im Spiegel? Nee. Bitte links halten. Hast recht. Aber jetzt kam gerade das bitte links halten. Ich glaub mal, du bist der da vorne. Ja, gerade hinter den Zubringer fährt. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Unter wen? Ja, dir. Fähre dich gar nicht. Er bremst. Nee, ich brem... Ich weiß nicht, ob Bremsen dann kommt's da ran. René hat geschrieben, es würde ihm genauso gehen mit den Geburtstagen, dass ich das nicht merken könnte. So, schönen Abend. Ja. Das wünsche mir dir auch, ne? Bis dahin. Ja, ich bin noch da. Ich hab das Spiel noch nicht ausgemacht. Ja, alles gut. Wollen wir es uns einfach machen und wollen wir zwei mal faire fahren? Können wir machen. Machen wir. Also, dann würden wir über Tallinn runterfahren und dann von Tallinn den nächsten Ort rüberwürden. Dann kann ich nämlich auch... Ja, wir müssen erst mal ankoppeln. Dann komm ich nämlich auch nach Helsinki runter. Ich hab noch 30 Kilometer bis zum Ziel. Ankoppeln. Äh, Aufladen. So. Tschüss. 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 Viel Erfolg. Ach, genau. Und Schaffungskraft beim Lernen. Naja, der hat am Trost auch Prüfung. Oh. Am Trost auch, okay. Ist nicht mehr lang hin, ne? Mhm. Warte, macht das schön. Ach, wie gut bin ich denn mit dem Scheiß endlich fertig. Ja, kann gedauern bei dir. Sam macht wieder alles mehr. Ja? Schöpfer. Alles gut. Zumindest, was hat's da die Einstellung raus? Keine Ahnung, aber zumindest hört man sich sehr intensiv atmen. Links halten und dann links abbiegen. Das geht doch bestimmt gleich wieder aus Discord raus, muss ich wieder einzuladen. Ne, ich fahre gerade nicht. Das macht keinen Sinn. Du musst einfach nur weniger atmen. Du musst die Luft anhalten, dann falle ich um. Ach so, ich habe gerade ein 50er-Schild weggesegelt. Das stand da ungünstig, fand ich. Lass mich raten, diese Rechtskurve da? Links Kurve, das war eine Linkskurve. Ach so. Das war... Ja, dann freu dich auf die Rechtskurve. Die Rechtskurve sehe ich jetzt, da bin ich jetzt. Das ist aber ein Vorfahrtsbeachtensschild. Ist egal. Aber das nehme ich dann, wenn schon, mit dem Anhänger mit. Ich bin aber eben von der Zugmaschine hängen geblieben. Weil ich die Kurve zu schnell genommen habe. Und dann rechts auf. Ja. Wiege nach rechts ab. Ach, hier wollen wir doch schon mal das doch hier. Schon jetzt... Ja, ja. Äh... Das ist gekappt, der Haufen unten, wo du dann mit Schiffschiff gehören kannst. Müssen wir von hier aus auch los? Ja, wir machen dann doch da mit dem Schiff gleich rüber, da nie. Nicht so praktisch. Deswegen komme ich auch jetzt runter. Hm. Können wir in alle Ruhe andocken und dann können wir schon mal die Route legen, bis du dann hier bist. Rechts halten. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Und dann rechts auf. Ach, scheiße, bin hängen geblieben. Oh, nee. Du machst das. Ja, stimmt, ich sehe dich da hängen. Wie weit kommst du zurück? Na, ich war noch ein Stück. Auch da, der war mal ein Danksteller. Binnen wir bestimmt. Wie viel hast du noch? Wie viel Kilo noch? Was schaffe ich noch? Was schaffe ich noch? Ich wüsste es mal durch, Seppen. Ja, ich habe bei Spadfow geguckt. Ach so. 222 Kilometer pro Meter. Das ist schon wieder nicht. Mensch, ich dachte, du kommst weiter. Ich stehe, bin näher herangefahren, ne, Holger? Also. Weil ich sag, du kommst jetzt rum. Ja, das ist doch zum Kotzen. Jetzt, jetzt, das sieht gut aus. Darf ich jetzt nachts ziehen? Ja, ich kann hier nicht mehr. So, wer ist gut auf Rot. Und erst mal gucken, ja, laden, also, Auftrag. So, wo wollten wir hin? Ja, und Köpping. Ja, und Köpping. Mit Jod. Oh, so praktisch ist gleich hier. Lärm der Ecke. Denn natürlich, wir sind doch hierher gefahren, um sie abzuholen. Ich meine ja hier die Einladebuchte. Ach so. Sie sind am Ziel angekommen. Ihre Rutenführung ist natürlich nicht richtig. Ach, Holger. Ich muss wieder rückwärts. Mit dem größten Gespann. Ich stehe hinter dir, ja? Aber ich stehe in No Coalition, also anders geht's gerade gar nicht. Also eigentlich müsstest du was machen können. Mit dem größten Gespann. Ja, das ist bei dir hat's funktioniert. Ich weiß noch nicht. Ich seh dir die Linie nicht mehr. Ne, bin ich dann vorbei. Aber mir hat's jetzt geklappt. Ach doch, mit eins. Und ich hab's wieder rückwärts eingeparkt. Ja komm, das kannst du nicht einparken, denn. Du bist nur ein Stück rückwärts gezogen. Der hat ein Stück ran rangiert. So, dann gucken wir mal. Wir fahren wollten jetzt nach Tallinn rüber, ne? Mhm. Und dann nach Palditzki, oder wie? Ja. Das macht dann automatisch rüber. Und dann kommen wir wieder auf, ja. Hab ich mir markiert. Bei mir nicht mehr. Lass uns loslegen. Wirst du los? Ja. Oh, fuck. Sam wartet ja schon, ne? Denk dran an die Kurve, Holger. Die ist eng. Rums. Ich fahr zurück. Komm her. Hast Platz. Komm rein. Ach Mensch, das sind auch... Ich hab die aber schon... Du musst die gerade bis zur Wand und dann erst rechts rum, damit du die schaffst. Das wird das nix. Du wirst so jetzt nicht rauskommen. Du musst erst für so ganze Stücke zurückziehen. Ja. So, was? Was machst denn du? Voll... Alter Schwäger. Jetzt schauf rechts. Ja, das könnte das werden. Ja... Oder, 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 oder? Doch, passt. Achso. Vorratsgarten. Ja, macht Sachen, der Junge. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts, erst vor dem Kreisverkehr rechts weg. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Da, wo ich rumsteuere. Hast du dir das nicht markiert, oder was? Nö. Da müssen wir doch zuständig. Genau. Bin ich in das Führungsfahrzeug. So, bin da. Wir sind alle da. Wir können weiter. Jawohl. Komm, wir gleich, komm, wir gleich. Ich stehe ja nur mitten im Kreuzungsbereich im Hinterrader. Ich mach's. Nicht neues. Ey! Kannst du ja nicht ändern, wenn ihr im Weg steht. Ich hab ja auch einen Streifen geborgt. Danke, dass du mit Spotify Musik hörst. Was? Danke, dass du mit Spotify Musik hörst? Hör ich gar nicht. Erzähl doch nicht sowas. Ich muss nächstes Mal die Videos... ...prüfen, die ich nehme. Was, du hast halt illegale Musik an. Na, illegal ist hier gar nichts. Hier ist nix. Nö, ist alles legale Musik. Copyright, freie, legale Musik. Na, wenn er Spotify hat und welche bezahlt, dann kann er auch so... YouTube wird dann bloß schwierig. Genau. Achtung, Holger, scharfe, grober. Und ihr fahrt in den Gegenverkehr, schämt euch. Hä? Du bist auch rausgewichen in den Gegenverkehr, um da rauszukommen. Du hast auch keine Ahnung, die ganz rechten Spuren sind ja gar nicht zuständig für uns. Guck mal auf die Boltenbemalung. Ja, war der Gegenverkehr. Ist schon hin? Ja, schon im Schiff fast. Nach Tallinn. Nicht nach Traveminde vorn, das ist zu weit, ey. Nach Tallinn jetzt, okay? Nach Tallinn. 430 Euro. So, und jetzt wieder runter und wieder rein und schiffen. Ne, ne, weiterfahren, weiterfahren. Der hat deine Tour angepasst, du musstest jetzt eine neue Route haben. Und die kannst du fahren, so wie das du sagst. Ganz weit rechts, ganz weit rechts rumfahren. Hä? Ne, hier draußen, die Spur, ist das. Achso. Der hat hinten an den roten Borken vorbei gemüßt. Er kann auch da durch, oder? Das geht auch, der fährt er dann vorne halt. Da musst du durch die Dinger durchfahren, ne? Ja, ich gucke mal kurz nach einer Danke. Kommt doch bestimmt einer auf den Weg, oder? Ne, Holger fährt im Gegenverkehr. Holger fährt gerade im Gegenverkehr. Ja, da müssen wir. Das ist zwar ein kleiner Bauhunger, aber da kommt eine. Wie weit schaffst du es dann noch? Wenn das Fragezeichen kommt, dann müsste ich noch hinkommen. All die Ausforderung hat es sich auch in sich. Die ist nämlich schön eng. Ich habe jetzt gerade über Holger gehört, wie er jetzt da drin rumsteht und nicht weiß, wie er weiterkommt. Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Das fährt ja jetzt nämlich wieder richtig, der Spur. Ich finde eine neue Route. Was für eine Camp benutzt du? Das ist eine... Steht unter dem Video, um es ehrlich zu sagen. Es ist eine Live-Kamera von LogiTube. Da steht... Unter dem Video steht alles, was ich verwende. Dinger links abbiegen. Willst du mich ja verarschen? Fahr da durch, drehe scharf links rum und dann am Rohr auf dir hinter den rechts in den roten Balken entlang. Du bist halt in den Gegenverkehr gefahren. Ich schäme dich. Jetzt haben wir mal die Straßen richtig hier markiert. Die sind markiert. So, warte, ich löste dich. Ich mache Handbremse rein, ich mache Grundlegal. Ich mache das an und dann fliegen wir kurz drüber. Das ist in Richtung. Ja, jetzt sind wir richtig. Da hättest du vorhin schon lang fahren sollen. Naja. Und dann kommst du auch hinter mir raus. Alles gut. Deswegen habe ich es ja gesagt. Alles gut. Genau. Das ist eine scharfe Rechtskurve. Also die Kamera ist auch mit Mikrofon, wenn man das will. Aber das habe ich nicht an. Ich nutze mein eigenes hier. An der Schnute. Du hast ein Schnuten-Mikrofon? Sozusagen. Am Headset dran, ja. Also insgesamt am Headset. Ich habe auch ein Mikrofon mit Arm. Das ist auch kombinierbar mit Schnutendeckel. Wie weit bist du jetzt vorgeformt sein? Und ich fahre jetzt Richtung Dankstelle. Wir müssen älter in die Ecke. Wie gesagt, wir sind ja nicht, wo die sind. Wir sind jetzt aus dem Hafen los. Das ist ganz noch für alles richtig. Da musst du dann irgendwann mal, kommt so ein Fragerzeichen auf der Korte, wenn du den Weg noch nicht hattest. Links halten. Links abbiegen. Da schaltest du irgendwas frei und dann ist die Dankstelle. Okay. Auge stellt auch noch einen roten Arm. Ich muss mal stösche Geräusche. Ich habe den Niest. Gesundheit. Klang noch nicht nach einem Niest. Das klang irgendwie so ein gestrecktes Stöhnt. Stöhnen wir. Ich wollte jetzt nicht ins Mikro planen. Das ist nett. Bitte rechts halten. Oh, der ist hier schon mal gefahren. Er kennt den Weg schon. Ich kenne den Weg nicht, aber markiert oder so. Du bist hier schon mal rausgefahren. Das ist auf alle Fälle, das war ich schon mal. Holgert dann wahrscheinlich auch. Ja, aber es gibt ja nur einen Weg zum nächsten. Aber ich sehe den Tanker, sehe ich halt noch nicht. Aber der wird nicht hierher ein Stück. Das dauert ein Stück. Immer geradeaus. Aber ich denke mal, Holger ist jetzt nicht schlimm, wenn ich nicht warte, ne? Schon beim Vortuck, oder? Ja, 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 ja. Das heißt, es ist doch schlimm. So, vom Unterton klang das schon so. Ja, oder? Ist doch rausgehört. Mit mir, alten Mann, kann man es ja jetzt machen, ne? Sprich da von alt. Na komm, du, Jungspund, kannst du Klappe halten, ne? Ja, das Jungspund. Und du? Ich bin immer noch älter als du. Hast du immer noch älter? Das machst du. Aber Ricardo war jemand, ne? Ja, ja. Ricardo war jemand. Ja, du, Ricardo. Ah, ich sehe die Tankstelle. Liege nach links ab. Da treffen wir uns alle an der Tankstelle. Können wir alle nochmal ein Schlückchen trinken, und dann geht's weiter. Ja. Und ich kann nochmal das Fenster zu machen, ja. Langsam kalt. Das ist eine gute Idee, meinst du, ist nicht wie in Ordnung? Immer geradeaus. 1.049 Euro, die haben da einen, ey. Hast du getankt oder was? Die arme Spedition. So. Wiege nach links ab. Tankstelle sieht da bescheiden aus anzufahren, oder? Ist auf dem Bild. Die Karte war wieder 105 kmh schnell. Die waren nirgends wo 90. Na dann? Ablehen. Das muss ich mir noch... Als Höchstgeschwindigkeit oder als Durchschnitt? Höchstgeschwindigkeit. Und was war die Durchschnitt bei der Steuer? 55 kmh immer geradeaus. Das geht ja. Ne, 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 ne. Ja, aber 100, das sind 25 kmh mehr, als wir die ganze Zeit fahren durften. Ne, ist noch eine Torte. Ja, dann auch nochmal gefahren. Mit 111 Höchstgeschwindigkeit. Okay. Ist das eine von heute? Hm. Na gut, das eine Mal hat er gesagt, oh, wir können so schnell fahren. Ja, genau. Aber er war doch nie so weit hinten, wo er, äh, so viel, äh, Abstand aufholen musste oder sowas. Holger war mit 100 unterwegs, von Stockholm nach Helsinki. Naja, ich muss es immer mal aufholen. Äh, ja, das wäre der nächste Grund. Ich muss jetzt da mal ein Stück fahren, wenn er ein Holger playt kann. Da war schon wieder der nächste, Riccardo war wieder mit 110 kmh unterwegs, von Helsinki nach Stöckeln. Äh, von Helsinki-Bohnen. Ich bin vorbildlich gefahren. Ich hoffentlich auch. 90. Was ist? Hm, vorbildlich. 85 war eigentlich das Höchst. 90 bin ich nie gefahren. Nicht, dass ich wüsste. Maximal bergab, das ist immer, wo man sich hochgerollt hat. Holger kommt. Aber ich hab Platz gemacht. Ja, Holger war auch zügig unterwegs. 111, 100 und 110. Herr Holger. Erklären Sie sich, oder soll ich die drei Tore jetzt abstreiten? Ich würde sagen, äh, ich musste unbedingt an der Kolonne dranbleiben, durch diverse Unfalle auf der Straße und abgeschnitten. Das stimmt aber, Holger war oft sehr weit zurück. Ich meine, das ist kein Grund, da ein 100 zu fahren. Man kann auch 85 fahren und sich langsam rantasten. So wie ich's auch gemacht habe. Ja, aber bei der Tor... Ich hab genere Reifen aufgezogen, da dreht der Tore schneller. Ja, ja. Bei der Tor von Stockholm nach Helsinki. Mit 100, da würde ich da auch zudrücken. Oh, die beten Andern. Holger, wir haben eine strenge Geschäftsführung. Die kassieren zwar das Geld für die Ford, aber das war's auch. Ne, ne, wenn ich die ablehne, kriegen wir als Firma nichts. Achso. Denk mal, die Firma hat... Die Firma hat eine Arschkarte, nicht ich. Die Firma hat ja genug Geld. Das stimmt, also doch. Und damit tritt's, trifft's dich am meisten. Mich? Alle, alle drei abgelehnt, schartig. So, so sind die Chefsfeuerung. Möchtest du dich bei einer anderen Feuerung bewerben? Ne, es ist kein Problem, sich an die Geschwindigkeit zu halten. Richtig. Ne, ist ja okay. Ich hab mich auch dran gehalten. Deswegen hast du ja hoffentlich meine angenommen. Ja, klar. Ja, siehst du. So, weiter geht's, Jungs? Ja. Ich muss doch noch den einen reinfahren lassen, dann kann ich raus. Wenn ich die Bremse gelöst hab. Wie gesagt, ich kann ja grob einschätzen, welche Ecke ihr gefahren seid, mit welcher Geschwindigkeit zulässig ist. Ja. Und ich seh's dann nicht ein, zu sagen, okay, bei oben und so, wenn dann alle gleich. Ist richtig. So, bei mir ist rot, gelb, grün, aber bei mir auch. Ne, bei mir ist grün. Ja, ich fahr erstmal ein Stück vorwärts, bis wir auf der Autobahn sind. Holger, nimmst du die linke Spur, dann komm ich auf die rechte, ja. Jetzt hab ich auch rot. Jetzt hab ich auch rot. Ich seh, die haben wir sowieso gerade. Grün, 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 grün. Achso, da drüben ist ja auch einer. Die haben hier oben extra zwei hingemacht. So, hier vorne ist rot. Grün. Ja, aber das Gefühl, die schalten ja am Ampel nochmal gleichzeitig, oder? Nee, nicht immer. Und wir haben wieder rollt. Ich nicht. Die Ampel ist scheinbar vorbei, ich bin jetzt vorne am Kreisverkehr. Hm, ich seh dich doch. Ich sitze denn bei euch noch. Ne, bei mir ist trocken. Achso. Das hat wirklich bloß das große Stück immer geregnet. Ich hab ja Regen satt. Ich hab's in der letzten Zeit viel Regen gehabt. Auch wenn ich single, mir ist schon nochmal extra. Bitte rechts halten. Grün. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann geht's mit 70 weiter. Ich bleib bei 50, damit ihr erstmal aufschließen könnt. Ja, ich kann auch 30 fahren. Ich hab ja genug Zeit. Du sagst da nicht drauf. Ich kann nicht sein, ey. Was? ich höre gerade ein bisschen entleatschen also das sage ich da möchte nicht der schlagzeuger sein ich komme 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 ja ja 90 heavy metal hier aber wirkt die rechte spur kommt rein wahnsinn da muss ich jetzt schon bremsen ja ich bin auf beschleunigen bin jetzt erst bei 60 da vorne steht ein lkw in der kurve lass uns doch stehen ich weiß ja noch nicht warum er da steht wo ist der holger da kommt uns entgegen holger kommt uns entgegen holger noch da bitte links halten links bleiben bitte links halten weiter schön auf der spurt mit 90 derzeit der soll kommen an den lkw kämpft warum der ist schon da irgendwie weg er hat der volvo motor schon alt 70 50 rote arme rote arme rote arme rote arme rote arme rote arme siehst du mal wie ich gebrettert bin mit dem ding und die rechte spur kommt rein was gibst du denn ich hätte eigentlich voll auf dem kurs bleiben können weil du hättest warten müssen hätte ich ich hatte grün er meint mich aber wir halten ja die rangenfolge ein wenn man wie vorne fährt erweiter hat gewurzert genau nur deswegen naja ist klar demnächst links abbiegen nächste links ich sehe schon auf mhm biege nach links ab immer geradeaus ich habe es doch klinisch tot sein danach also sind viele konzerte in diesem richtung 20 ja da geht es nicht nur ein schnurrzeug spielen da kriegst du doch demnächst links abbiegen biege nach links ab und wir sind auf dem hafen nach dem schild nach dem schild die ganze vor dem schild schon abbiegen wenn wir von dem gleichen schild sprechen ja ja so und übersetzen so viele verbindungen gibt es ja ja nicht ja ne es ist aber man kann ganz schnell durcheinander eine koppelte anzahlen oh ja das stimmt eins immer geradeaus wo müssen wir nochmal hin ja äh holger london ah ja und holger dann ganz hinten am haus rum ja ich dass du wieder auf heute ausforsen nimmst ja ja scheiße jetzt sieht schon mal regen aus ach quatsch da regnet nix ach bei mir schon er hat 5 Minuten regen im spiel das reicht ja auch zum darstellen dass es das gibt ach hier waren wir vorhin hast du gut da kann ok ich habe noch den rechtlichsten ich hatte vorhin den parkplatz mitgenommen und die schleife nicht komplett mhm neee ja dann freue ich dich halt nochmal aus dem muss ja holger auch noch rankommen in alle ruhe da ich ja von hier kommen habe ich auch vorfahrt holger zeigt sich schon nach vorfahrt naja die holger eiskalt regleriert ja kam da immer ja ich ich habe keinen gesehen da muss Kilometer weit weg gewesen sind genau hat ja nicht mal geguckt der sah einfach aus da war ja kein punkt in der nähe hier ist 50 holger du sollst mir die kamera ein bisschen größer lassen nicht nur auf die kleine ecke 70 ach jetzt sehe ich es wo du es sagst mhm so 380 kilometer ne nicht mehr ganz ja jetzt gerade ein bisschen tiefer ach ne du hast ja eine andere abgabe 50 im kreisverkehr und ich habe das nur gegenverkehrs naja ja das steht schade würde ich auch so das sind aber zwei am kreisverkehr ich bin doch zu weit stehen ok problem damit ne jetzt kommen sie jetzt kommen sie entgegen und zwar sehr zügig ne der eine steht hier vorne da fährt Krott da ist bitte langsam bitte da hat sich nicht an das Schild gepinkelt ditschwehen ditschwehen geht ja mal gar nie wie schnell fahrt ihr? 70 sieht nicht so aus ja ich musste jetzt auch schon ein bisschen langsamer fahren wegen dem vor mir ja dann fährst du ja keinen 70 jetzt fahr ich 70 jetzt die 80 die Erlaubzeit hm ihr könnt irgendwann auch auf die rechte Spur kommen so es kommt auf den Truff an der vor mir fährt naja aber ich hatte so gesehen dass heute die ganze Zeit auf den linken Spur fährt ist ja auch nicht dramatisch aber ich brauch unbedingt ne bessere Playlist als die die hier läuft das hast du beim letzten Mal schon gesagt und hast es immer noch nicht geändert Wann denn? ist grad WGT dafür hab ich keine Zeit und Geburtstag auch das noch also ich meine das mit der Playlist könnte ich theoretisch heute nach um aufstehen in Landrücken nehmen oder auch nicht ne ich geh ja heute ist Ehrentag ja aber ich werde erst nachmittags unterwegs sein also kann ich morgens das anschmeißen laufen lassen ihr habt einen Aachsanhänger hm so an der Kreuzung vorne müssen wir uns dann links halten hm ich muss halt mal noch ein bisschen abbremsen und noch ein bisschen mehr abbremsen der hat sich gepackt die 80 ja das hab ich gemerkt obwohl du den starken Volvo fährst da ist zu alt und von unter Kreuzung bis dann raus aber ich kann ich hab hier im Spiel noch nie gesehen dass die irgendwie den Verschleiß vom Alter her irgendwie das Auto langsamer machen ney machen wir doch gerne ach ja na Jungs hier im Chat seid ihr noch wach oder schlaft ihr schon ich kann grad nicht schreiben ich muss fragen ich meine ich nicht du bist hier das weiß ich ich meine die anderen beiden Fabi und René zum Beispiel nehmt demnächst die Ausfahrt links nehmt die Ausfahrt links klar noch wach das hieß der der Fabi der René René aufstellen wir wollen eine Antwort so der darf wieder 80 fahren mhm war schon auf dem Zubringer 80 ne so schnell kommt man da dich auch vorne weißt du was ich zocken soll das ist grad das Problem ja das kenn ich zur Genüge ich hatte ja ich glaube als ich dich heute morgen gesehen hab dass du CSGO gezockt habt oder sowas hatte ich gleich nachgeguckt ob du streamst aber das war dann nicht der Fall gewesen oben auf der Brücke ist dann 70 ja das war ja ganz schön was zusammen hier bist du müde? ha 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 deswegen Papier trage das auch noch wach Tja das erklärt eigentlich die Eiere hier ha 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 so wie weit ist er direkt von mir müssen wir uns dann rechts halten wir sind hinter dir alles gut ne das werde ich denk ich morgen machen beziehungsweise am Sonntagabend auf jeden Fall ja wie gesagt ich hab Urlaub da probier ich sowieso ein bisschen mehr zu streamen dreimal die Woche ne so jetzt auch nicht aber ich muss Bock drauf haben achso so wie jetzt am äh vorgestern mit Terraria hatte ich ja Bock drauf also allgemein zu streamen und dann Staxel sag ich mach mir nochmal 5,5 stunden gemacht also daher das lief ja gut wie gesagt das halt jetzt anspruchsvoller geworden als damals das stimmt du kennst das damals so gar nicht oder? starke Community ich bin doch schon seit ein Jahr dabei hast du gesagt ne ich meinte jetzt das äh Staxel hat man damals ne das war doch damals erzählt von immer geradeaus hatte ich erzählt von dass ich das verratete zum letzten mal also Holger für dich zu hinterher und krieg kommt nämlich nicht an die Sales Station so ran also die Kaufstation das ist es wirklich du musst du aktuell erstmal wirklich viel Geld sammeln in schwerer Arbeit Volker hört nicht mehr zu der schläft schon und fährt geradeaus sorry der hat runter geklappt der ist auch 80 mittlerweile sieht man wie er eiert achso also Staxel ok geht schwerer ok Holger was machst du? hältst du? 80 von 80 von 80 ne sieht nicht danach aus du ruckelst mir was sonst was vor mir her 50? ne 80 ja du kriegst halt die äh die Sales Station nicht mehr so einfach also ich habe es jetzt noch nicht bekommen ich habe schon ein paar Aufgaben gemacht habe aber keine Sales Station du musst das halt als erstes mal arbeiten ok das halt ist auch nicht ich eiere hier ich fahre hier mit 70 rum ihr kommt nicht ran alles gut wie gesagt Holger ist gerade richtig weit zurückgefallen ich musste richtig abbremsen ich bin doch dran ja ist ja ok jetzt bist du wieder dran sehe ich jetzt auch dann fahre ich wieder 80 ja ja fahr ruhig ich hatte noch ein bisschen Sicherheitsabstand hier sind wir halt schon mal aufgefahren mhm wir fahren oft immer dieselben Strecken das ist mir auch schon aufgefallen ja das gibt nicht meistens nichts anderes ja ja wir müssen halt wirklich mal ja gut dass wir immer über dieselben Strecken kommen das ist halt so weil es Hauptordern sind Hauptverkehrsordern ich würde ja sagen man guckt einfach mal was was für eine wer welche Stadt noch nicht aufgedeckt hat oder wer ist der Geier aber man fährt mal da weißt du wie viele Städte das sind bei mir noch hier auf der Gorte ja das wird Zeit und gerade wenn du hier alle 5 miteinander abklären willst das funktioniert vorne und hinten nicht und wenn dann immer gefordert wird ja wir müssen nach Preis gucken das muss ich auch lohnen na gut lohnen muss ich es auf alle Fälle wir sind ja noch beim Unternehmensaufbau da muss ich schon was rauskennen ich auch ja bei dem egalen Tier bei dem anderen bin ich fertig ja deswegen aber das muss ich schon ein bisschen lohnen muss ich es rentieren gerade allein der Anhänger tragen 100.000 hat es gekostet 100.000 haben wir bis jetzt eingenommen wieder heute und wenn du ein Spezzi denkst 2 Millionen müssen wir machen bis Ende nächsten Jahres ist noch so ein Haus rum das schaffst du das schaffst das schaffst 2 Millionen 2 Millionen sind eingestellt für jede Nase selber jeder jeder muss 2 Millionen einnehmen und das bis Ende 2021 ne ich höre ich hab's gut jeder Auftrag abgelehnt und dann kriegst du und dann kriegst du 10.000 10 Prozent Provision davon also sprich 200.000 kriegst du dann ne 100.000 hat er wahrscheinlich gestellt ne 200.000 war das doch oder? 100? ne 200.000 200.000 hat er eingestellt 200.000 hat er eingestellt und dann hat er reingeguckt und so ach so ja doch hat er so eingestellt das war ja vorher so ein gemeinsames Ziel und das wurde dann irgendwie auf das habt ihr ja gemacht das habt ihr ja gemacht ja ja wurde dann auf Einheitsziel eingepasst ja ja und ich dachte dann weil Ricardo ja eh in der Woche mehr fährt ja wärs ja unfair weil dann macht er auf den Gole und wir fehlen das und wir fehlen das jeder kann jeder so lange mehr wie er möchte ja wie gesagt ich fall ja nur im Stream das soll ja nur im Stream das soll ja nur im Stream Spielstatt sein und dann ist gut ja ich bin in der Woche ja dann eher so mit mit GT oder irgendwas anderes unterwegs bis ja ist ok das merkt man ja das sieht man ja ich muss nur ins Fadenbuch reingucken wer da am meisten unterwegs ist Grüne er kann nicht er muss zwei Wochen kann er nicht spielen das ist nicht möglich guckst rein du bist ja jeden Tag du bist ja irgendwie benachrichtigt mhm weil jeder Tag kriegt der auf ein Telegram kommt ja die Nachricht gegenverkehr Lkw von hinten ich roll gleich ziemlich mal hier vorbei ok brauchst nicht auf dem Rand steigen deswegen fahren sag mir wenn ich vorbei bin jetzt soll ich geh auf 80 wieder runter Alter der Stream hängt hinterher ey du holst gerade mal im Stream aus zum überholen also bei mir bin ich bin ich neben ihm gerade aber ich wusste nicht ob der andere jetzt auch noch vorbeiziehen will aber ich bin mit 80 gefahren und bin an Holger mit 80 vorbeigerollert das sag ich mir so hm ich fahre auch 80 also ich fahre auch 80 also ja ja aber ich bin auch 80 gefahren bin direkt an dir vorbeigerollert ich habe jetzt nur noch zum Schluss noch mal auf 90 hochbeschleunigt das ist ja das deswegen muss ich dann immer 110 fahren damit ich an euch dranbleiben ne 85 kannst du wieder aufschleunigen aber jetzt auch zu Sam ich sehe auch wie ich zu Sam immer näher komme wo ich 80 fahre ne ich fahre 75 ach sag das doch das wollte ich dir ja sagen du wirst so wunderschön am Azen na genau damit der Holger nicht wieder 110 fahren muss ja jetzt werden wir überholt wir werden überholt ja ja ich sehn das ist der von vorhin schon wieder das ist vorhin an uns vorbeigefahren oder? ne ne der sah so aus dass der noch einen kleinen Anhänger hinten dran gehabt hat aber nicht ne ne das war der das war der ne der hatte doch noch einen kleinen Anhänger dran hat der jetzt ja gar nicht sag mal was willst du denn jetzt schwöre das fängt er an mit links blinken ich hatte auch vor langen Sanfte ich lass mich mal ein bisschen zurückfallen entweder will er bei dir am stream gesehen werden weiss ich nicht wer flinkert links? ich weiß ich weiß halt mal einen Fuß auf der Bremse sicherheitshalber oder will er hier abfahren? aber abfahren kann er ja nicht ne ne der hat links geblinkt und obwohl wir am der vorbei war ging er an der Bremse ja immer geradeaus aber ich bin jetzt mit 70 ne 70 an ihm vorbeigehörlert wie viel hast du Sam? immer noch 75 Holger ist da wir können wieder auf 80 gehen Wir haben das wir können wieder auf 80 gehen Jepang 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 Töner Jepang 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 noch 96 schon ziel ist auch mittendrin in schweden lieber zu einer relativ zehn stunden tor als eine 40 stunden die schlafen dann meistens ja die bringung sind schöner kürzer und auch schneller den erfolg das geld wenn du richtig geld machen willst du darfst eigentlich keine wjt auf träge fahren ich musste die intern machen weil die mehr geld bringt das merkst du ja klar aber das gehört heute wenn wir hier mit teamfarm rumfahren wollen und so weiter so fort ja weil du dann schneller gemeinsam auftrag finden das ist normal das werden wir dann machen wenn das wjt auf dem ding da ist sein genuhr heißt das material hinzuschaffen wegen der neuen brücke es ist der typ noch hinter dir aber hat er wieder normal beschleunigt für die normale geschwürdigkeit ja so wie es aussieht das wird aber denke ich mal auch mein letzter auftrag für heute sein wie sieht es bei dir aus denn ich bin noch wunder da kommen wir noch eine mittel eine mittellange strecke fahren relativ ja jetzt keine tausend kilometer aber so fünf sechshundert kilometer sieben und wie viel hatten wir jetzt siebenhundert kilometer ohne wasser ne ungefähr ja das ist denk ich mal machbar können wir gleich machen schöner jachthaus nach dem jahr kommt immer wieder mal ja noch vorbei und da kommt der nächste der server eins ist auch schon ein bisschen mehr belastet ja das ist ja der endladesteller ja ich auch weil wir gegebenenfalls etwa andere hast die ist ja rechts hier vorne ja und meine auch so und frau ja siehste aber das sind ja zwei mehrere häuser also firmen hm 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 glaube ich nicht für pkws hau 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 wie genau wie genau fahrter freundlich verabschieds ist es weitergefallen mhm erster aufenthalt machen wir nicht von vorhin den jahren köpping ne ich nicht ich auch nicht wir sind ihn nach jöhlenköpping gefahren wir waren das andere köpping ach so wir haben doch mehr als zwei köppings jöhlenköpping und jöhlenköpping auch mein erster aufenthalt wir sind fertig da schaffst du es auf 1 da hat sich einfach jemand umgedreht das kann ich mir gar nicht erklären zweiter ausgezeichnet so muss es sein profi bei der arbeit und es regnet so wollen wir gleich gucken noch mal fort na klar ne also externer fragt man schon mal gar nicht ich hab hier kroningen in der niederlande kroningen kroningen ja wo das sieht schlechter aus stavanger in norwegen stavanger bergen bergen habe ich bergen habe ich ok weil da könnten wir doch bestimmt auch eine andere fahrt nehmen hier und da unten und unten über die fahrer fahrer oder zwar immer fahrer ne die fähre täuscht das ist immer fahrer ne du fährst mit der fähre warte mal ich kann es jetzt grad du ja ja ich weiß was du meinst ja du kannst ja einmal von goetheburg rüber nach ferdixen und von da aus überhörterhals kannst du doch direkt nach bergen hochfahren das würde auch gehen naja es ruckzuck bevor wir oben rumfahren ja ich mache mal den hänger ab weil wir müssen ganz schön stücke reiß 8 morgens nach bergen haben wir jetzt gesagt ne hm fahrt vorsichtig holger muss man rückwärts rangieren ja 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 du bist rechts ab ich war ein kleiner du wirst hier im wiedersehen mach du mal das licht aus es ist da hell hä ich hab noch nicht hab ich's fernlicht an? ich hab's normale an nee bei dir ist das normale licht das ja es regnet aber ach stimmt ich hab vergessen dass ich das mal direkt da muss ich nur nicht der auswahl ehrlich ist jetzt verstanden wenn du sagst diese auswand 112 kilometer zu der ladestation ja so weit als man das kolumbia aber doch schneller ist rechts halten das stimmt dann auswärts nehmen wenn wir noch so schnell und überzubringen auf morgen bin ich auch recht und immer massenhaft zeit wo ist denn immer los doch doch alles heute alles gezeichnet Nordische Spedition hat drum gemalt richtig dabei habe ich nur Schnellfracht gehabt Termindruck Termindruck okay dann müssen wir trotzdem an die Verkehrsregeln gehalten werden komische Spedition normalerweise verlangen die immer dass man alles gibt Sam du bist gerade verschwunden bei mir ja ich habe es gemerkt ich halte mal an der Seite das Connect ja ich fahre ein Stückchen länger um anzuhalten ich halte immer schon kurz noch vorm Kreuz stehe ich jetzt bevor das Schild kommt ich stehe hinterm Schild dann passt das denke ich mal das finde ich ineinander sporn ich bin nur schulden 2 ja ja Kamelle das ist wieder auf Zeichen von der Helle da wir heute den ganzen Anhänger finanziert das habe ich noch nicht wie hast du heute eingenommen oder wie viel Schulden wie kredit hat es aufgenommen 400.000 das hast du alles heute auch eingenommen ich habe jetzt noch 6.000 Guter ich habe 147 eingenommen ja du ich habe 15 LKWs am Start na die Fahrer fahren auch rein Holger die letzte Tour gefällt mir 92 da bin ich immer noch bis 95 gehe ich mit bei Gebieten wo es bloß bis 100 bis 80 geht ich war auch mit 2,90 unterwegs alles gut ich hoffe du bist so ehrlich auch zu tier wenn du zu schnell bist deine Fahrten abzunehmen aber selbstverständlich ich habe letztens drei Fahrten hast du gar nicht angenommen weil die im Spiel über 150 Nase gebracht hätten also bis auf eine die Wormsysteme drinnen die ist jetzt rot markiert schwarz irgendwie genau Super 1 ist bei mir offline also bei mir fährt hier noch jemand ich gucke mal steht zwar offline da ich habe keine Verbindung das heißt ich muss raus und umlaufen warte warte ich mache das für dich gerne gerne wir müssen dem Spiel auch Zeit geben das ist richtig ich muss meinen LKW immer noch in diesem Lautton anpassen der ist noch ein bisschen zu hell zum Anhänger das kriegt man noch mit das kriegt man noch mit dann nachher haben wir nochmal den Werkstatt fahren merken der Auto ist ja nicht groß und die Zubringstraße ist geil aber wir wollen ja schon vor und da geht es mhm der ist immer noch im Flyer dann locke ich mal aus ich glaube bei Elfresh passiert nicht dann gehen wir auf der 2 probieren wir auf der 2 kommst du da drauf das sind bloß 820 Mann das geht das Spiel ganz kurz geschlossen gleich wieder war und dann geht es noch mit dem und dann klang ihm ran hier ich glaube ich bin die die einzelaufleitung geht es nur zwei jetzt sofort das müsste ich gleich vor dir wieder stehen oder hinter mir ich müsste wahrscheinlich vor dir stellen ich bin extra weitergefahren okay dann weiter geht's bitte rechts halten müssen ja runter von klein sind ja bloß noch 4 und 8 km die ausfahrt rechts muss nachher wieder radio random einschalten also die begründung von der ablehnung die hinkt aber auch ein bisschen hat er das reingeschrieben die ablehnung die begründung achten sie in zukunft darauf dass du die touren korrekt fährst okay und keine falschen kilometer zahlen entstehen also die entfernung bleibt schon immer gleich dann würde ich das kann ich das kann ich das selber nicht ich kann unten bei mir bloß entscheiden da kann doch rolle selber bei sich gucken wenn touren da sind dass du angeben kannst du geschwindigkeit so hoch und auch andere gründe da kannst du nicht machen also falsch eingegeben vom system her dass das lässt dann halt beide jahres gesagt das gehört zu dem begründungsgrund momentan ist eingestellt wie geschwindigkeit weil es meistens sein zu passieren wo kriegst du die info hier beim chat oder was was ja das stand ja ach so ja vorhanden freier fahrt club ja mehr war nichts drauf und wir dürfen 70 ich habe gerade nicht gewundert dass die meldung kam 8 freie fahrterfahrungspunkte gesammelt das ist normal das warst du nichts drauf ja das ist mir jetzt auch gefallen ich dachte aber schon wir werden schon soweit nein wir müssen noch 60 kilometer alles gut alles gut ich sehe dich ja noch klein im rückspiegel ist nicht aus den augen beim server gewächs und trotzdem regnet es aber der himmel ist das stimmt ich habe heute wirklich nicht viel gegessen gestern ja ich habe heute erst recht noch gar nichts gestern mein frühstücks mittag und abends halt noch etwas vom stream der frühstücks mittag war halt frühstück sehr spät gegessen dass schon mittag war also fast ich mach weg alles klar ja wie gesagt hat da noch was gefüttert und dann morgen ganzen tag unterwegs gewesen ja knapp 10.000 schritte gelaufen mindestens gestern hat man 14.000 sehr gut unterwegs also oben hoch würde ich dann etwas langsamer nehmen die links weg geht ich bin jetzt mit 75 angeschossen damit ich auch nicht rankommen nach und nach ein bisschen dabei lasse ich ja noch ein timomod laufen ja aber du fährst ja 70 und da ich soweit das zeug war bin ich 75 gefahren damit ich rankomme also ich gehe immer noch 5 hoch das reicht aus das ist ja richtig bist du richtig das dauert halt ein bisschen länger aber ich komme ran und auch der renny sagt tschüss holger wird er wahrscheinlich nicht mehr aber viele liest das noch wenn er im chat ist und wieder 10 20 punkte verloren wir müssen jetzt links abbiegen ich vermute mal das ist so eine enge straße biege nach links ab und der ist ja kein anderer also daher ist es ja ganz entspannt so zu fahren ja auch im single player kommt auf seiner straße glaube nichts hingegen das hoffe ich doch den nächst rechts abbiegen wo muss ich jetzt anhalten hier vorne ist das ding schon doch stehen bleiben müssen wir stehen bleiben müssen erst mal auftrag bestätigen ist gut nach bergen 30 tonnen auch gut ist ja gleich gleich ist schwer schweres leicht wird das ein bisschen geld ist halt viel was auch drin teile angekommen da wurde die rosen vorn auch besser als die erste tour wo wir hier 8000 oder so gekriegt haben dresden ist nicht weit aus dem dessen ja wie viel tonnen 4 und 3 stunden ist bei mir wo ist der anhänger du stehst du richtig ja zu früh gebremst du ich muss erstmal gucken wegen karte umstehen er scannt mich ich stehe nicht richtig kann ich hier im kreis fahren ne kann ich nicht scheiße ich muss rückwärts passt so ich habe die karte umgestellt da schickt uns aber von von dem zweiten hafen wir müssen bestimmt 2 hoch ne wie gesagt wenn wir dann an dem zweiten hafen sind müssen wir bloß die lange tor fahren das geht ja vom system erkennt er es nicht da will die straße fahren selbst wenn wir es hochsetzen auf bergen ne macht doch nicht habe ich schon probiert aber wie gesagt wenn wir den zweiten hafen sind ist kein problem plötzlich komisch das ich finde es schade dass man den ja gut aber dann müssen wir dann selbst umsetzen das ist ein paar preisstätigen punkt nicht umsetzen du brauchst bis die andere fähre nehmen damit kommst du schnell ja wir brauchen ja dann nicht außen rum fahren können wir dann direkt zum das so machen so mit dem wollen wir mal geht los sterben wollten schon 30 tonnen die drücken schon erwischt hat sich schon ein bisschen anders jetzt hier in der wiegestation da warst du über 60 dann könnte sein demnächst rechts abbiegen du blickst auch zu früh damit die weißer stund gleich bremser ja ich hab bloß gesehen so jetzt schon ich bring mal ach nicht doch nicht wo fährst du in den gegenverkehr ja der wollte gerade flächen kippen am kreisverkehr wird der ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt ach ich hatte zwar jetzt ein radio auf auto random zu machen erinnere mich mal wenn wir das nächste mal halten na wir brauchen jetzt nicht wenn wir das nächste mal stehen wie lange werde ich es überleben ich müsste mir eigentlich nur eine taste dafür begelegen wo ich das random automatisch anschalte hm geradeaus ah es ist schön dass wir wieder sofort demnächst links abbiegen und immer wieder bremst du mal links abbiegen dann machen wir das würde ich sagen und noch einmal links abbiegen demnächst links abbiegen kann natürlich sein dass das auto und die strecke automatisch die lange strecke vorschlägt anstatt die fährfahrt weil die vielleicht günstiger wäre im verhältnis das könnte möglich dass er das automatisch erkennt hier im zuge dass man bezieht auch brauchst oder was wir lassen uns überraschen genau 70 bis jetzt zwei sprung zweyspurig immer noch 70 wird jemand müde ich komme ein fenster nicht runter lassen das problem wie ich denke mal daran war ich dann auch schluss für heute nach der kleinen tonne noch da waren wir doch wieder fleißig definitiv so viel heute einspurig was sagten sie wohl gerade sagen so viel harte arbeit an einem geburtstag wenn du hast ja vorher schwer gearbeitet was auch schwer an den geburtstag eingearbeitet wie gesagt wenn es hellhetzt der wgc richtig stattgefunden wäre ich wäre ich jetzt bestimmt noch irgendwo am feiern gewesen ist richtig der größte wgd da oder weil wir uns erinnern um die uhrzeit dann schon meinst du sie sind meistens 22 23 zu spät sind abgedüßt also liegt es am erinner oder von der größe allgemein es muss mal passen wie gesagt wenn ich alleine unterwegs wäre wäre ich dann um die zeit auch abgehauen aber ich war jetzt ja die ersten beiden tage jetzt nicht alleine unterwegs so macht das deutsche laune die letzten jahre die letzten drei jahre war ich meistens alleine unterwegs welche bock hat er mich wie so ein anhängster redium krisi zu hängen hat auch kein bock du hast ja günstig die wohnst der stadt noch das ist halt der vorteil ich hoffe noch kein hotel zu oder das alles aufgegeben 50 mehr gut 30 rote antel gegen baustelle es ist montag 16 uhr da arbeiten die noch nicht mehr und dafür steht er noch am kurs lüftermach der tut nur so das steht das stück auch nachts da und der andere sehe ich dort hinten nur einen haufen hin die fersche das sehe ich dahin da sehe ich stein sein sechwerkzeug mit die ampel immer grün nein baustein amel du stehst immer ewig stimmt dann müsste die kennzeichen selbst belegen können das wäre noch schön dann doch zückmaschinen lkw von hinten er fährt an uns dabei und das grün ich wollte lieber dass das da vorbei ist mir ist das sonst zu tun er hat angehalten jetzt rückwärts weil er mitbekommen hat dass wir hier nicht ohne grund stunden deswegen dachte ich mir okay ich bleibe nur stellen wenn grün ist ich habe ich habe trotzdem gemeldet hehehehe so ist er da kommen das war wirklich losfahren das stimmt macht man nicht so eine rote ampel hat man anzuhalten das stimmt ich meine er hat sie eingesehen dann angehalten aber dann wurde das Teil wieder angeschossen kommen wir haben ja nicht geparkt weil wir Spaß und Freude hatten wir standen ja da wegen einer roten ampel wir haben ja keine warnblinker angehabt also haben wir angehalten weil da was ist richtig vergessen auch wieder wie gesagt wird der foto hier reingezogen an der kreuzung mit links abbiegen er kann schon gedacht haben dass wir stehen hier mit auf der fahrbahn ich bretter jetzt dran vorbei und dann die steht deswegen er wird zu überleben dass ich ihn gemeldet habe wie gesagt keiner meiner wurde bis jetzt was los ich gefahren bin jetzt mal gucken müssen ja habe ich vor hinter dir habe ich nicht gesehen dass er dich gekippt hat alle gefühlt wo hinten alles in der luft wie gesagt gesehen habe ich doch nichts ich hatte ich zwar im bild auch müsst ihr dann haben das radio machen können was mir für eine belegung hier in der stadt ist alle reise unterwegs auch das vorher die vorkländer zu dritten im namen mit davon einstreifen 80 ne ja schaffst du gerade nicht bergauf ok 30 ton die was hast du was du fährst ist gar nicht okay und mein das ist ohne probleme und so wird wenn du bist wirklich den berg runter schnüttelt mit anderen schwung runter ich sehe jetzt dass es wieder leaderboard eingegeben hast bitte rechts halten wir müssen wieder runter das sind ja bloß noch zwei tastendrücker das ich machen muss leaderboard points okay hast du eingespart ob das camp kommt schon alte wollte ich weiß das mit achtung ausrufezeichen kommt das schon okay hat sich system schon angemerkt wo ja mein mittlerer anhänger schwebt sage ich doch hängt richtig die achse hoch und dabei fährst du noch sehr steifes setup wer ist denn der dahinter uns ich sehe noch gehen doch dort erst hinter uns abgeboten doch und und auch später ich bin doch beim hoch beschleunigen ich bin schon bei 65 65 sich dass du wegziehst alles gut fahr ruhig weiter ich ziehe nach 70 75 jetzt bin ich bei 70 80 dem markt habe ich schon längst drin ich lasse ihn dann mit dem markt noch beschleunigen hat das wegen brach habe ich schon länger würde mich nicht stören wo es kommt ein tunnel brauche ich auch wenigstens dauerhaft auch so gast durch das zu stellen wenn es ein tunnel ist machen wir doch mal nicht an ein tunnel nicht ans vor Ort nicht ans vor die nördl nördl und wie es aussieht verlassen von der wieder der autobahn so sieht es aus ach da sind wir schon am hafen ja schon sachen gibt es die zeit vergeht ja nur die erste fähre schon weg das licht wieder ausmachen rkw schießt links vorbei jetzt so hinterher ruckelt leicht achtung ich bin schon ab hier zieht einfach rüber ohne zu gucken vielen dank und hat jetzt festgestellt dass auch links runter muss oder der held auf der linken der hit auf linken spur wieder an ist natürlich göttlich die leute er hat jetzt gemerkt okay ich will hier auch abbiegen noch nicht das doch 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 sehen doch der korte ich sehe jetzt auf der korte warum gucken fahren die nicht mal vorschriften gucken vorher wo sie lang wollen das ist doch eine simulation oder stehe ich da noch nicht 50 ich bin noch hoch beschleunigen 47 48 59 50 ja bin ich jetzt auch aus der aufenthalte in göttburg jawoll wir müssen uns links halten weil der kommt von hinten ja wir haben zu blocken aber der wird auch von links auch der ist voll auf der eisen gegangen als ich rübergezogen bin ist rot wir müssen anhalten biegen nach links ab kommt angeschossen kommt auf der rechten spur vorbei stellt fest dass da nicht weiter geht und das auch wieder auf die bauern junge ist sind dass wir eh noch immer geradeaus und dann rechts abbiegen biegen nach rechts ab wir brauchen nicht mal das schiff fahren ok der haken gleich wir wollen wir mal frederickshaven frederickshaven das ist schon markiert hat man vorher schon gemacht du wolltest noch was umstehen ja hast du recht fertig ist ja kein aufhört wir wollen mich nämlich auch noch nicht ich muss muss unter konto was umstehen hier ist fähig schon auf der garten ecke dem haus nur so sonst wäre ich jetzt im kreis gefahren demnächst geht ja gar nicht weiter rolle und noch vorbei eiskalt ja auch mal ein bisschen abwechslung hier in den stream bringt du hast doch gar nicht gesagt dass ich heute die nummer 17 bin ich wusste schon ach so ja ich hab auch nicht drauf geachtet hab ich ja so ist es hab ich jetzt gerade gesehen hab ich bei dir gesehen dass du hier 936 nochmal rot rot ja warum sagst du das nicht äh ich war noch nicht so schnell fertig mit denken und reden kroster grün 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 bist du morgen auch wieder live kann ich doch nicht sagen also morgen meinst du wahrscheinlich heute und video vor mitbekommen es ist ja heute ein anderer tag also da kann es halt sein dass ich da regelmäßig abends anrufe kriege deswegen glaube ich eher nicht dass ich morgen stream werde in irgendeiner form vielleicht dann also wirklich morgen in form von montag das würde passen also davon gehe ich mal aus dann aber kein ets sondern was haben wir noch am start autonauts haben wir noch und staxel und gut kommt in die haben wir wollen einfach nur die glocke bei deinem kanal ab und hier drücken dann wurde ja informiert genau oder abonnieren das geht ja auch ja dass die glocke ja man muss ja werbung dafür machen alles gut wenn wir muskeln abonnieren wenn ich möchte alles gut und schlägst du so 80 der musste aber auch mal hochbeschleunigen im tag auf was du kannst mit schulden dass er mit 30 gefahren du hast ja auch vierter mehr drauf als auch das ist jemand die schon dort hat sie vorgekommen du musst die stelle da sind müssen er wird recht zu tun sie sind von sich runter worte noch worte noch worte noch ich habe noch ein Blinker und damit er ist es schon jetzt kannst du rein rechts halten und dann auswärts rechts und es könnte so eine enge einfluss das geht es geht es geht nehmen die auswärts rechts ja trotzdem ja aber du stehst ich muss es mir notieren ein unfall wir haben 554 die fünf stunden kannst du weiter von ja ja ich muss das rumkriegen hatte ich vor aber paypal macht mich nicht mit vorm macht dich mit vorhin weißt du jetzt nicht warum paypal nicht mitmacht also eigentlich müsste es abonnieren möglich sein oder halt mit twitch prime wenn du das hast kannst du ja sowieso einen kostenlosen oder kreditkorde geht ja ich mache aber auch mit paypal lieber ja bei mir ist ja auch mit paypal verknüpft da muss ich auch überlegen ob ich paypal lasse oder was anderes hinterlege bei paypal hast du halt diese abzüge von bei spenden und sowas also gut beim abonnieren ist es wurscht weil das läuft ja eh über twitch da wird das ja von twitch ausgezahlt muss man doch das video angucken an der stelle ja upload ja montag kommt genau wenn eines klappt bei mir aber ich werde es nachher gleich schneiden wenn ich schlafen gehe da war nur ne ecke leitplanke im weg wahrscheinlich morgen dann den upload machen für montag genau dann ist montag online bist du jedenfalls schön gehüpft ich hab's gesehen ich dachte oh gott jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt kommt er und hat eine leitplanke mich gerettet sind mittlerweile sieben einträgen wenn ich es nicht sehr oder sogar acht mit der dicken kollision von den anderen wer hat jetzt schon mitgenommen so die alte bahn ist beendet 70 und dann dürfen wir 50 vorn aber von uns in der reute ampel weil wir müssen oder durch den klanten drauf wir sind schon einige mal herumgefahren ich habe auch die anderen bereich auf der anderen seite hin erkundet ich habe so eine showrunde gedreht sogar noch durch die langstelle wenn du dich erinnern kannst wahrscheinlich haben wir es gemacht ja verkehrt rum das kann sein wie gesagt ich hoffe mal da ist dann noch eine werkstatt dass man den lkw ein bisschen die lackierung anpassen kann hier hinten ist eine werkstatt ne dann in der am ziehen wird bergen ist eine werkstatt bergen ist eine werkstatt bergen ist eine werkstatt aber das ist eine werkstatt wenn du auf der bremse stehst das ding einfach mal anders bremst allgemein auch so dass aber nach einer kurve nicht mehr mit gibt wo ist das ding nach vorne links so wir fahren nach berg 17 stunden dauert es aber vom kosten her guck mal 1700 ist doch überschaubar bei mir regnet es wenn wir jetzt nach der christian sein wollen wir 700 plus christ machen das ist ja ein quatsch und so sind wir jetzt schon direkt am ziel spätfall mal doch gerade rum warum durch die färbe hat sie jetzt rum gemeckert dass sie die tor mehr als 150 euro pro kilometer bringen würde aber es ist umgerechnet ist sowas ja ich sehe es ja nach vier kilometer dann sind wir schon da deswegen wäre quatsch gewesen auch so um zu geistern oder immer geradeaus dass sie vielleicht stört anstatt der 17 stunden wahrscheinlich und die freuen sich wenn man hier durch den wohnort mit solcher eckeres durchfährt auch wenn du die original tour hinfährst die ist auch so schön was regnet bei mir nicht aber bei mir das sind gleich da sind gleich da halb zwei ist okay zwei fragezeichen da wir waren hier nämlich noch nicht gewesen bergen wollen wir ja noch nicht also sogar andere leute dort ich muss weiter fahren ich muss hier rein ok was transportierst du selbe wie du oder was anderes ich hab fleisch oder sowas ich hatte auch fleisch ich hatte auch eine andere leute stelle als du ich hab noch zwölf kilometer vor mir und ich warte ich warte da nicht auf dich ja ist okay kommen wir dann eh nochmal zurück weil ich ja in die werkstatt will und so die beiden jungs sind dort wo ich hören will wenn du es nicht wenn durch den tunnel auf der 80 demnächst rechts abbiegen biege nach rechts ab ach ja so noch zwei leute demnächst rechts abbiegen demnächst rechts abbiegen ist immer eine geile ansage ach da wird er hier in der eingang gestellt biege nach rechts ab biege nach rechts ab biege nach rechts ab oh hier ist ganz schön viel los endlich wir sind da mal gucken ob ich richtig ran fahre oder ob ich verkehrt rum stehe richtig rum ok dann schaffen wir das ab ankoppeln mein anhänger hängt mit der scheiß box und mit der letzten achse hin an der scheiß säule fest muss ich über neu drehen oder was müssen wir das schon mal rauskriegen so geschafft ausgezeichnet biege nach rechts abbiegen 45.000 so oh jetzt regnet es das stimmt ja du hast schon abgegeben ja das bett für hat kreut gemeldet ich habe jetzt auch abgegeben ich habe jetzt auch abgegeben ich drehe mal nur eine runde ich schreibe mal auf die straße hier schnell frei wenn wir schon mal hier sind dann komme ich zu dir hin es regnet nicht mehr ja dafür habe ich es jetzt die schlippe wechseln anscheinend hin und her wenn regnet und ich stehe genau gegenüber der werkstatt ja ich komme gleich hin das sind ja auch noch zwei fragezeichen da fährst du dran vorbei das macht beide auf decken ja fährst gleich noch lkw händel dabei wäre ja auch nicht schlecht so machen die jungs da vorne fahren die raus ja ok den wir hier rein da kann ich raus obala da war ein schild ok dann kommen wir auch gleich tanken von fahr ich jetzt auch dran vorbei kann man das auch erledigen ja könnte ich theoretisch vielleicht nochmal wenn ein lkw händler dort ist vielleicht noch ein lkw für mein team holen ach ist mir doch wurscht ok da halten darf billigste vom billigsten hauptsache er hat erstmal was zum fahren ach hier darf ich nicht rein ich muss auch was rum sind ja vorbildlich ne dann mal tanken bitte für 1,61 ja wenn ich tanken muss muss ich tanken tut mir leid chef ja siehst du mal was da für preisunterschiede da sind länder war jetzt unterschiedlich ja 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 dann gucken wir mal dann gucken wir mal dann gucken wir mal nach was wenn du was die spät vorab gerechnet hat wegen der freunde probleme wenn du auch wenn die die fähre besorgt und dann ist auch gut da fändler entdeckt beide oder nicht freigeschaltet ja du musst es nach rechts rum ich bin gerade durchgefunden hat er nur die eine abgleichen so längst noch 27 stahl sind hinter rekorde wie gesagt ich war ja auch nicht in der woche so hat 210 drachen gulden ist auf platz 26 muss doch ein bisschen dran arbeiten lkw konfigurator kurz auf die farben voreinstellungen 93335 das ist schwarz das ist weiß okay das blau wolltest du noch anpassen ja den karosserie blau haben wir gemacht jetzt sind die felgen blau noch dran ach so ja ja alles gut ach so der rest müsste ja richtig sein hier müssen wir noch mal vor einstellen genau die haben wir auch ich hoffe sie nicht geändert haben das ist weiß okay da brauche ich eigentlich nur das blau ändern leicht dunkler ganz minimal hat ja zum glück auch nichts gekostet nein nur wenn du den skin wechselst dann fangen wir noch mal zu dem lkw händler rüber ich bleibe hier kannst du es ja machen ich habe ja nämlich schön eingeporkt relativ für den platz den ich hatte und ich stehe auch noch roten amel mitten auf der kreuzung das ist doch schön einen wichtigen verkehrsplanet auch nur ein bisschen ja beim da finden wir könnten mal die opo können wir auch gerne machen wie gesagt ich fahre da hin und hole den lkw nur für mein team und fahr dann weiter ich muss halt noch die vielleicht mal noch den laden freischalten also hier die da ist schon arbeitsamt jetzt haben die arbeitsamtdruck beigestaltet und jetzt sind wir auch hier so da fängt da ist das lange wie eine explodierte leitung öffnungszeiten 8 bis 18 uhr oh gott ja dann bleib doch einfach hier naja beim nächsten mal was dann passen und wenn du im single dort bist bin ich im single dort das ja bevor du den multiplayer reinkommst oder vielleicht hast du eine zweite dann hkw manager ich habe erst zwei deswegen ich brauche noch unbedingt gut dann holen wir den einfach nächstes mal wenn wir das nächste einloggen ist ja auch eine andere Uhrzeit dann eine andere server serverzeit und dann passt das schon kommst du auf grünen groß nur wenn es passt kannst du jetzt gerade nicht so sehen du stehst ganz schön weit weg du stehst ganz schön weit weg oder wenn ihr alles gut so zufrieden ja so also dann sam es war mir wieder mal eine freude hat spaß gemacht ja das freut mich würde ich sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ja ja einen schönen tag einen schönen putztag danke danke werde ich haben lass dich gut beschenken mir wird heute nicht so passiert denke ich mal mir lass uns immer weiter genau wieso kannst du denn Scania logo eigentlich färben äh das ist in dem DSI mit drin ja konnte das nicht färben ach so in dem grafikpack also ich würde den grafikpack das hat 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 dem einen den du hast nicht ach so ich würde sagen weil ich hätte nicht um den ich auch keinen gesagt im stream line nicht möglich so da sagt sack ich meine schon kurz Untertitelung des ZDF für funk, 2017